Erstes Buch Die Diebische Elster Juni und Juli 1984 Dienstagsaufziehvogel Sechs Finger und Vier Brüste Als das Telefon klingelte, war ich in der Küche, wo ich einen Topf Spaghetti kochte und zu einer UKW-Übertragung der Uvertüre von Rossinis Die Diebische Elster Pfiff, was die ideale Musik zum Pasta kochen sein dürfte. Eigentlich wollte ich es klingeln lassen, nicht nur, weil die Spaghetti fast fertig waren, sondern auch, weil Claudio Abado, die Londoner Symphoniker, gerade ihrem musikalischen Höhepunkt entgegenführte. Schließlich musste ich aber nachgeben, es hätte auch jemand sein können, der mir von einem möglichen Job erzählen wollte. Ich drehte die Flamme herunter, ging ins Wohnzimmer und hob ab. »Zehn Minuten, bitte«, sagte eine Frau am anderen Ende. »Ich bin gut darin, Leute an der Stimme zu erkennen, aber diese kannte ich nicht.« »Wie bitte, wen wollten Sie sprechen?« »Sie, natürlich. Zehn Minuten, bitte. Mehr brauchen wir nicht, um uns zu verstehen.« Ihre Stimme war tief und weich, aber ansonsten ohne besondere Kennzeichen. »Uns zu verstehen?« »Gefühlsmäßig.« Ich beugte mich vor und spähte durch die Küchentür. Der Nudeltopf dampfte munter vor sich hin, und Claudio Abado dirigierte noch immer die Diebische Elster. »Tut mir leid, aber ich stecke gerade mitten im Spaghetti kochen. Dürfte ich Sie bitten, später noch mal anzurufen?« »Spaghetti.« »Was haben Sie morgens um halb elf Spaghetti zu kochen?« »Das geht Sie überhaupt nichts an«, sagte ich. »Ich entscheide, was ich esse und wann ich es esse.« »Da haben Sie natürlich recht.« »Ich rufe später noch einmal an«, sagte sie, und ihre Stimme klang jetzt kühl und ausdruckslos. »Ein kleiner Stimmungswechsel kann bei einer Stimme wahre Wunder bewirken. »Moment noch«, sagte ich, bevor sie auflegen konnte, »wenn das irgendein neuer Verkaufsgag ist, können Sie die Sache vergessen. Ich bin arbeitslos. Ich bin an nichts interessiert.« »Keine Sorge, ich weiß.« »Sie wissen, was wissen Sie? Dass Sie arbeitslos sind, das ist mir bekannt. Also gehen Sie schon. Lassen Sie Ihre kostbaren Spaghetti nicht warten. Jetzt zum Teufel«, sie hängt da ein. So ohne ein Ventil für meine Gefuehle, starrte ich den Telefonhuerer an, bis mir die Spaghetti wieder einfielen. Ich ging in die Küche zurück, drehte den Gasherd aus und goss den Inhalt des Topfes in ein Sieb. Dank des Anrufs waren die Spaghetti ein bisschen weicher als al dente, aber noch nicht unrettbar dahin. Ich fing an zu essen und nachzudenken. »Uns verstehen?« »Uns in zehn Minuten gefuehlsmaessig verstehen?« »Wovon redete die eigentlich?« Vielleicht war es nur ein Telefonjux. »Oder eine neue Verkaufsmasche.« Auf jeden Fall hatte es nichts mit mir zu tun. Nach dem Lunch legte ich mich wieder mit meinem Leihbuecherei-Roman aufs Wohnzimmersofa und warf dem Telefon gelegentliche Seitenblicke zu. »Was hätten wir in zehn Minuten voneinander verstehen sollen?« »Was können zwei Leute in zehn Minuten überhaupt voneinander verstehen?« Bei näherer Überlegung schien sie sich, was diese zehn Minuten anging, bemerkenswert sicher gewesen zu sein. Es war das Erste, was sie gesagt hatte. Als ob neun Minuten zu kurz und elf zu lang gewesen wären. Wie beim Spaghetti-Kochen. Ich konnte mich nicht mehr aufs Lesen konzentrieren. Ich beschloss, stattdessen Hemden zu buegeln. Was ich immer tue, wenn ich unruhig bin. Eine alte Gewohnheit. Ich unterteile die Arbeit in zwölf exakte Schritte, wobei ich mit dem Kragen, Außenseite, anfange und mit der linken Manschette ende. Die Reihenfolge ist immer dieselbe und ich zähle mir die einzelnen Schritte vor. Andernfalls wird's nicht richtig. Ich buegelte drei Hemden, untersuchte sie auf Kniffe und hengte sie auf. Als ich das Buegeleisen ausgeschaltet und zusammen mit dem Buegelbrett wieder in den Flurschrank geruehmt hatte, sah es in mir schon bedeutend ordentlicher aus. Ich war auf dem Weg in die Küche, um mir ein Glas Wasser zu holen, als wieder das Telefon klingelte. Ich zögerte einen Augenblick, beschloss dann aber abzunehmen. Wenn es dieselbe Frau war, würde ich ihr sagen, ich sei am Buegeln und Auflegen. Diesmal war es Kumiko. Die Wanduhr zeigte halb zwölf. Wie geht's? fragte sie. Gut, sagte ich, erleichtert, die Stimme meiner Frau zu hören. Was machst du so? Gerade aufgehört zu buegeln. Ist was nicht in Ordnung? Ihre Stimme klang leicht angespannt. Sie wusste, was es bedeutete, wenn ich buegelte. Nein, nichts, ich habe nur ein paar Hemden gebuegelt. Ich setzte mich und nahm den Huerer von der linken in die rechte Hand. Was gibt's? Kannst du dichten? fragte sie. Dichten? Dichten, meinte sie, dichten? Ich kenne den Herausgeber einer Mädchenzeitschrift. Die suchen jemand, der aus den Gedichten, die die Leserinnen einsenden, welche für die Veroeffentlichung auswählt und, wenn nötig, redigiert. Und sie wollen, dass der Betreffende jeden Monat selbst ein kurzes Gedicht für die Titelseite schreibt. Für einen so einfachen Job ist die Bezahlung nicht schlecht. Natürlich ist es keine Ganztagsbeschäftigung. Aber sie könnten noch etwas Redaktionsarbeit dazulegen, wenn der Betreffende... Einfach? Unterbrach ich sie. Hey, Moment mal. Ich suche eine Stelle als Jurist, nicht als Lyriker. Ich dachte, auf der Oberschule hast du geschrieben. Klar, sicher. Für die Schülerzeitung. Welche Fußballmannschaft die Meisterschaft gewonnen hat oder dass der Physiklehrer die Treppe runtergefallen und im Krankenhaus gelandet ist. Solche Sachen. Keine Gedichte. Ich kann nicht dichten. Schon klar. Aber ich rede nicht von großer Dichtung. Nur was für Oberschülerinnen. Es brauchen keine Meisterwerke dabei herauszukommen. Was könntest du mit links? Meinst du nicht auch? Schau, ich kann einfach keine Gedichte schreiben. Weder mit links noch mit rechts. Das habe ich noch nie gemacht und ich habe nicht vor, jetzt damit anzufangen. Na schön, sagte Kumiko mit einem Anflug von Bedauern in der Stimme. Aber es ist nicht leicht, was im juristischen Bereich zu finden. Ich weiß. Deswegen strecke ich ja auch meine sämtlichen Fühler aus. Ich müsste diese Woche eigentlich was erfahren. Wenn es nichts wird, überlege ich mir, ob ich nicht etwas anderes tun sollte. Naja, das war alles. Ach übrigens, was ist heute? Welcher Wochentag? Ich dachte einen Augenblick nach und sagte, Dienstag. Gehst du dann bei der Bank vorbei und zahlst die Gas- und Telefonrechnung? Klar. Ich wollte sowieso gerade für heute Abend einkaufen gehen. Was soll es denn geben? Ich weiß noch nicht. Ich entscheide mich beim Einkaufen. Sie schwieg kurz. Wenn ich es mir überlege, sagte sie auf einmal ernsthaft, als gar nicht so sehr, dass du einen Job findest. Darauf war ich nicht gefasst gewesen. Wieso nicht? Fragte ich. Hatte sich die weibliche Weltbevölkerung den heutigen Tag ausgesucht, um mich am Telefon zu verblüffen? Früher oder später ist mit meinem Arbeitslosengeld Schluss. Ich kann nicht ewig weiter so rumhängen. Stimmt schon. Aber mit meiner Gehaltserhöhung und gelegentlichen Nebenjobs und unseren Ersparnissen können wir prima zurechtkommen, wenn wir ein bisschen aufpassen. Es ist nicht wirklich dringend. Geht es dir auf die Nerven, daheim zu bleiben und die Hausarbeit zu erledigen? Ich meine, geht dir dieses Leben so gegen die Natur? Ich weiß nicht. Sagte ich aufrichtig. Ich wusste es wirklich nicht. Na, dann denk ein bisschen drüber nach, sagte sie. Was anderes, ist der Kater inzwischen zurück? Der Kater. Ich hätte den ganzen Vormittag nicht an ihn gedacht. Nein, sagte ich. Noch nicht. Könntest du dich bitte ein wenig in der Nachbarschaft umsehen? Er ist jetzt seit über einer Woche weg. Ich gab einen unverbindlichen Grunzlaut von mir und wechselte den Hörer wieder in die linke Hand. Sie fuhr fort. Ich bin so gut wie sicher, dass er sich bei dem leerstehenden Haus am anderen Ende der Gasse herumtreibt. Den mit der Vogelplastik im Garten. Ich habe ihn schon mehrmals da gesehen. Gasse? Seit wann gehst du auf die Gasse? Du hast nie ein Wort gesagt. Oh je, ich muss weg. Haufen Arbeit zu erledigen. Denk an den Kater. Sie legte auf. Wieder stand ich da und starrte den Hörer an. Dann legte ich ihn auf die Gabel zurück. Ich fragte mich, was Kumiko auf der Gasse zu suchen gehabt haben mochte. Um von unserem Haus da hinzukommen, musste man über die Hohlblockmauer klettern. Und war das erst mal geschafft, hatte man überhaupt nichts davon da zu sein. Ich holte mir in der Küche ein Glas Wasser und ging dann hinaus auf die Veranda, um nach dem Fressnapf zu sehen. Das Häufchen Sardinen war seit letzten Abend nicht angerührt worden. Nein, der Kater war nicht zurückgekehrt. Ich stand da und sah unseren kleinen Garten an, in den die frühsommerliche Sonne hereinflutete. Nicht, dass unser Garten einer von der Sorte gewesen wäre, bei dessen Betrachtung man sich seelisch erquickt fühlt. Die Sonne kam täglich nur auf einen ganz kurzen Sprung vorbei, deswegen war die Erde immer schwarz und feucht. Und das Einzige, was wir an Gartenpflanzen besaßen, waren ein paar triste Hortensien, die in einer Ecke vor sich hinkümmerten. Und ich mag keine Hortensien. Nicht weit vom Haus stand eine Baumgruppe, und aus ihr konnte man den mechanischen Ruf eines Vogels hören, der so klang, als zöge er eine Feder auf. Wir nannten ihn den Aufziehvogel. Kumiko hatte ihn so getauft. Wir wussten nicht, wie er wirklich hieß oder wie er aussah, aber das störte den Aufziehvogel nicht. Jeden Tag kam er zur nahen Baumgruppe und zog die Feder unserer ruhigen kleinen Welt auf. Jetzt musste ich mich also auf Katerjagd begeben. Ich hatte Katzen immer schon gemocht, und ich mochte diesen bestimmten Kater. Aber Katzen haben ihre eigenen Vorstellungen vom Leben. Sie sind nicht dumm. Wenn eine Katze aufhörte, bei jemandem zu wohnen, dann bedeutete das einfach, dass sie beschlossen hatte, woanders hinzugehen. Sobald sie müde und hungrig war, würde sie schon zurückkommen. Trotzdem aber würde ich mich Kumiko zuliebe auf die Suche nach unserem Kater machen müssen. Ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Meinen Job hatte ich Anfang April aufgegeben. Den Juristenjob, den ich seit Ende meines Studiums gehabt hatte. Nicht, dass ich aus einem bestimmten Grund gekündigt hätte. Ich hatte nichts gegen die Arbeit. Sie war nicht gerade fesselnd, aber das Gehalt war in Ordnung und das Betriebsklima angenehm. Um es ganz offen zu sagen, war meine Funktion in der Firma die eines graduierten Laufburschen gewesen. Und ich war gut darin. Ich kann wohl sagen, dass ich eine echte Begabung für die Verrichtung von derlei praktischen Aufgaben habe. Ich merke mir Dinge schnell. Bin effizient, beklage mich nie und bin ein Realist. Was auch der Grund dafür ist, dass der Seniorpartner, der Vater in dieser Vater- und Sohn-Anwaltssozietät, als ich sagte, ich wollte kündigen, so weit ging mir eine kleine Gehaltsaufbesserung anzubieten. Aber ich kündigte trotzdem. Nicht, dass die Kündigung mir ermöglicht hätte, irgendwelche besonderen Träume oder beruflichen Aussichten zu realisieren. Das Letzte, wonach mir beispielsweise der Sinn gestanden hätte, wäre gewesen, mich im Haus einzuschließen und mich auf die Anwaltsprüfung vorzubereiten. Ich war sicherer denn je, dass ich kein Rechtsanwalt werden wollte. Aber ich wusste auch, dass ich nicht in dieser Kanzlei und auf diesem Posten bleiben wollte. Wenn ich kündigen wollte, war jetzt der Augenblick, es zu tun. Wenn ich noch länger in der Kanzlei bliebe, würde ich dort für den Rest meines Lebens bleiben. Schließlich war ich schon 30. Ich hatte Kumiko beim Abendessen gesagt, dass ich mit dem Gedanken spielte, meinen Job aufzugeben. Ich verstehe, war ihre einzige Reaktion gewesen. Ich wusste nicht, was sie damit meinte, aber eine Zeit lang sagte sie nichts weiter. Ich blieb auch stumm, bis sie hinzufügte, wenn du kündigen möchtest, solltest du kündigen. Es ist dein Leben. Und du solltest es so leben, wie du es für richtig hältst. Nachdem sie das gesagt hatte, vertiefte sie sich darin, mit ihren Essstäbchen Gräten aus dem Fisch zu zupfen und sie an den Rand des Tellers zu legen. Kumiko hatte als Redakteurin einer Zeitschrift für gesunde Ernährung ein sehr ordentliches Gehalt und gelegentlich übernahm sie von befreundeten Redakteuren anderer Zeitschriften Aufträge für Illustrationen, was einen schönen Zusatzverdienst brachte. Sie hatte auf dem College Design studiert und ursprünglich gehofft, freischaffende Illustratorin zu werden. Wenn ich kündigte, würde ich außerdem noch eine Zeit lang Arbeitslosenunterstützung beziehen, was bedeutete, dass wir, selbst wenn ich daheim blieb und mich nur um den Haushalt kümmerte, noch genug für Extras wie Essen gehen und Wäscherechnung haben würden und sich unser Lebensstil kaum ändern würde. Also hatte ich gekündigt. Ich war dabei, Lebensmittel in den Kühlschrank zu räumen, als das Telefon klingelte. Das Klingeln schien diesmal einen ungeduldigen Unterton zu haben. Ich hatte gerade eine Packung Tofu aufgerissen und stellte sie behutsam auf den Küchentisch, damit das Wasser nicht überschwappte. Dann ging ich ins Wohnzimmer und nahm ab. Inzwischen müssten sie ihre Spaghetti aufgegessen haben, sagte die Frau. Sie haben recht, aber jetzt muss ich die Katze suchen gehen. Es kann bestimmt zehn Minuten warten. Es ist nicht wie Spaghetti kochen. Aus irgendeinem Grund brachte ich es nicht fertig, einfach aufzulegen. Etwas in ihrer Stimme bannte meine Aufmerksamkeit. Okay, aber nicht mehr als zehn Minuten. Jetzt werden wir es schaffen, uns zu verstehen, sagte sie mit ruhiger Zuversicht. Ich spürte, wie sie es sich in einem Sessel bequem machte und die Beine kreuzte. Da bin ich aber gespannt, sagte ich. Das kann man in zehn Minuten schon groß verstehen. Zehn Minuten sind vielleicht länger, als Sie glauben, sagte sie. Sind Sie sicher, dass Sie mich kennen? Aber natürlich. Wir sind uns schon hunderte von Malen begegnet. Wo? Wann? Irgendwo, irgendwann, sagte sie. Aber wenn ich darauf eingehen wollte, würden zehn Minuten niemals genügen. Was zählt, ist die Zeit, die wir jetzt haben. Die Gegenwart. Meinen Sie nicht auch? Vielleicht. Aber ich hätte gern irgendeinen Beweis dafür, dass Sie mich wirklich kennen. Was denn für eine Art von Beweis? Sagen wir, wie alt ich bin. Dreißig, antwortete sie, wie aus der Pistole geschossen. Dreißig und zwei Monate. Überzeugt? Das brachte mich zum Schweigen. Offensichtlich kannte sie mich wirklich, aber an ihre Stimme konnte ich mich beim besten Willen nicht erinnern. Jetzt sind Sie dran, sagte sie mit verführerischer Stimme. Versuchen Sie, sich ein Bild von mir zu machen, anhand meiner Stimme. Stellen Sie sich vor, wie ich bin, mein Alter, wo ich bin, was ich anhabe. Los. Ich habe keine Ahnung, sagte ich. Ach, kommen Sie schon, sagte sie. Versuchen Sie es. Ich sah auf meine Uhr. Es waren erst eine Minute und fünf Sekunden vergangen. Ich habe keine Ahnung, wiederholte ich. Dann werde ich Ihnen eine kleine Hilfestellung geben, sagte sie. Ich liege auf dem Bett. Ich komme gerade aus der Dusche und ich habe nichts an. Oh, stark. Telefonsex. Oder wäre es Ihnen lieber, wenn ich etwas anhätte? Etwas mit Spitzen? Oder Strümpfe? Würde das bei Ihnen besser wirken? Es ist mir scheißegal, machen Sie, was Sie wollen, sagte ich. Ziehen Sie sich was an, bleiben Sie nackt, ganz wie Sie wollen. Tut mir leid, aber ich bin an solchen Telefonspielchen nicht interessiert. Ich habe noch einen Haufen Dinge zu. Zehn Minuten, sagte sie. Zehn Minuten werden Sie schon nicht umbringen. Sie werden es überleben. Beantworten Sie einfach meine Frage. Wollen Sie mich nackt oder mit was an? Ich habe die verschiedensten Dinge, die ich anziehen könnte. Schwarze Spitzenhöschen. Nackt ist okay. Also gut. Sie wollen mich nackt. Ja. Nackt. Gut. Vier Minuten. Mein Schamhaar ist noch nass, sagte sie. Ich habe mich nicht besonders gut abgetrocknet. Ich bin so nass. Warm und feucht und weich. Wunderbar weich und schwarz. Berühren Sie mich. Also, es tut mir leid, aber... Und auch da unten. Ganz, ganz unten. Es ist so warm da unten, wie Buttercreme. so warm, so warm. Und meine Beine. Was glauben Sie, wie ich die Beine gerade halte? Mein rechtes Knie steht hoch und mein linkes Bein ist gerade genug abgespreizt. Ich konnte an ihrer Stimme erkennen, dass sie kein Theater spielte. Sie hatte die Beine wirklich in fünf nach zehn Stellung gespreizt und ihr Geschlecht war warm und feucht. Berühren Sie die Schamlippen, sagte sie. Langsam. Jetzt öffnen Sie sie. Genau so. Langsam. Langsam. Liebkosen Sie sie mit den Fingern. Ganz, ganz langsam. Jetzt berühren Sie mit Ihrer anderen Hand meine linke Brust. Spielen Sie mit ihr. Streicheln Sie sie. Von unten herauf. Und drücken Sie die Brustwarze ein bisschen zusammen. Jetzt nur einmal. Und nochmal. Und nochmal. Bis ich fast krumme. Ohne ein Wort zu sagen, legte ich den Hörer auf. Ich streckte mich auf dem Sofa aus, starrte auf die Uhr und stieß einen langen, tiefen Seufzer aus. Unser Gespräch hatte nicht ganz sechs Minuten gedauert. Zehn Minuten später klingelte das Telefon wieder, aber ich nahm nicht ab. Es klingelte fünfzehn Mal. Und als es verstummte, senkte sich eine tiefe, kalte Stille über den Raum. Kurz vor zwei kletterte ich über die Hohlblockmauer und hinunter in die Gasse oder das, was wir die Gasse nannten. Es war keine Gasse im eigentlichen Sinne des Wortes, aber andererseits gab es wahrscheinlich gar kein Wort für das, was es war. Es war keine Straße, kein Weg, ja, nicht einmal ein Durchgang. Streng genommen sollte ein Durchgang ein längerer, begehbarer Zwischenraum mit einem Ein- und einem Ausgang sein, der einen, wenn man ihm folgt, irgendwo hinführt. Unsere Gasse hatte aber weder Ein- noch Ausgang. Man konnte sie nicht einmal als Sackgasse bezeichnen. Eine Sackgasse hat zumindest ein offenes Ende. Die Gasse war an beiden Enden zu. Die Leute des Viertels nannten sie nur in Ermangelung eines treffenderen Ausdrucks die Gasse. Sie war vielleicht 200 Meter lang und schlängelte sich zwischen den Gärten der Häuser hindurch, die sie an beiden Seiten säumten. Nirgendwo breiter als einen Meter, wies sie mehrere Stellen auf, an denen man sich seitwärts durchquetschen musste, weil Zäune in den Weg hineinragten oder allerlei Gerümpel, das die Leute dort hingeworfen hatten, den Weg versperrte. Von dieser Gasse erzählte man sich, ich hatte die Geschichte von meinem Onkel gehört, der uns unser Haus für einen lächerlich geringen Betrag vermietete, sie sei ursprünglich an beiden Enden offen gewesen und habe tatsächlich als Verbindungsweg zwischen zwei Straßen gedient. Aber Mitte der 50er Jahre waren im Zuge des lebhaften Wirtschaftswachstums auf den leer stehenden Grundstücken beidseits des Durchgangs reihenweise neue Häuser entstanden und hatten diesen immer mehr zusammengedrückt, bis von ihm nicht viel mehr als ein schmaler Pfad übrig geblieben war. Den Leuten war es nicht recht, dass Fremde so nah an ihren Häusern und Gärten vorbeigingen, und so dauerte es nicht lange, bis ein Ende des Weges mit einem eher bescheidenen Zaun abgesperrt, oder besser gesagt abgeschirmt wurde. Dann beschloss ein Anwohner, sein Grundstück zu erweitern und riegelte sein Ende der Gasse mit einer Mauer aus Hohlblocksteinen ab. Gleichsam als Reaktion darauf entstand am entgegengesetzten Ende ein Stacheldrahtverhau, sodass nicht einmal mehr Hunde durchkamen. Keiner der Nachbarn beschwerte sich, da keiner die Gasse als Durchgang benutzte und sich alle sogar über diesen zusätzlichen Schutz gegen Einbrecher freuten. So endete die Gasse als eine Art verlassener, ausgetrockneter Kanal. Kaum mehr als eine Pufferzone zwischen zwei Häuserzeilen. Spinnen spannten im hohen Bewuchs ihre klebrigen Netze aus. Warum hatte Kumiko einen solchen Ort aufgesucht? Ich selbst war diese Gasse lediglich zweimal abgegangen und Kumiko fürchtete sich normalerweise vor Spinnen. Ach zum Teufel, wenn Kumiko sagte, ich sollte auf die Gasse gehen und nach dem Krater suchen, dann würde ich immer auf die Gasse gehen und nach dem Krater suchen. Über alles Weitere konnte ich nachdenken, wenn es soweit war. Ein paar Schritte im Freien zu tun, war auf alle Fälle erheblich besser, als zu Hause herumzusitzen und darauf zu warten, dass das Telefon klingelte. Der grelle, frühsommerliche Sonnenschein übersprenkelte den Boden mit den harten Schatten der Äste, die sich über die Gasse reckten. So ohne Wind, der die Äste bewegt hätte, sahen die Schatten wie bleibende Verfärbungen aus, Muster, die sich unauslöschlich in das Plaster eingezeichnet hatten. An diesen Ort schienen keinerlei Geräusche zu dringen. Fast konnte ich die Grashalme im Sonnenlicht atmen hören. Ein paar Wölkchen schwebten am Himmel, scharf und klar umrissen, wie die Wolken auf mittelalterlichen Holzschnitten. Ich sah alles mit einer so unvorstellbaren Klarheit, dass sich mein Körper dagegen verschwommen und entgrenzt und flüssig anfühlte und heiß. Ich trug ein T-Shirt, eine dünne Baumwollhose und Tennisschuhe, aber wie ich so in der Sommersonne ging, spürte ich, dass sich unter meinen Achseln und in der Vertiefung meiner Brust ein dünner Schweißfilm bildete. T-Shirt und Hose waren in einem Karton voll Sommersachen eingepackt gewesen und als ich sie am Morgen herausgeholt hatte, war mir der scharfe Geruch von Mottenkugeln in die Nase gestiegen. Die Häuser, die die Gasse säumten, fielen unter zwei klar unterscheidbare Kategorien. Ältere Häuser und solche, die in jüngerer Zeit gebaut worden waren. Insgesamt waren die neueren Häuser kleiner und hatten entsprechend kleinere Gärten. Oft ragten die Trockenstangen in die Gasse hinein, so dass ich gelegentlich gezwungen war, mich zwischen Vorhängen von Handtüchern und Laken und Unterhemden hindurchzuschlängeln. Über manche Gartenmauern drangen deutlich die Geräusche laufender Fernsehgeräte und Klosettspülungen und der Geruch köchelnder Currygerichte. Die älteren Häuser dagegen erweckten kaum einen Eindruck von Bewohntsein. Sie waren durch wohlplatzierte Sträucher und Hecken abgeschirmt, zwischen denen ich flüchtige Ausblicke auf gepflegte Gärten erhaschte. In der Ecke eines Gartens stand ein alter, brauner, entnadelter Weihnachtsbaum. Ein anderes Grundstück war zur Enddeponie für alle nur erdenklichen Spielsachen geworden, offenbar die Überbleibsel verschiedener Kindheiten. Es gab Dreiräder und Wurfringe und Plastikschwerter, Gummibälle und Schildkrötenfiguren und kleine Baseballschläger. Ein Garten hatte einen Basketballkorb vorzuweisen und ein anderer einen Keramiktisch, um den schöne Gartenstühle gruppiert waren. Die weißen Stühle waren mit Schmutz überkrustet, als seien sie seit Monaten oder sogar Jahren nicht mehr benutzt worden. Die Tischplatte war mit lavendelfarbenen Magnolienblättern bedeckt, die der Regen niedergeschlagen hatte. Durch eine Windfangtür aus Aluminium hatte ich einen guten Einblick in ein Wohnzimmer. Ich sah eine ledergepolsterte Sitzgarnitur, einen großen Fernseher, einen Sideboard, auf dem ein Aquarium mit tropischen Fischen und zwei nicht näher erkennbare Trophäen standen und eine dekorative Stehlampe. Der Raum sah aus wie die Kulisse eines TV-Films. Ein großer Teil eines weiteren Gartens wurde von einer riesigen Hundehütte beansprucht, aber vom Hund selbst war nichts zu sehen und die Tür der Hütte stand offen. Das Gitter der Tür war nach außen ausgebeult, als habe sich jemand monatelang dagegen gelehnt. Das leerstehende Haus, von dem Kumiko gesprochen hatte, kam direkt nach dem Grundstück mit der riesigen Hundehütte. Ein Blick genügte, um zu erkennen, dass es unbewohnt war, und das schon seit einiger Zeit. Es war ein zweigeschossiges, verhältnismäßig neues Gebäude, aber die Fensterläden sahen stark verwittert aus und die Gitter an den Fenstern des ersten Stocks waren mit Roststellen übersät. Zum Haus gehörte ein heimeliger kleiner Garten, in dem tatsächlich die Steinplastik eines Vogels stand. Die Plastik ruhte auf einem brusthohen Sockel und war von dichtem Unkraut umgeben. Hohe Goldrautenstänge reichten bis fast an die Füße des Vogels. Das Tier, ich hatte keine Ahnung, was für eine Art Vogel es darstellen sollte, hatte die Flügel ausgebreitet, als wollte es diese ungastliche Stätte so schnell wie möglich hinter sich lassen. Abgesehen von der Statue war der Garten vollkommen schmucklos. An der Hausmauer stand ein Stapel von alternden Plastikgartenstühlen und daneben trug ein Azaleenbusch seine Blüten zur Schau, deren leuchtend rote Farbe seltsam unwirklich aussah. Ansonsten überall Unkraut. Ich lehnte mich gegen den brusthohen Maschendrahtzaun und betrachtete für eine Weile den Garten. Er hätte eigentlich ein wahres Paradies für Katzen sein müssen, aber momentan war von Katzen nichts zu sehen. Auf der Fernsehantenne hockte eine einsame Taube und untermalte die Szene mit ihrem eintönigen Ruf. Der Schatten des steinernen Vogels fiel auf das umgebende Unkraut und zersprang in tausend Scherben. Ich holte ein Zitronenbonbon aus der Tasche, wickelte es aus und steckte es mir in den Mund. Ich hatte meine Kündigung zum Anlaß genommen, das Rauchen aufzugeben, dafür hatte ich jetzt immer eine Tüte Zitronenbonbons bei mir. Kumiko sagte, ich sei nach den Dingern süchtig und warnte mich, dass ich bald den Mund voll Karies haben würde, aber ich brauchte nun einmal meine Zitronenbonbons. Während ich da stand und den Garten betrachtete, setzte die Taube auf der Fernsehantenne ihr regelmäßiges Gegurre fort, wie ein Buchhalter, der ein Bündel Rechnungen abstempelt. Ich weiß nicht, wie lange ich so gegen den Zaun gelehnt dastand, aber ich erinnere mich, mein Zitronenbonbon auf den Boden gespuckt zu haben, als es mir halb aufgelöst den Mund mit seiner klebrigen Süße füllte. Ich hatte gerade den Blick auf den Schatten des Steinvogels gerichtet, als ich spürte, dass mich jemand von hinten anrief. Ich drehte mich um und sah im Garten auf der anderen Seite der Gasse ein Mädchen stehen. Sie war klein und hatte das Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie trug eine dunkle Sonnenbrille mit bernsteinfarbener Fassung und ein hellblaues, ärmelloses T-Shirt. Die Regenzeit war gerade erst vorbei, aber es war ihr gelungen, ihren schlanken Armen einen hübschen, gleichmäßigen Goldton zu verschaffen. Sie hatte eine Hand in die Tasche ihrer Shorts gesteckt, die andere ruhte auf dem Querstab eines hüfthohen Bambustörchens, das sicher keine allzu stabile Stütze abgab. Wir waren keinen Meter voneinander entfernt. »Heiß!«, sagte sie zu mir. »Stimmt, ja.« antwortete ich. Nach diesem kurzen Meinungsaustausch stand sie einfach so da und sah mich an. Dann holte sie eine Schachtel Hope ohne Filter aus der Hosentasche, zog eine Zigarette heraus und steckte sie sich zwischen die Lippen. Sie hatte einen kleinen Mund mit einer leicht aufgeworfenen Oberlippe. Sie riß ein Streichholz an und zündete sich die Zigarette an. Als sie den Kopf zur Seite neigte, schwang ihr Haar zurück und legte ein schön geformtes Ohr bloß, so glatt wie gerade erst gemacht, von einer flaumigen Lichtkontur umgeben. Sie schnippte das Streichholz fort und stieß aus geschürzten Lippen Rauch hervor. Dann sah sie mich an, als habe sie in der Zwischenzeit vergessen, dass ich da war. Ihre Augen konnte ich durch die dunklen, spiegelnden Gläser ihrer Sonnenbrille nicht erkennen. »Wohnen Sie hier in der Gegend?«, fragte sie. »Hmh.« Ich wollte in die Richtung unseres Hauses zeigen, aber ich hatte auf dem Weg hierher so oft die Richtung gewechselt, dass ich nicht mehr genau wusste, wo ich war, also deutete ich schließlich aufs Gratewohl. »Ich suche meine Katze,« erklärte ich und wischte mir eine verschwitzte Handfläche an der Hose ab. »Sie ist seit einer Woche verschwunden. Jemand hat sie irgendwo hier gesehen.« »Was ist das für eine Katze?« »Ein großer Kater, braun getigert, Schwanzspitze leicht gebogen.« »Name?« »Noboru.« »Noboru Wataya.« »Nein, nicht Ihr Name, der vom Kater.« »Das ist der Name meines Katers.« »Ach, sehr eindrucksvoll.« »Na ja, also eigentlich ist es der Name meines Schwagers. Der Kater erinnert uns irgendwie an ihn. Wir haben den Kater nach ihm getauft, nur zum Spaß.« »Inwiefern erinnert Sie der Kater an ihn?« »Ich weiß nicht. Nur so im Allgemeinen. Es ist eine Art zu gehen. Und er hat so einen ausdruckslosen Blick.« Jetzt lächelte sie zum ersten Mal, wodurch sie ein ganzes Stück kindlicher aussah, als sie anfangs gewirkt hatte. Sie konnte nicht älter als fünfzehn oder sechzehn sein. Durch ihre leichte Kräuselung beschrieb ihre Oberlippe eine seltsame Aufwärtskurve. Mir war, als hörte ich eine Stimme. »Berühren Sie mich.« Die Stimme der Frau am Telefon. Ich wischte mir mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. »Ein braungetigerter Kater mit gebogenem Schwanz,« sagte das Mädchen. »Hm. Hat er ein Halsband oder so?« »Ein schwarzes Flohrhalsband.« Sie stand zehn oder fünfzehn Sekunden nachdenklich da, die Hand noch immer auf das Gartentor gestützt. Dann ließ sie die halb gerauchte Zigarette fallen und zertrat sie unter ihrer Sandale. »Vielleicht habe ich wirklich eine solche Katze gesehen,« sagte sie. »Ob sie einen gebogenen Schwanz hatte, weiß ich nicht, aber es war eine braune Tigerkatze, groß, und ich glaube, sie hatte ein Halsband.« »Wann hast du sie gesehen?« »Tja, wann habe ich sie gesehen?« »Hm. Höchstens drei, vier Tage her. Unser Garten ist so eine Art Durchgangsstraße für die Katzen der Umgegend. Sie ziehen hier alle durch, von den Takitanis rüber zu den Miyawakis.« Sie deutete auf das unbewohnte Haus, wo der steinerne Vogel noch immer seine Flügel ausbreitete, die hoch aufgeschossene Goldraute noch immer die Frühsommersonne einfing und die Taube auf der Fernsehantenne noch immer monoton vor sich hingurte. »Ich habe eine Idee,« sagte sie. »Warum warten Sie nicht hier? Alle Katzen kommen früher oder später auf dem Weg zu den Miyawakis bei uns durch, und wenn jemand sie hier so herumlungern sieht, ruft er bestimmt noch die Bullen.« Ich zögerte. »Keine Sorge,« sagte sie. »Außer mir ist niemand da. Wir können uns in die Sonne setzen und zusammen darauf warten, dass der Kater aufkreuzt. Ich werde Ihnen helfen.« Ich sah auf meine Uhr. Zwei Uhr sechsundzwanzig. Das Einzige, was ich bis zum Dunkelwerden noch zu erledigen hatte, war, die Wäsche hereinzuholen und das Abendessen vorzubereiten. Ich ging durch das Tor hinein und folgte dem Mädchen über den Rasen. Sie zog das rechte Bein leicht nach. Sie machte ein paar Schritte, blieb stehen und drehte sich nach mir um. »Ich bin von einem Motorrad hinten aus dem Sattel geworfen worden,« sagte sie, als sei es kaum der Rede wert. Dort, wo der Rasen endete, ragte eine große Eiche empor. Unter dem Baum standen zwei stoffbespannte Liegestühle. Auf einem von beiden war ein blaues Badetuch ausgebreitet, auf dem anderen lagen eine unangebrochene Schachtel Hope ohne, ein Aschenbecher und Feuerzeug, eine Zeitschrift und ein riesiger Ghetto-Blaster. Der Ghetto-Blaster spielte in niedriger Lautstärke Hard Rock. Sie schaltete die Musik aus und räumte den Liegestuhl für mich frei, indem sie alles ins Gras fallen ließ. Vom Liegestuhl aus konnte ich in den Garten des leerstehenden Hauses sehen, auf den steinernen Vogel, die Goldraute, den Maschendrahtzaun. Das Mädchen hatte mich wahrscheinlich, solange ich dagewesen war, beobachtet. Der Garten dieses Hauses war sehr groß, er hatte einen breiten, abschüssigen Rasen, auf dem verstreut Gruppen von Bäumen standen. Links von den Liegestühlen bot ein ziemlich großer, betonierter Teich seinen leeren Bauch der prallen Sonne dar. Nach der grünlichen Färbung des Betons zu urteilen, war schon seit einiger Zeit kein Wasser mehr darin gewesen. Wir saßen mit dem Rücken zum Haus, das durch eine Zeile von Bäumen hindurch sah. Das Haus war weder groß noch besonders aufwendig gebaut, nur der Garten allein, fragte ich. Ja, immer. Außer morgens und abends, da kommt ein Dienstmädchen. Tagsüber bin nur ich da. Allein. Möchten Sie was Kaltes zu trinken? Wir haben Bier. Nein, danke. Wirklich nicht? Nur keine Hemmungen? Ich schüttelte den Kopf. Gehst du nicht zur Schule? Gehen Sie nicht arbeiten? Hab keine Arbeit. Job verloren? So ungefähr. Ich hab vor ein paar Wochen gekündigt. Was war das für ein Job? Ich war Laufbursche in einer Anwaltskanzlei. Ich musste Dokumente von verschiedenen Behörden holen, Material ordnen, nach Präzedenzfällen suchen, Prozesse vorbereiten, solche Sachen eben. Aber Sie haben gekündigt? Ja. Hat Ihre Frau einen Job? Hat sie. Die Taube von gegenüber hatte offenbar ihr Gugre eingestellt und sich anderswohin verfügt. Plötzlich merkte ich, dass mich tiefe Stille umgab. Direkt da drüben ist die Stelle, wo die Katzen durchziehen, sagte sie und deutete zum Rand des Rasens. Sehen Sie den Müllverbrenner im Garten der Takitanis? Sie kommen an der Stelle unter dem Zaun durch, laufen durchs Gras unter dem Tor raus, und dann über den Weg zum Garten gegenüber. Sie nehmen immer dieselbe Route. Sie schob sich die Sonnenbrille in die Stirn, später aus zusammengekniffenen Augen über den Rasen hinweg, nahm dann die Brille wieder herunter und stieß dabei eine Rauchwolke aus. In der Zwischenzeit sah ich, dass sie neben dem linken Auge eine Schnittwunde von vielleicht fünf Zentimetern länger hatte, eine Wunde, die wahrscheinlich eine bleibende Narbe hinterlassen würde. Die dunkle Sonnenbrille hatte wahrscheinlich den Zweck, die Verletzung zu verbergen. Das Gesicht des Mädchens war nicht eigentlich schön, aber es hatte etwas Anziehendes, wahrscheinlich durch die lebhaften Augen und die ungewöhnliche Form der Lippen. »Haben Sie schon von den Miyawakis gehört?« fragte sie. »Nein, nichts«, sagte ich. »Das sind die, die früher in dem leerstehenden Haus wohnten, eine sehr noble Familie. Sie hatten zwei Töchter, beide in einer privaten Mädchenschule. Herr Miyawaki war Besitzer von ein paar Familienrestaurants. »Warum sind Sie ausgezogen?« »Vielleicht hatte er Schulden. Es sah fast so aus, als würden sie weglaufen, haben sich eines Nachts einfach davongeschlichen. Vor ungefähr einem Jahr, würde ich sagen, haben das Feld geräumt und das Haus dem Schimmel und den Katzen überlassen. Meine Mutter beklagt sich andauernd. »Sind da drüben wirklich so viele Katzen?« Die Zigarette zwischen den Lippen hob das Mädchen die Augen zum Himmel. »Von jeder Sorte, welche mit Haarausfall, welche mit nur einem Auge und da, wo das andere Auge war, einem Klumpen von blutigem Fleisch. Korz!« Ich nickte. »Ich hab eine Verwandte, die sechs Finger an jeder Hand hat. Sie ist nur ein bisschen älter als ich. Neben dem kleinen Finger hat sie noch so ein extra Dings, wie ein Babyfinger. Sie kann ihn aber so weggeklappt halten, dass die meisten Leute gar nichts davon merken. Sie ist wirklich hübsch.« Ich nickte wieder. »Glauben Sie, das liegt in der Familie? Dass es, wie sagt man, zur Abstammung gehört?« »Ich weiß nicht viel über Erbanlagen.« Sie hörte auf zu reden. Ich lutschte an meinem Zitronenbonbon und starrte unverwandt auf den Katzenpfad. Bislang hatte sich nicht eine einzige Katze blicken lassen. »Wollen Sie wirklich nichts trinken?« fragte sie. »Ich hol mir eine Coke.« Ich sagte, ich hätte keinen Durst. Sie stand von ihrem Liegestuhl auf und verschwand, ihr schlimmes Bein leicht nachziehend zwischen den Bäumen. Ich hob ihre Zeitschrift vom Gras auf und blätterte ein wenig darin herum. Zu meiner großen Überraschung sah ich, dass es ein Herrenmagazin war, eins von den Hochglanzmonatsheften. Die Frau auf dem Aufklappfoto trug ein dünnes Höschen, durch das man den Schlitz und die Schamhaare sah. Sie saß auf einem Hocker und hielt die Beine in einem abenteuerlichen Winkel gespreizt. Seufzend legte ich das Heft zurück, verschränkte die Hände auf der Brust und konzentrierte mich wieder auf den Katzenpfad. Es verging sehr viel Zeit, bis das Mädchen mit einer Coke in der Hand zurückkam. Die Hitze machte mir allmählich zu schaffen. So in der prallen Sonne spürte ich, wie mein Gehirn zunehmend eintrübte. Das Letzte, wozu ich jetzt Lust hatte, war nachzudenken. Sagen Sie mir eins, nahm sie ihr Geplauder von vorhin wieder auf, wenn sie in ein Mädchen verliebt wären, und es stellte sich raus, dass sie sechs Finger hat. Was würden sie tun? Sie an den Zirkus verkaufen, antwortete ich. Ernsthaft? Nein, natürlich nicht, sagte ich. Das sollte ein Witz sein. Ich glaube nicht, dass mich das stören würde. Selbst wenn ihre Kinder das erben könnten? Ich dachte einen Augenblick darüber nach. Nein, ich glaube wirklich nicht, dass mich das stören würde. Was würde ein Extrafinger schon ausmachen? Und was, wenn sie vier Brüste hätte? Auch darüber dachte ich kurz nach. Ich weiß nicht. Vier Brüste, das konnte ja ewig so weiter gehen. Ich beschloss, das Thema zu wechseln. Wie alt bist du? fragte ich. Sechzehn, sagte sie. Gerade geworden, erstes Jahr Oberschule. Fehlst du da schon lange? Wenn ich zu viel laufe, tut mir das Bein weh. Und ich habe diese Narbe am Auge. Meine Schule ist sehr streng. Die würden wahrscheinlich ganz schön nerven, wenn sie herausbekeben, dass ich vom Motorrad gefallen bin. Also bin ich einfach krank. Ich könnte ein ganzes Jahr aussetzen. Ich habe es nicht eilig, in die nächste Klasse zu kommen. Kann ich mir vorstellen, sagte ich. Aber was sie vorhin gesagt haben, dass sie nichts dagegen hätten, ein Mädchen mit sechs Fingern zu heiraten, aber eins mit vier Brüsten schon. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Warum wissen sie es nicht? Ich weiß nicht. Es ist schwer, sich so was vorzustellen. Können sie sich jemand mit sechs Fingern vorstellen? Klar, ich denke schon. Also warum nicht mit vier Brüsten? Wo ist da der Unterschied? Ich dachte wieder einen Augenblick darüber nach, aber mir fiel keine Antwort ein. Stelle ich zu viele Fragen? Sagen das die Leute zu dir? Ja, manchmal. Ich wandte mich wieder zum Katzenpfad. Was zum Teufel hatte ich hier eigentlich verloren? Während der ganzen Zeit hatte sich nicht eine Katze blicken lassen. Die Hände noch immer auf der Brust verschränkt, machte ich die Augen für vielleicht 30 Sekunden zu. Ich spürte, wie sich an verschiedenen Stellen meines Körpers Schweiß bildete. Die Sonne ergoß ich in mich mit einer seltsamen Schwere. Jedes Mal, wenn das Mädchen ihr Glas bewegte, klirrte das Eis darin wie eine Kuhglocke. Schlafen Sie ruhig, wenn Sie möchten, flüsterte sie. Ich weck Sie, wenn eine Katze aufkreuzt. Ohne die Augen zu öffnen, nickte ich schweigend. Die Luft stand. Es war vollkommen still. Die Taube war längst verschwunden. Ich mußte unentwegt an die Frau am Telefon denken. Kannte ich sie wirklich? Weder ihre Stimme noch ihre Art zu sprechen hatten sich im entferntesten vertraut angehört, aber dass sie mich kannte, stand außer Zweifel. Es hätte genauso gut eine Szene von Dekiriko sein können, der lange Schatten der Frau, der sich quer über eine leere Straße legte und sich mir entgegen reckte. Aber die Frau selbst ganz woanders, an einem Ort auch wirklich hörte. Nein, ich schlafe nicht, sagte ich. Kann ich näher ran? Es ist einfacher, wenn ich weiter so leise spreche. Mir recht, sagte ich, die Augen noch immer geschlossen. Sie rückte ihren Liegestuhl näher, bis er mit einem trockenen, hölzernen Klack gegen meinen stieß. Merkwürdig, die Stimme des Mädchens klang völlig verschieden, je nachdem, ob ich die Augen offen oder geschlossen hatte. Kann ich reden? Ich bin ganz leise und sie brauchen nicht zu antworten, sie dürfen sogar einschlafen, das stört mich nicht. Okay, sagte ich. Wenn Leute sterben, das ist schick. Ihr Mund war jetzt dicht neben meinem Ohr, so daß die Worte sich zusammen mit ihrem warmen feuchten Atem in mich einschlichen. Wieso das? fragte ich. Sie legte mir einen Finger auf die Lippen, wie um sie zu versiedeln. Keine Fragen, sagte sie, und die Augen zulass. Okay? Mein Nicken war so sparsam wie ihre Stimme. Sie nahm den Finger von meinen Lippen und legte ihn auf mein Handgelenk. Ich wollte, ich hätte ein Skalpell. Ich würde das Ding aufschneiden und reingucken. Nicht die Leiche, den Klumpen Tod. Es muss bestimmt so was geben, etwas Rundes und Glibriges, wie ein Softball, mit einem harten kleinen Kern von toten Nerven. Ich möchte das aus einem Toten rausholen und aufschneiden und reingucken. Ich frage mich immer, wie es wohl aussieht. Vielleicht ist es ganz hart, wie Zahnpasta, die in der Tube eingetrocknet ist. So muss es sein, meinen sie nicht? Nein, nicht antworten. Es ist an der Außenseite glibbrig und je tiefer man kommt, desto härter wird es. Ich möchte das glibbrige Zeug rausholen, mich mit einem Skalpell und so was wie einem Spatel durcharbeiten und je näher man an das Zentrum kommt, desto härter wird das Glibber Zeugs, bis man diesen winzigen Kern erreicht. Er ist so winzig, wie eine kleine Kugellagerkugel und richtig hart. So muss er sein, meinen sie nicht? Sie räusperte sich ein paar Mal. Ich denke neuerdings an nichts anderes, muss daran liegen, dass ich jeden Tag so viel Zeit totzuschlagen habe. Wenn man nichts zu tun hat, kriegt man auf die Dauer richtig unheimlich abgefahrene Gedanken, so abgefahren, dass man ihnen gar nicht bis zu Ende folgen kann. Sie nahm den Finger von meinem Handgelenk und trank den Rest ihrer Cola aus. Am Klang der Eiswürfel erkannte ich, dass das Glas leer war. Machen Sie sich keine Gedanken wegen des Kraters. Ich halte nach ihm Ausschau. Ich sag's Ihnen schon, wenn Noboru Wataya aufkreuzt. Lass nicht die Augen zu. Ich bin sicher, dass Noboru Wataya hier irgendwo in der Gegend herum spaziert. Er wird jeden Augenblick hier sein. Er ist schon auf dem Weg hierher. Ich weiß, dass er schon auf dem Weg ist. Durch das Gras unter dem Zaun durch, kleine Pause hier und da, um an den Blumen zu schnuppern. Langsam aber sicher kommt Noboru Wataya immer näher. Denken Sie so an ihn. Stellen Sie ihn sich so vor. Ich versuchte mir, den Kater bildlich vorzustellen, aber das Beste, was ich zustande brachte, war eine verschwommene Gegenlicht Aufnahme. Das Sonnenlicht, das durch meine Augenlider drang, verwirrte und verwischte meine innere Dunkelheit, was es mir genaue Vorstellung des Katers herauf zu beschwören. Was ich stattdessen produzierte, war ein missglücktes Porträt, eine seltsame, verzerrte Collage, die in bestimmten Details eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Original aufwies, an der aber die wichtigsten Merkmale fehlten. Ich konnte mir nicht einmal vergegenwärtigen, wie der Kater aussah, wenn er ging. Das Mädchen legte wieder den Finger auf mein Handgelenk und zeichnete mit der Diagramm von unklarer Form. Gleichsam als Reaktion darauf begann sich eine neuartige, von der Dunkelheit, die ich bis zu diesem Moment gewahrt hatte, qualitativ verschiedene Finsternis in mein Bewusstsein zu graben. Ich war wahrscheinlich am Einschlafen. Ich wollte es nicht, aber ich konnte mich in keiner Weise dagegen wehren. Mein Körper fühlte sich wie ein Leichnam an, der Leichnam eines anderen, der in der Stoffbespannung des Liegestuhls versank. In der Finsternis sah ich die vier Beine Noboru Watayas, vier lautlose braune Beine auf vier weichen Pfoten mit schwellenden gummiartigen Ballen, Beine, die unhörbar irgendwo die Erde beschritten. Aber wo? Zehn Minuten, länger wird's nicht dauern. Sagte die Frau am Telefon. Nein, sie mußte sich irren. Manchmal sind zehn Minuten keine zehn Minuten. Sie können sich in die Länge ziehen oder zusammenschrumpfen. Das wußte ich ganz sicher. Als ich aufwachte, war ich allein. Das Mädchen war verschwunden. Ihr Liegestuhl berührte noch immer meinen. Das Handtuch und die Zigaretten und das Magazin lagen noch da. Aber das Glas und der Ghetto Blaster waren weg. Die Sonne stand jetzt schon im Westen und der Schatten eines Astes der Eiche war mir über die Knie gekrochen. Meine Uhr zeigte Viertel nach vier. Ich richtete mich auf und sah mich um. Breiter Rasen, trockener Teich, Zaun, steinerner Vogel, Ebenso wenig vom Mädchen. Ich richtete die Augen auf den Katzenpfad und wartete darauf, dass das Mädchen wieder käme. Zehn Minuten verstrichen und weder der Kater noch das Mädchen ließen sich blicken. Nichts rührte sich. Ich hatte das Gefühl, während des Schlafes entsetzlich gealtert zu sein. Ich stand auf und sah zum Haus hinüber, aber nichts deutete auf die Anwesenheit von den Glanz der westlichen Sonne. Ich gab es auf zu warten und ging über den Rasen zurück auf die Gasse und machte mich auf den Heimweg. Ich hatte den Kater nicht gefunden, aber ich hatte getan, was ich konnte. Zu Hause holte ich die Wäsche herein und bereitete ein einfaches Abendessen vor. Um halb sechs klingelte das Telefon zwölf Mal, aber ich nahm nicht ab. Noch lange nachdem das Klingeln verstummt war, hielt sich der Klang der Glocke im abendlichen Düster des Zimmers wie in der Luft schwebender Staub. Mit den Spitzen ihrer harten Krallen klickte die Tischuhr auf ein durchsichtiges Brett, das im Raum schwebte. Warum konnte ich nicht ein Gedicht über den Aufziehvogel schreiben? Die Idee sagte mir zu, aber die erste Zeile wollte und wollte nicht kommen. Wie hätte auch ein Gedicht über einen Aufziehvogel Oberschülerinnen gefallen können? Kumiko kam erst um halb acht nach Haus. Seit einem Monat kam sie immer später und später. Es war keine Seltenheit, dass es nach acht, manchmal sogar nach zehn wurde. Jetzt, wo ich zu Hause war und das Essen vorbereitete, brauchte sie sich nicht mehr so zu beeilen. Sie hatte sowieso zu wenig Mitarbeiter und vor kurzem hatte sich einer ihrer Kollegen auch noch krank gemeldet. Tut mir leid, sagte sie. Die Arbeit wurde einfach nicht fertig und dieses Teilzeit Mädchen ist absolut unbrauchbar. Ich ging in die Küche und machte mich ans Kochen. In Butters sortierten Fisch, Salat und Miso-Suppe. Kumiko saß am Küchentisch und relaxte. Wo warst du um halb sechs? fragte sie. Ich habe versucht, dich anzurufen, um zu sagen, dass es spät werden würde. Die Butter war alle, ich bin noch rasch in den Laden gegangen, log ich. Warst du auf der Bank? Klar. Und der Kater? Hab ihn nicht gefunden. Ich bin zum leerstehenden Haus gegangen, wie du gesagt hattest, aber da war keine Spur von ihm zu sehen. Ich wette, er ist noch weiter gelaufen. Sie sagte nichts. Als ich nach der abendlichen Dusche aus dem Badezimmer herauskam, saß Kumiko bei ausgeschaltetem Licht im Wohnzimmer. So im Dunkeln zusammengekauert, sah sie in ihrem grauen Hemd wie ein Gepäckstück aus, das man am falschen Ort abgestellt hatte. Ich setzte mich Kumiko gegenüber auf das Sofa und frottierte mir mit einem Handtuch die nassen Haare. Mit kaum hörbarer Stimme sagte sie, ich bin sicher, der Kater ist tot. Sei nicht albern, erwiderte ich, ich bin sicher, der amüsiert sich irgendwo königlich, sobald er Hunger hat, kommt er wieder nach Hause. Das ist doch schon mal passiert, weißt du noch, als wir in Koenji wohnten. Diesmal ist das anders, sagte sie, diesmal irrst du dich, ich weiß es. Der Kater ist tot, er verwest irgendwo in einem Grastuf. Hast du dich auf dem Grundstück auch genau umgesehen? Nein, das Haus mag leer stehen, aber es gehört irgendjemandem, ich kann er nicht einfach rein spazieren. Wo hast du dann nach dem Kater gesucht? Ich wette, du hast es nicht mal versucht, deswegen hast du ihn nicht gefunden. Ich seufzte und rubbelte mir wieder das Haar mit dem Handtuch. Ich wollte etwas sagen, aber dann merkte ich, Kumiko weinte. Das war verständlich, Kumiko liebte den Kater. Er war seit kurz nach unserer Heirat bei uns gewesen. Ich warf mein Handtuch im Bad in den Wäschekorb und ging dann in die Küche, um mir ein kaltes Bier zu holen. Was für ein idiotischer Tag das gewesen war, ein idiotischer Tag eines idiotischen Monats, eines idiotischen Jahres. Noboru Wataya, wo bist du? Hat der Aufziehvogel vergessen, dich aufzuziehen? Die Worte kamen mir wie Zeilen eines Gedichts in den Sinn. Noboru Wataya, wo bist du? Hat der Aufziehvogel vergessen, dich aufzuziehen? Ich hatte mein Bier zur Hälfte ausgetrunken, als das Telefon zu klingeln anfing. Nimmst du ab? Rief ich in die Dunkelheit des Wohnzimmers. Ich nicht, sagte sie. Nimm du ab. Ich hab keine Lust. Das Telefon klingelte immer weiter, rührte den Staub auf, der in der Dunkelheit schwebte. Keiner von uns beiden sagte ein Wort. Ich trank mein Bier und Kumiko weinte lautlos weiter. Ich zählte zwanzig Klingelzeichen und gab es dann auf. Es hatte keinen Sinn, ewig weiter zu zählen. Vollmond und Sonnenfinsternis von Pferden, die in den Ställen sterben. Und ist es für einen Menschen überhaupt möglich, einen anderen vollkommen zu verstehen? Wir können unendlich viel Zeit und Energie in den ernsthaften Versuch investieren, einen anderen Menschen kennen zu lernen. Aber wie weit können wir uns dessen innerstem Wesen, dessen Essenz letzten Endes nähern? Wir reden uns ein, den anderen gut zu kennen. Aber wissen wir wirklich, von wem auch immer, etwas, was von Bedeutung wäre? Eine Woche, nachdem ich meine Stelle in der Anwaltskanzlei aufgegeben hatte, fing ich an, ernsthaft über solche Dinge nachzudenken. Bis dahin hatte ich mich niemals, mein ganzes Leben lang nicht mit derlei Fragen beschäftigt. Und warum nicht? Wahrscheinlich, weil ich schon alle Hände voll damit zu tun gehabt hatte, zu leben. Ich war einfach zu beschäftigt gewesen, um über mich selbst nachzudenken. Der Auslöser war ein triviales Ereignis, wie eben die meisten wichtigen Dinge auf der Welt geringfügige Anfänge haben. Eines Morgens, nachdem Kumiko, wie an jedem Arbeitstag das Frühstück hinunter geschlungen hatte und aus dem Haus gehetzt war, steckte ich die Wäsche in die Waschmaschine, machte das Bett, spülte das Geschirr und ging mit dem Staubsauger durch die Wohnung. Dann setzte ich mich mit dem Kater auf die Veranda und sah die Stelleninserate und die Sonderangebote durch. Als es Mittag wurde, aß ich und ging dann zum Supermarkt. Dort kaufte ich Lebensmittel für das Abendessen und aus einem Regal mit Sonderangeboten Waschmittel, Reinigungstücher und Toilettenpapier. Wieder zu Hause bereitete ich das Abendessen vor und legte mich dann, bis Kumiko zurückkäme mit einem Buch auf das Sofa. Neuerdings ohne Anstellung fand ich dieses Leben durchaus erfrischend. Nicht mehr in überfüllten U-Bahn-Zügen pendeln müssen, keine Leute mehr sehen müssen, die ich nicht sehen wollte. Und das Allerbeste war, ich konnte jedes mir passende Buch lesen, wann immer ich wollte. Ich hatte keine Ahnung, wie lange dieses entspannte Leben so weitergehen würde, aber einstweilen wenigstens nach der ersten Woche genoss ich es und ich gab mir alle Mühe nicht an die Zukunft zu denken. Dies war der einzige richtige große Urlaub meines Lebens. Irgendwann musste er zwangsläufig zu Ende gehen, aber bis dahin war ich fest entschlossen, ihn zu genießen. An diesem bestimmten Abend gelang es mir allerdings nicht, mich ganz der Freude des Lesens hinzugeben, weil Kumiko sich verspätete. Sie war früher nie später als halb sieben von der Arbeit zurückgekommen und wenn sie voraussah, dass es auch nur zehn Minuten später werden würde, informierte sie mich immer rechtzeitig. So war sie eben, fast zu gewissenhaft. Aber dieser Tag war eine Ausnahme. Sie war nach sieben noch immer nicht da und es kam auch kein Anruf. Das Fleisch und die Gemüse waren so weit fertig, dass ich mich in dem Augenblick da Kumiko nach Haus kam, ans kochen machen konnte. Nicht, dass ich ein besonders lukullisches Mahl geplant hätte. Ich würde und mit Sojasauce und einem Schluck Bier ablöschen. Ein Rezept aus meiner Junggesellenzeit. Der Reis war gar, die Miso-Suppe war warm und die Gemüse waren geschnitten und in verschiedenen Häufchen auf einem großen Teller angerichtet, bereit für den Wok. Es fehlte nur noch Kumiko. Ich war hungrig genug, um mit dem Gedanken zu spielen, mir meine eigene Portion zu kochen und allein zu essen, aber so weit wollte ich denn doch nicht gehen. Es wäre einfach nicht anständig gewesen. Ich saß am Küchentisch, nippte an einem Bier und knabberte ein paar leicht angeweichte Cracker, die ich ganz hinten im Schrank gefunden hatte. Ich sah dem kleinen Zeiger der Uhr zu, wie er auf die halb 8 Stellung zukroch und sie dann langsam hinter sich ließ. waren Blut unterlaufen, ein schlechtes Zeichen. Wenn sie rote Augen hatte, war immer etwas Schlimmes passiert. Okay, sagte ich zu mir, bleib cool, mach kein Aufhebens und keine Szenen, reg dich nicht auf. Es tut mir furchtbar leid, sagte Kumiko. Mit der Arbeit war es heute wie verhext, ich wollte dich anrufen, aber ständig ist etwas anderes dazwischen gekommen. Macht nichts, ist schon in Ordnung, macht dir nichts draus, sagte ich, so leicht hin wie möglich, und ich nahm es ihr auch wirklich nicht übel. Ich hatte es schon oft genug selbst erlebt. Arbeiten gehen kann ganz schön hart sein. Es ist etwas grundlegend anderes, als zwei Straßen weiter zu gehen, um einer kranken Großmutter die schönste Rose aus dem Garten zu bringen und ihr bis zum Abend Gesellschaft zu leisten. Manchmal muss man mit unangenehmen Leuten unerfreuliche Dinge tun und kommt wirklich beim besten Willen nicht dazu, zu Hause anzurufen. Es würde nicht mehr als 30 Sekunden erfordern zu sagen, heute komme ich später und es stehen überall Telefone herum, aber man schafft es einfach nicht. Ich machte mich ans kochen, schaltete den Gasherd ein, goss Öl in den Wok. Kumiko nahm sich ein Bier aus dem Kühlschrank und ein Glas aus dem Regal, warf einen kurzen prüfenden Blick auf die Dinge, die ich gleich in die Pfanne schütten würde und setzte sich wortlos an den Küchentisch. Ihrer Miene nach zu urteilen schmeckte ihr das Bier nicht. Du hättest ohne mich essen sollen, sagte sie. Schon gut, ich war nicht so hungrig. Während ich das Fleisch und das Gemüse anbriet, ging Kumiko sich frisch machen. Ich hörte, wie sie sich das Gesicht wusch und die Zähne putzte. Als sie kurz darauf aus dem Badezimmer kam, hielt sie etwas in der Hand. Es waren das Toilettenpapier und die Papiertücher, die ich im Supermarkt gekauft hatte. Warum hast du denn das Zeug gekauft? fragte die Tüchern und die Packung Toilettenpapier. Ich hatte nicht die blasseste Ahnung, worauf sie hinaus wollte. Wieso? Das sind Papiertücher und Klopapier, wir brauchen die Sachen. Nicht unbedingt sofort, aber sie werden schon nicht verschimmeln, wenn sie ein Weichen herum stehen. Nein, natürlich nicht. Aber warum musstest du unbedingt blaue Tücher und geblümtes Klopapier kaufen? Ich kann ihr nicht ganz folgen, sagte ich und bemühte mich ruhig zu bleiben. Sie waren im Angebot, von blauen Papiertüchern wirst du schon keine blaue Nase kriegen. Wo ist das Problem? Es ist ein Problem. Ich hasse blaue Papiertücher und geblümtes Klopapier. Wusstest du das nicht? Nein, wusste ich nicht, sagte ich. Warum hast du sie denn? Woher soll ich denn wissen, warum Lümpchenmuster und Bellbottom Jeans mit Nieten und wenn ich mir die Nägel maniküren lasse? Du kannst genauso wenig sagen, warum. Es ist einfach eine Frage des Geschmacks. Zufällig hätte ich ihr durchaus meine Gründe für jede dieser Abneigung auseinandersetzen können, aber natürlich tat ich es nicht. Na gut, sagte ich, es ist einfach eine Frage des Geschmacks. Aber willst du mir Klopapier gekauft? Niemals, nicht einmal. Wirklich? Ja, wirklich. Die Reinigungstücher, die ich kaufe, sind entweder weiß oder gelb oder rosa. Und ich kaufe absolut nie gemustertes Klopapier. Ich finde es schlicht erschütternd, dass du so lange mit mir zusammen leben kannst, ohne das zu wissen. Ich war nicht minder erschüttert, erfahren zu müssen, dass ich in sechs langen Jahren kein einziges mal blaue Papiertücher oder geblümtes Klosettpapier benutzt hatte. Und wo wir schon dabei sind, will ich dir noch eins sagen, fuhr sie fort. Ich verabscheue Pfannen gerührtes Rindfleisch mit grünen Paprikaschoten. Wusstest du das? Nein, das ist mir neu, sagte ich. Nun, es ist aber so. Und frag mich nicht, warum. Ich kann den Geruch der beiden Dinge, die zusammen in derselben Pfanne braten einfach nicht ausstehen. Wirst du damit sagen, dass du in sechs Jahren kein einziges Mal Rindfleisch und grüne Paprikas zusammen gekocht hast? Sie schüttelte den Kopf. Grüne Paprikas esse ich im Salat, Rind brate ich mit Zwiebeln, aber ich habe noch niemals Rindfleisch und grüne Paprikas zusammen in einem Topf zubereitet. Ich stieß einen tiefen Seufzer aus. Hast du dich nie darüber gewundert? fragte sie. Darüber gewundert? Es ist mir überhaupt nie aufgefallen, sagte ich und dachte einen Augenblick lang nach, ob ich seit unserer Heirat nicht doch wenigstens einmal etwas Pfannengerührtes mit Rindfleisch und grünen Paprikaschoten gegessen hatte. Natürlich konnte ich mich unmöglich daran erinnern. Du lebst schon so lange mit mir zusammen, sagte sie, aber du nimmst mich kaum wahr. Der einzige Mensch, an den du jemals denkst, bist du. Also jetzt Moment mal, sagte ich, schaltete das Gas aus und stellte den Wok auf dem Herd ab. Lass uns jetzt bitte nicht übertreiben, vielleicht hast du recht. Vielleicht habe ich Dinge wie Papiertaschentüchern und Klopapier und Rindfleisch und grünen Paprikaschoten bislang wirklich nicht genügend Beachtung geschenkt. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass ich dich nicht wahrgenommen hätte. Es ist mir absolut scheißegal, welche Farbe meine Papiertücher haben. Schön, mit schwarzen hätte ich wohl gewisse Probleme, aber weiß, blau spielt einfach keine Rolle. Das gleiche mit Rind und grünen Paprikas, zusammen getrennt wehen Scherz. Der Akt des Pfannrührens von Rindfleisch und grünen Paprikas könnte vom Antlitz der Erde verschwinden und es wäre mir egal. Es hat nichts mit dir zu tun, mit deiner Essenz, mit Kumikos, Kumiko sein, oder habe ich Unrecht? Anstatt mir zu antworten, putzte sie ihr Bier in zwei langen Zügen weg und starrte die leere Flasche an. Ich kippte den Inhalt des Wok in den Mülleimer. So viel zum Thema Rindfleisch und grüne Paprikas und Zwiebeln und Sojasprossen. Absurd. Nahrung in der einen Minute, Abfall in der nächsten. Ich machte ein Bier auf und trank aus der Flasche. Warum hast du das getan? fragte sie. Wenn es dir so zu wider ist, du hättest es doch essen können. Auf einmal nach Rindfleisch mit grünen Paprikas. Sie zuckte die Achseln. Ganz wie du möchtest. Sie legte die Arme auf den Tisch und vergrub ihr Gesicht darin. Eine Zeit lang blieb sie so sitzen. Ich konnte sehen, dass sie nicht weinte und auch nicht schlief. Ich warf einen Blick auf den leeren Wok, der auf dem Herd stand, warf einen Blick auf Kumiko und trank mein Bier aus. Verrückt. Wen scheren Klopapier und grüne Paprikas? Aber ich ging hinüber und legte ihr die Hand auf die Schulter. Okay, sagte ich, jetzt verstehe ich, ich werde nie wieder blaue Papiertücher oder geblümtes Klopapier kaufen. Versprochen. Ich werde das Zeug morgen zum Supermarkt zurückbringen und es umtauschen. Wenn sie es mir nicht umtauschen wollen, und nie wieder Rindfleisch mit grünen Paprikas. Nie wieder. Der Geruch ist bald verflogen und wir brauchen nie wieder daran zu denken. Okay? Aber sie sagte noch immer nichts. Ich wäre am liebsten ein Stündchen spazieren gegangen und hätte sie bei meiner Rückkehr vergnügt und munter vorgefunden, aber ich wusste, dass ich mir da keine Hoffnung zu machen brauchte. Diese Sache würde ich selbst in Ordnung bringen müssen. Schau, du bist müde, sagte ich. Ruhe dich ein bisschen aus und dann gehen wir eine Pizza essen. Wann haben wir das letzte Mal Pizza gegessen? Sardellen und Zwiebel? Wir teilen uns eine. Es treibt uns schon nicht in den Ruin ab und zu mal essen zu gehen. Das zog auch nicht. Sie presste ihr Gesicht weiter gegen ihre Arme. Ich wußte nicht, was ich sonst noch hätte sagen sollen. Ich setzte mich hin und starrte sie über den Tisch hinweg an. Aus ihrem kurzen schwarzen Haar schaute ein Ohr hervor. Daran hing ein Ohrring, den ich noch nie gesehen hatte, klein, aus Gold, in Form eines Fisches. Wo konnte sie so ein Ding nur gekauft haben? Ich hätte furchtbar gern eine geraucht. Ich stellte mir vor, wie ich Zigaretten und Feuerzeug aus der Tasche zog, mir eine Filter Zigarette zwischen die Lippen steckte und sie anzündete. Ich tat einen tiefen Lungenzug Luft. Der intensive Geruch von Pfannen gerührtem Rindfleisch mit Gemüse machte mir schwer zu schaffen. Ich war ausgehungert. Mein Blick blieb am Wandkalender hängen. Es war ein Kalender, der die Mondphasen angab. Der Vollmond rückte näher. Natürlich, Kumikos Periode stand kurz bevor. Erst nach meiner Heirat war mir wirklich zu Bewusstsein gekommen, dass ich ein Bewohner der Erde war, des dritten Planeten des Sonnensystems. Ich lebte auf der Erde, die Erde kreiste um die Sonne und um die Erde wiederum kreiste der Mond. Und ob es mir gefiel oder nicht, würde das in alle Ewigkeit oder was man gemessen an meiner Lebensspanne Ewigkeit nennen konnte, so weitergehen. Was mich 21-tägigem Menstruationszyklus. Er stimmte vollkommen mit dem Zu- und Abnehmen des Mondes überein, und ihre Periode war immer problematisch. Ein paar Tage bevor es losging, wurde sie regelmäßig launisch, ja sogar depressiv. So wurde ihr Zyklus zu meinem Zyklus. Ich musste aufpassen, dass ich nicht zur falschen Zeit des Monats unnötig Schwierigkeiten machte. Vor unserer Ehe hatte ich von den Mondphasen kaum etwas mitgekriegt. Es war wohl gekommen, dass ich den Mond am Himmel sah, aber welche Gestalt er zum jeweiligen Zeitpunkt hatte, war für mich nie von Bedeutung gewesen. Jetzt war die Gestalt des Mondes etwas, was ich unentwegt mit mir herumtrug. Vor Kumiko war ich mit einer Reihe anderer Frauen zusammen gewesen und natürlich hatte jede von ihnen ihre Periode gehabt. Bei manchen war sie problematisch gewesen, bei manchen unkompliziert, bei manchen war sie nach drei Tagen vorbei, bei anderen dauerte sie eine Woche, bei manchen kam sie pünktlich, bei anderen konnte sie sich zehn Tage verspäten und mir einen Heidenschrecken einjagen. Manche Frauen wurden unausstehlich, andere zeigten kaum eine Wirkung. Bis ich Kumiko heiratete, hatte ich allerdings noch nie mit einer Frau zusammengelebt. Bis dahin war der einzige natürliche Zyklus, den ich bewusst zur Kenntnis genommen hatte, der Wechsel der Jahreszeiten gewesen. Im Winter holte ich meinen Mantel aus dem Schrank, im Sommer war es Zeit für Sandalen. Durch die Heirat erhielt ich nicht nur eine Lebensgefährtin, sondern auch einen neuen Begriff von Zyklicität, die Phasen des Mondes. Nur einmal hatte sie ein paar Monate lang ihren regelmäßigen Zyklus durchbrochen und da war sie schwanger gewesen. Es tut mir leid, sagte sie und hob das Gesicht. Ich wollte es nicht an dir auslassen. Ich bin müde und ich bin schlecht gelaunt. Ist schon in Ordnung, sagte ich. Mach dir keine Gedanken darüber. Du sollst es an jemandem auslassen, wenn du müde bist. Dann fühlst du dich besser. Kumiko atmete langsam tief ein, hielt eine Weile die Luft an und atmete dann aus. Was ist mit dir? fragte sie. Was ist mit mir? Du lässt es nie an irgendjemandem aus, wenn du müde bist. Ich schon. Woran liegt das? Ich schüttelte den Kopf. Das ist mir noch nie aufgefallen, sagte ich. Komisch. Vielleicht hast du so einen tiefen Brunnen in dir und du schreist da der König hat Eselsohren hinein und dann ist alles in Ordnung. Ich dachte eine Weile darüber nach. Vielleicht ist das so, sagte ich. Kumiko sah wieder die leere Bierflasche an. Sie starrte auf das Etikett und dann auf die Öffnung und dann drehte sie den Hals zwischen den Fingern. Ich bekomme bald meine Periode, sagte sie. Das ist wohl der Grund, warum ich so schlecht gelaunt bin. Ich weiß, sagte ich, mach dir darüber keine Gedanken, du bist nicht die Einzige. Massenhaft Pferde sterben, wenn der Mond voll ist. Sie nahm die Hand von der Flasche und sah mich mit offenem Mund an. Also wo hast du das auf einmal her? Das habe ich neulich in der Zeitung gelesen. Ich wollte es dir eigentlich erzählen, aber dann habe ich es vergessen. Es war ein Interview mit irgendeinem Tierarzt. Offenbar werden Pferde unglaublich stark von den Mondphasen beeinflusst. Und zwar körperlich wie seelisch. Wenn sich der Vollmond nähert, fangen ihre Gehirnwellen an, verrückt zu spielen und alle möglichen körperlichen Symptome treten auf. In der Vollmond Nacht selbst werden dann viele Pferde regelrecht krank und ein unheimlich hoher Prozentsatz von ihnen stirbt. Warum das so ist, weiß keiner genau, aber die Statistiken beweisen, dass es so ist. In Vollmond Nächten kommt kein Pferdearzt zum Schlafen, da ist dauernd was los. Interessant, sagte Kumiko. Noch schlimmer ist allerdings eine Sonnenfinsternis, für Pferde eine absolute Katastrophe. Du kannst dir nicht im Traum vorstellen, wie viele Pferde am Tag einer totalen Sonnenfinsternis sterben. Aber egal, ich will damit nur sagen, dass genau in dieser Sekunde überall auf der Welt Pferde sterben. Verglichen damit ist es wahrlich keine Tragödie, wenn du deine Frustration an jemand anderem auslässt. Also mach dir darüber keine Gedanken. Denk an die sterbenden Pferde. Stell dir vor, wie sie in irgendeiner Scheune unter dem Vollmond auf dem Stroh liegen und mit Schaum vor dem Maul röchelnd verenden. Einen Augenblick lang schien sie sich das wirklich vorzustellen. Das muss der Neid dir lassen, sagte sie mit einem Anflug von Resignation. Du könntest wahrscheinlich jedem alles schmackhaft machen. Also schön, sagte ich, dann zieh dich um und lass uns eine Pizza essen gehen. In dieser Nacht lag ich im dunklen Schlafzimmer neben Kumiko, starrte an die Decke und fragte mich, wie viel ich von dieser Frau eigentlich wirklich wusste. Der Wecker zeigte 0200. Sie schlief tief und fest. In der Dunkelheit dachte ich an blaue Papiertücher und gemustertes Klopapier, an Rindfleisch und grüne Paprikaschoten. Ich hatte all die Jahre mit ihr zusammen gelebt, ohne auch nur zu ahnen, wie sehr sie diese Dinge hasste. Für sich genommen waren sie ohne jede Bedeutung, Albernheiten, Dinge, über die man nur lachen konnte, über die man keine drei Worte zu verlieren brauchte. Wir hatten einen kleinen Krach gehabt und in ein paar Tagen würden wir es schon vergessen haben. Aber das jetzt war etwas anderes. Es quälte mich auf eine merkwürdige neue Weise, bohrte unablässig in mir wie eine dünne Fischgräte, die einem im Hals stecken geblieben ist. Vielleicht, nur vielleicht, war es weit wichtiger, als es den Anschein gehabt hatte. Vielleicht war es das, das Ende. Oder vielleicht war es auch nur der Anfang dessen, was das Ende sein würde, und ich stand auf der Schwelle zu etwas wirklich Großem, und darin lag eine Welt, die einzig Kumiko gehörte, eine riesige Welt, die ich nie kennengelernt hatte. Ich stellte sie mir als ein großes dunkles Zimmer vor. Darin stand ich mit einem Feuerzeug in der Hand, dessen schwaches Licht nur den winzigsten Teil des Raums erhellte. Würde ich den Rest jemals sehen? Oder würde ich altern und sterben, ohne sie jemals wirklich gekannt zu haben? Wenn mich das erwartete, was hatte dann die Ehe, die ich da führte, für einen Sinn? Was hatte überhaupt mein Leben für einen Sinn, wenn ich es im Bett neben einer unbekannten Gefährtin verbrachte? Das waren die Gedanken, die mir in jener Nacht durch den Kopf gingen und die mich noch lange danach von Zeit zu Zeit beschäftigten. Erst viel später erkannte ich, dass ich den Zugang zum Kern des Problems gefunden hatte. Malte Akanos Hut, Sorbet Töne Allen Ginsberg und die Kreuzritter. Ich war gerade beim Vorbereiten des Mittagessens, als wieder einmal das Telefon klingelte. Ich hatte zwei Scheiben Brot geschnitten, sie mit Butter und Senf bestrichen, mit Tomatenscheiben und Käse belegt, das Ganze zusammengeklappt auf das Schneidebrett gelegt und wollte es gerade in zwei schneiden, als es klingelte. Ich ließ das Telefon dreimal klingeln und schnitt das Sandwich durch, dann legte ich es auf einen Teller, wischte das Messer ab, räumte es in die Besteckschublade zurück und goss mir schließlich eine Tasse aufgewärmten Kaffee ein. Noch immer klingelte das Telefon, vielleicht fünfzehn Mal. Ich gab es auf und nahm ab. Ich wäre am liebsten nicht rangegangen, aber es hätte schließlich Kumiko sein können. Hallo, sagte eine Frauenstimme, die ich noch nie gehört hatte. Es war weder Kumikos Stimme, noch die der seltsamen Frau, die mich neulich angerufen hatte, während ich Spaghetti kochte. Wären sie so freundlich mir zu sagen, ob ich möglicherweise mit Herrn Toro Okada verbunden bin? Sagte die Stimme, als Kumiko Okada ist meine Frau. Und Frau Okadas älterer Bruder ist Noboru Wataya? Wieder richtig, sagte ich mit bewundernswerter Selbstbeherrschung. Noboru Wataya ist der ältere Bruder meiner Frau. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle, mein Name ist Kano. Ich wartete darauf, dass sie weiterredete. Die plötzliche Erwähnung von Kumikos älteren Bruder hatte mich argwöhnisch gemacht. Ich nahm den Bleistift, der neben dem Telefon lag und kratzte mich mit dem stumpfen Ende im Nacken. Fünf Sekunden oder mehr verstrichen, ohne dass die Frau etwas gesagt hätte. Ja, es war überhaupt kein Geräusch zu hören, als habe die Frau die Hand auf die Sprechmuschel gelegt und rede mit jemandem, der neben ihr stand. Hallo? sagte ich, jetzt etwas beunruhigt. Bitte entschuldigen Sie, mein Herr, sprudelte die Stimme der Frau hervor. In diesem Fall muss ich Sie um Erlaubnis ersuchen, Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anzurufen. Jetzt warten Sie mal, sagte ich, das ist doch. In diesem Augenblick wurde die Verbindung unterbrochen. Ich starrte den Hörer an und nahm ihn dann wieder ans Ohr. Kein Zweifel, die Küchentisch, trank meinen Kaffee und aß mein Sandwich. Bis zu dem Moment, als das Telefon geklingelt hatte, hatte ich an etwas gedacht, aber jetzt konnte ich mich nicht mehr erinnern, was es gewesen war. Als ich mit der rechten gerade das Messer hatte anlegen und das Sandwich in zwei schneiden wollen, hatte ich ohne jeden Zweifel an etwas gedacht, an etwas Wichtiges, woran ich das Sandwich hatte in zwei schneiden wollen, war es mir eingefallen, aber jetzt war es weg. Während ich an meinem Sandwich kaute, versuchte ich mit aller Macht, es wieder zurück zu holen, aber es kam und kam nicht. Es war in die dunkle Region meines Geistes zurückgekehrt, wo es bis zu diesem Augenblick gelebt hatte. Ich beendete meine Mahlzeit und war am Abräumen, als das Telefon wieder klingelte. Diesmal nahm ich sofort ab. Wieder sagte eine Frauenstimme Hallo, aber diesmal war es Kumiko. Wie geht's? fragte sie. Fertig gegessen? Mhm. Was gab's bei dir? Nichts, sagte sie. Keine Zeit gehabt. Ich werde mir wohl später ein Sandwich holen. Was hast du gegessen? Ich beschrieb ihr mein Sandwich. Schön, sagte sie ohne den leisesten Anflug von Neid. Ach übrigens, was ich heute Morgen vergessen habe, dir zu sagen, ein Fräulein Kano wird dich anrufen. Sie hat schon angerufen, sagte ich, vor ein paar Minuten. Sie hat nichts anderes getan, als unsere Namen zu erwähnen, meinen und deinen und den deines Bruders und dann aufzulegen. Hat mit keinem Wort gesagt, was sie eigentlich wollte. Was und wenn sie sich wieder meldet, möchte ich, dass du alles tust, worum sie dich bittet. Es ist wirklich wichtig. Ich glaube, du wirst dich mit ihr treffen müssen. Wann? Heute? Was spricht dagegen? Hast du irgendwelche Pläne für den Nachmittag? Sollst du dich mit jemand treffen? Nö, keinerlei Pläne. Gestern nicht, heute nicht, morgen nicht. Überhaupt keine Pläne. Aber wer ist diese Kano und was will sie von mir? Ich hätte gern wenigstens eine ungefähre Vorstellung, bevor sie wieder anruft. Wenn es um einen Job für mich geht, der irgendwie mit deinem Bruder zusammenhängt, vergiss es. Ich will nichts mit ihm zu tun haben, das weißt du. Nein, das hat nichts mit einem Job zu tun, sagte sie mit einem Anflug von Ärger in der Stimme. Es geht um den Kater. Den Kater? Oh, tut mir leid, ich muss schleunigst weg, da wartet jemand auf mich. Ich hätte mir eigentlich nicht die Zeit nehmen dürfen, anzurufen. Wie gesagt, ich habe noch nicht mal zu Mittag gegessen. Können wir jetzt Schluss machen? Ich melde mich wieder, sobald ich etwas Luft habe. Hör mal, ich weiß, wie viel zu tun rausbleibst und auf ihren Anruf fahrtest. Muss jetzt weg! Und weg war sie. Als das Telefon um halb drei klingelte, machte ich gerade ein Nickerchen auf der Couch. Im ersten Moment dachte ich, es sei der Wecker. Ich streckte die Hand aus, um auf den Knopf zu drücken, aber es war kein Wecker da. Ich lag nicht im Bett, sondern auf der Couch, und es war nicht Morgen, sondern Nachmittag. Ich stand auf und ging ans Telefon. Hallo? sagte ich. Hallo, sagte eine Frauenstimme. Es war die Frau, die am Vormittag angerufen hatte. Herr Toru Okada? Der bin ich, Toru Okada. Mein Herr, mein Name ist Kano, sagte sie. Die Dame, die schon angerufen hat. Das ist korrekt. Ich fürchte, ich bin schrecklich unhöflich gewesen, aber sagen Sie, Herr Okada, hätten Sie heute Nachmittag möglicherweise Zeit? So könnte man sagen. Nun, wäre es dann möglich, ich weiß, es ist schrecklich kurzfristig, aber glauben Sie, es wäre Ihnen unter Umständen möglich, sich mit mir zu treffen? Wann? Heute? Jetzt? Ja. Ich sah auf meine Uhr. Nicht, dass es wirklich nötig gewesen vorher darauf geschaut, aber zur Sicherheit, und es war immer noch halb drei. Wird es eine längere Angelegenheit werden? fragte ich. Nicht allzu lang, denke ich. Allerdings könnte ich mich auch irren. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es für mich schwierig, diesbezüglich eine verbindliche Aussage zu machen. Es tut mir leid. Wie lang die Sache auch werden würde, ich wenn sie sagte, die Sache sei ernst, dann war sie das auch und ich sollte besser tun, was sie gesagt hatte. Ich verstehe, sagte ich. Wo sollen wir uns treffen? Ist Ihnen zufällig das Pacific Hotel gegenüber vom Shinagawa Bahnhof ein Begriff? Zufällig ja. Im Parterre gibt es einen Tearoom. Wenn es Ihnen recht wäre, würde ich Sie dort um 16 Uhr erwarten. In Ordnung, sagte ich. Ich bin 31 Jahre alt und ich werde einen roten Vinylhut tragen. Irre. Es hatte etwas Bizarres an sich, wie diese Frau redete, etwas, was mich vorübergehend verwirrte, aber ich hätte nicht genau sagen können, was es so bizarr machte. Zudem gab es kein Gesetz, dass 31 jährigen Frauen das Tragen von roten Vinylhuten untersagt hätte. Na gut, sagte ich. Ich werde sie sicherlich finden. Ich wäre ihnen sehr verbunden, Herr Okada, wenn sie mir ihrerseits irgendwelche besonderen äußeren Kennzeichen nennen wollten, anhand derer ich sie identifizieren könnte. Ich versuchte mir irgendwelche besonderen äußeren Kennzeichen, die ich haben mochte einfallen zu lassen. Hatte ich überhaupt welche? Ich bin dreißig, 1,75 groß, wiege 63 Kilo, kurzes Haar, keine Brille. Noch während ich redete, wurde mir bewusst, dass das schwerlich besondere Kennzeichen darstellten. Im T-Room des Pacific Hotel konnten ohne weiteres fünfzig Männer sitzen, auf die diese Beschreibung passte. Ich war schon mal da gewesen und es war ein großes Etablissement. Sie brauchte schon etwas Auffälligeres, aber mir fiel nichts ein. Was nicht heißen soll, dass ich keinerlei besondere Kennzeichen gehabt hätte, ich besaß ein handsigniertes Exemplar von Miles Davis Sketches of Spain. Ich hatte eine niedrige Ruhepulsfrequenz, normalerweise 47 und selbst bei hohem Fieber nie über 70. Ich war arbeitslos. Ich kannte die Namen aller Brüder Karamasoff, aber keines dieser besonderen Kennzeichen war äußerlich. Wie werden Sie voraussichtlich gekleidet sein? fragte sie. Ich weiß nicht, sagte ich. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht, es kommt alles so plötzlich. Dann kommen Sie bitte mit einer gepunkteten Krawatte, sagte sie bestimmt. Halten Sie es für möglich, dass Sie eine gepunktete Krawatte besitzen? Ich denke schon, sagte ich. Ich hatte einen marine blauen Schlips mit kleinen cremefarbenen Pünktchen. Kumiko hatte ihn mir vor ein paar Jahren zum Geburtstag geschenkt. Dann haben Sie doch bitte die Freundlichkeit sie zu tragen, sagte sie. Danke, dass Sie sich bereit erklärt haben, sich um 16 Uhr mit mir zu treffen. Und sie hängte ein. Ich öffnete den Kleiderschrank und suchte nach meinem gepunkteten Schlips. Auf dem Krawattenhalter war im Wandschrank in allen Kartons nach. Kein gepunkteter Schlips. Es war absolut nicht möglich, dass dieser Schlips in unserem Haus sein sollte und ich ihn nicht fand. Wenn es um die Unterbringung unserer Kleidung ging, war Kumiko eine solche Perfektionistin, dass meine Krawatte sich unmöglich an einem anderen Ort befinden konnte, als demjenigen, an den sie hingehörte. Und tatsächlich fand ich alles, ihre wie meine Sachen in perfekter Ordnung vor. Meine Hemden lagen säuberlich zusammengefaltet in der dafür vorgesehenen Schublade. Meine Pullover lagen in Pappkisten, die so reichlich mit Mottenkugeln gespickt waren, dass mir kaum, dass ich den Deckel hob, die Augen brannten. Ein Karton enthielt die Sachen, die sie auf der Oberschule getragen hatte, eine marine blaue Uniform, ein ist für einen Sinn, solche Sachen aufzubewahren. Vielleicht hatte sie sie einfach hierher mitgenommen, weil sie nie eine passende Gelegenheit gefunden hatte, sie loszuwerden. Oder vielleicht hatte sie vor, sie nach Bangladesch zu schicken. Oder sie eines Tages einem Museum zu stiften, als Zeugnis einer untergegangenen Volkskultur. Jedenfalls war mein gepunkteter Schlips nirgendwo zu finden. Die Hand an der Schranktür versuchte ich mich zu erinnern, wann ich den Schlips das letzte Mal getragen hatte. Es war ein ziemlich elegantes Stück, sehr geschmackvoll, aber fürs Büro ein wenig zu auffällig. Wenn ich ihn in der Kanzlei getragen hätte, dann hätte sich in der Mittagspause bestimmt jemand in Lobeshymnen darüber ergangen, wie schön die Farbe und wie schick das Ganze sei. Was so etwas wie eine Warnung gewesen wäre, in der Ort nie getragen. Ich wählte ihn eher für private, aber etwas formelle Anlässe, einen Konzertbesuch oder ein Abendessen in einem guten Restaurant, bei dem Kumiko wollte, dass wir uns anständig anzogen, nicht, dass es viele solche Anlässe gegeben hätte. Der Schlips passte gut zu meinem marineblauen Anzug und sie mochte ihn sehr gern. Trotzdem konnte ich mich beim besten Willen nicht erinnern, wann ich noch einmal über den Inhalt des Kleiderschranks wandern und gab es dann auf. Aus dem einen oder anderen Grund war die gepunktete Krawatte verschwunden, auch gut. Ich zog meinen marineblauen Anzug an und dazu ein blaues Hemd und einen gestreiften Schlips. Ich machte mir deswegen keine allzu großen Gedanken, vielleicht würde sie mich nicht erkennen, aber ich brauchte lediglich nach einer Frau um die 30 mit einem roten Vinylhut Ausschau zu halten. Ausgefertig angezogen, setzte ich mich auf das Sofa und starrte gegen die Wand. Es war lange her, dass ich einen Anzug getragen hatte. Normalerweise wäre dieser marineblaue Herbst-Winteranzug etwas zu warm für die Jahreszeit gewesen, aber gerade an diesem Tag regnete es und die Luft war frisch. Genau diesen Anzug hatte ich an meinem letzten Arbeitstag im April getragen. Plötzlich kam mir der Gedanke, in einer der Taschen könnte noch etwas sein. In der Brust-Innentasche fand ich eine Quittung mit Datum vom vergangenen Herbst. Es war ein Beleg für eine Taxifahrt, die ich mir von der Firma hätte erstatten lassen können. Jetzt war es dafür allerdings zu spät. Ich zerknüllte die Quittung und warf sie in den Papierkorb. Seit meinem Abschied vor zwei Monaten hatte ich diesen Anzug nicht mehr getragen. Jetzt nach so langer Zeit fühlte ich mich darin wie in der Gewalt einer fremden Substanz. Er war schwer und steif und schien mit den Konturen meines Körpers nicht überein zu stimmen. Ich stand auf und ging im Zimmer umher, blieb dann vor dem Spiegel stehen und zupfte energisch an Ärmeln und Schößen, um ihn nach Möglichkeit in eine bessere Passform zu bringen. Ich streckte die Arme aus, atmete tief ein und beugte mich vorn über, um festzustellen, ob sich vielleicht meine Figur in den letzten zwei Monaten verändert hatte. Dann setzte ich mich wieder auf das Sofa, fühlte mich aber weiterhin unbehaglich. Bis zu diesem Frühjahr war ich täglich im Anzug zur Arbeit gefahren, ohne mir darin je merkwürdig vorzukommen. In meiner Firma herrschte eine ziemlich strenge Kleiderordnung, selbst für kleine Angestellte wie mich war Anzug vorgeschrieben. Ich hatte nichts dabei gefunden. Jetzt allerdings war es anders. Im Anzug auch nur auf dem Sofa zu sitzen, fühlte sich wie ein unmoralischer Akt an, wie seinen Lebenslauf zu frisieren oder sich als Frau auszugeben. Niedergedrückt von einer Empfindung, die stark an ein schlechtes Gewissen erinnerte, verspürte ich eine zunehmende Atembeklemmung. Ich ging in die Diele, holte meine braunen Schuhe aus dem Regal und zwängte mich mit Hilfe eines Schuhlöffels hinein. Sie waren mit einer feinen Staubschicht überzogen. Wie sich herausstellte, brauchte ich die Frau gar nicht ausfindig zu machen. Sie fand mich. Im Tea machte ich einen raschen Rundgang und sah mich nach dem Roten Hut um. Es gab keine Frauen mit Roten Hüten. Nach meiner Uhr war es zehn Minuten vor vier. Ich setzte mich, trank das Wasser, das man mir brachte und bestellte eine Tasse Kaffee. Kaum hatte die Kellnerin meinen Tisch verlassen, als ich hinter mir eine Frau sagen hörte, Sie müssen Herr Toruukada sein. Überrascht drehte ich mich um. Es war keine drei Minuten her, dass ich das Lokal abgegangen war. Sie trug eine weiße Jacke über einer gelben Seidenbluse und auf dem Kopf hatte sie einen roten Vinylhut. Ich stand reflexartig auf und starrte sie an. Man hätte sie mit Fug und Recht als schön bezeichnen können. Zumindest war sie weitaus schöner, als ich sie mir nach ihrer Telefonstimme vorgestellt hatte. Sie hatte eine schlanke, reizende Figur und war dezent geschminkt. Sie wusste sich anzuziehen, wenn man von dem roten Hut absah. Ihre Jacke und Bluse waren elegant geschnitten. Am Revier der Jacke funkelte eine Goldbrosche, die wie eine Feder geformt war. Man hätte sie für eine Chefsekretärin halten können. Warum sie eine ansonsten so sorgfältig komponierte äußere Erscheinung mit diesem absolut unpassenden Hut zerstörte, ging über meinen Verstand. Vielleicht trug sie ihn immer in solchen Situationen, um es den Leuten leicht zu machen, sie zu identifizieren. Dann war es keine schlechte Idee. Wenn das Ding dazu gedacht war, sie in einem Raum voller Leute auffallen zu lassen, dann erfüllte es fraglos seinen Zweck. Sie wundert mich, dass sie mich erkannt haben, sagte ich, ich konnte meine gepunktete Krawatte nirgends finden, ich weiß, dass ich sie irgendwo habe, aber ich habe sie einfach nicht gefunden, deswegen habe ich mir diese gestreifte hier umgebunden, ich dachte mir, ich würde sie schon erkennen, aber woher haben sie gewusst, dass ich es war? Natürlich habe ich gewusst, dass sie es waren, sagte sie ihn auf die Tasche, sodass diese völlig darunter verschwand, es kam mir so vor, als wollte sie einen Zaubertrick vorführen, wenn sie den Hut hob, wäre die Tasche weg. Aber ich hatte doch die falsche Krawatte an, wandte ich ein. Die falsche Krawatte? Sie sah mit verdutzter Miene auf meinen Schlips, als wollte sie sagen, wovon redet dieser komische Kauz eigentlich? Sie sich bitte darum keine Gedanken. Ihre Augen waren merkwürdig. Es fehlte ihnen unerklärlicher Weise jegliche Tiefe. Es waren schöne Augen, aber sie schienen nichts anzusehen. Sie waren ganz Oberfläche, wie Glasaugen. Aber selbstverständlich waren sie nicht aus Glas. Sie bewegten sich und die Lieder blinzelten. Wie hatte sie es nur geschafft, mich unter all den Gästen dieses belebten Tearooms besetzt und an vielen saßen Männer meines Alters. Ich wollte sie eigentlich um eine Erklärung bitten, aber ich hielt mich zurück, besser keine irrelevanten Fragen aufwerfen. Sie winkte einen vorbeigehenden Kellner heran und bestellte ein Perrier. Perrier sagte, er führten sie nicht, aber er könne ihr ein Tonic Water bringen. Sie dachte einen Augenblick nach und nahm dann seinen Vorschlag an. Während sie auf ihr Tonic wartete, sprach sie kein Wort und ich schwieg ebenfalls. Nach einem Weilchen hob sie ihren roten Hut und öffnete den Schnappverschluss der Handtasche, die darunter lag. Der Tasche entnahm sie ein glänzendes schwarzes Leder Etui, nicht ganz so groß wie eine Musikkassette. Es war ein Visitenkarten Etui. Wie die Handtasche hatte es einen Schnappverschluss, das erste verschließbare Visitenkarten Etui, das ich bis dahin gesehen hatte. Sie zog eine Karte heraus und reichte sie mir. Ich führte die Hand an die Brustasche, um eine von meinen Visitenkarten herauszuholen, da erinnerte ich mich, dass ich überhaupt keine dabei hatte. Ihre Visitenkarte war aus dünnem Kunststoff und schien leicht nach Weihrauch zu duften. Als ich einzige Beschriftung trug sie eine Zeile kleiner, tiefschwarzer Buchstaben. Malta Cano. Malta. Ich drehte die Karte um. Die Rückseite war leer. Während ich noch über die tiefere Bedeutung dieser Visitenkarte rätselte, kam der Kellner und stellte ein eisgefülltes Glas vor sie, das er dann zur Hälfte mit Tonic Water aufgoss. Das Glas enthielt einen Keil Zitrone. Die Kellnerin erschien mit einer silberfarbenen Kaffeekanne auf ihrem Unbeschriftet, sagte Malta Cano zu mir. Ich starrte noch immer auf die Rückseite ihrer Visitenkarte. Nur mein Name. Meine Adresse oder Telefonnummer braucht nicht darauf zu stehen. Es ruft mich nie jemand an. Ich bin die jenige, die anruft. Ich verstehe, sagte ich. Diese sinnlose Bemerkung blieb über dem Tisch im Raum hängen, wie Gullivers fliegende Insel. Das Glas in beiden Händen haltend, nahm sie einen winzigen Schluck durch einen Strohhalm. Ein Schatten von Unmut glitt über ihr Gesicht, worauf sie das Glas beiseite schob, als habe sie jegliches Interesse daran verloren. Malta ist nicht mein wirklicher Name, sagte Malta Cano. Cano ja, aber Malta ist ein Pseudonym, das ich nach der Insel Malta gewählt habe. Sind Sie jemals auf Malta gewesen, Herr Okada? Ich sagte nein. Ich war niemals auf Malta gewesen und hatte auch nicht vor, in nächster Zeit nach Malta zu reisen. Es war mir noch nie in den Sinn gekommen, dort hinzufahren. alles alles, alles, mir zu Malta einfiel war Herb Alpert's Version von The Sands of Malta, ein wahrhaft gottserbärmliches Stück. Ich habe früher auf Malta gelebt, sagte sie, drei Jahre lang. Das Wasser dort ist abscheulich, ungenießbar. Wie verdünnt es Meerwasser? Und das Brot, das sie dort backen, ist salzig. Nicht, weil sie den Teig salzen würden, sondern weil das Wasser, das sie dazu verwenden, salzig ist. Das Brot ist allerdings nicht schlecht. Ich mag das maltesische Brot eigentlich ganz gern. Ich nickte und trank ein Schlückchen Kaffee. So schlecht es auch schmeckt, auf die Elemente des Körpers. Es ist ein ganz besonderes, ja mystisches Wasser und man findet es ausschließlich an dieser einen Stelle der Insel. Die Quelle liegt hoch oben in den Bergen und um dorthin zu gelangen muss man von einem Dorf im Tal aus stundenlang klettern. Das Wasser lässt sich nicht von seinem Ursprungsort weg transportieren. Bringt man es woanders hin, verliert es seine Kraft. Die einzige Möglichkeit es zu trinken besteht darin seine Quelle aufzusuchen. Es wird schon in Schriften aus der Zeit der Kreuzzüge erwähnt, man nannte es Geistwasser. Allen Ginsberg ist einmal dort hingekommen um es zu trinken, ebenso Keith Richards. Ich habe drei Jahre lang dort gewohnt in dem kleinen Dorf am Fuß des Berges. Ich habe Gemüse angebaut und Weben gelernt. Jeden Tag bin ich zur Quelle hinaufgestiegen und habe das besondere Wasser getrunken. Das war von 1976 bis 1979. Einmal habe ich eine ganze Woche lang nur dieses Wasser getrunken und gar nichts gegessen. Eine ganze Woche lang darf man nichts anderes zu sich nehmen als dieses Wasser. Es ist eine besondere Form der Kasteiung, die dort vorgeschrieben ist. Ich glaube, man könnte es als für mich war es eine wahrhaft wunderbare Erfahrung. So kam es, dass ich, als ich nach Japan zurückkehrte, für berufliche Zwecke das Pseudonym Malta annahm. Dürfte ich wissen, was Ihr Beruf ist? Sie schüttelte den Kopf. Streng genommen ist es kein Beruf. Ich nehme kein Geld für das, was ich tue. Ich bin Beraterin. Ich spreche mit Leuten über die Elemente des Körpers. Ich stelle außerdem Forschungen über Wasserarten an, die eine wohltätige Wirkung auf die Elemente des Körpers ausüben. Um Geld brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Ich verfüge über ausreichende Mittel. Mein Vater ist Arzt und er hat meiner jüngeren Schwester und mir als eine Art Leibrente Aktien und Grundstücke überschrieben. Ein Buchhalter verwaltet sie für uns. Sie werfen Jahr für Jahr eine anständige Rendite ab. Ich habe außerdem mehrere Bücher geschrieben, die mir ein bescheidenes zusätzliches Einkommen verschaffen. Meine Arbeit über die Elemente des Körpers ist rein gemeinnützig, was auch der Grund dafür ist, dass meine Visitenkarte weder Adresse noch Telefonnummer aufweist. Ich bin diejenige, die anruft. Ich nickte, aber es war lediglich eine mechanische Kopfbewegung. Ich hatte keine Ahnung, wovon sie eigentlich sprach. Ich verstand jedes ihrer Worte, aber es war mir unmöglich, den Sinnzusammenhang zu erfassen. Elemente des Körpers? Allen Ginsberg? Mir wurde zunehmend unwohler. Ich bin nicht besonders intuitiv veranlagt, aber je länger ich mit dieser Frau zusammensaß, desto deutlicher meinte ich Unrat zu wittern. Wir müssen entschuldigen, sagte ich, aber ich frage mich, ob ich sie bitten dürfte, mir die Sache von Anfang an Schritt für Schritt zu erklären. Ich habe vor wenigen Stunden mit meiner Frau gesprochen und das Einzige, was sie gesagt hat, war, dass ich mich mit ihnen treffen und mit ihnen über unseren verschwundenen Kater reden sollte. Um ganz ehrlich zu sein, verstehe ich nicht recht, worauf sie mit dem, was sie mir erzählt haben eigentlich hinaus wollen. Hat es irgendetwas mit dem Kater zu tun? Durchaus, ja, sagte sie, aber bevor ich darauf eingehe, Herr Okada, gäbe es da noch etwas, wovon ich sie in Kenntnis setzen möchte. Noch einmal öffnete sie den Metallverschluss ihrer Handtasche und zog ein weißes Kuvert hervor. Darin befand sich ein Foto und das reichte sie mir. Meine Schwester, sagte sie. Es war ein Farbschnappschuss von zwei Frauen, die eine war Malta Cano und auch auf dem Foto trug sie einen Hut, einen gelben gestrickten Hut. Wieder passte ihr herzzerreißend schlecht zu ihrer übrigen Kleidung. Ihre Schwester ich ging davon aus, dass dies die jüngere Schwester war, von der sie gerade gesprochen hatte, trug ein pastellfarbenes Kleid und einen entsprechenden Hut, beides von der Art, wie sie in den frühen sechziger Jahren in Mode gewesen waren. Ich meinte mich zu erinnern, dass man solche Farben damals als Sorbet Töne bezeichnet hatte. Eines war jedenfalls sicher, diese Schwestern hatten eine Schwäche für Hüte. Die Frisur der Jüngeren war exakt die jenige von Jacqueline Kennedy zu ihrer Zeit als First Lady starr vor Haarspray. Sie trug ein bisschen zu viel Make-up, aber man konnte sie ohne Übertreibung als schön bezeichnen. Sie mochte Anfang Mitte 20 sein. Ich gab Malta Kano das Foto zurück, und sie steckte es wieder Sie wurde von Noboru Wataya beschmutzt, vergewaltigt. Entsetzlich. Mein erster Impuls war, schleunigst das Weite zu suchen, aber ich konnte nicht einfach aufstehen und gehen. Ich zog ein Taschentuch aus der Tasche meines Jacketts, wischte mir damit den Mund ab und steckte es wieder zurück. Dann räusperte ich mich. Das ist ja schrecklich, sagte ich. Ich höre davon zum ersten Mal, aber wenn er ihrer Schwester wirklich wehgetan hat, möchte ich Ihnen mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. Allerdings muss ich Ihnen sagen, dass mein Schwager und ich praktisch nichts miteinander zu tun haben, wenn sie also irgendeine Art von Ent... durchaus nicht, Herr Okada, erklärte sie. Ich mache sie in keiner Weise dafür verantwortlich, wenn es überhaupt jemanden gibt, der für den Vorfall verantwortlich gemacht werden kann, so bin ich es, wegen mangelnder Achtsamkeit, weil ich sie nicht so beschützt habe, wie es meine Pflicht gewesen wäre. Leider machten es mir gewisse Ereignisse unmöglich, dieser Pflicht nachzukommen. Solche Dinge können passieren, Herr Okada, wie Sie wissen, leben wir in einer brutalen und chaotischen Welt, und in dieser Welt gibt es bestimmte Orte, die sogar noch brutaler, noch chaotischer sind. Verstehen Sie, was ich meine, Herr Okada? Was geschehen ist, ist geschehen. Meine Schwester wird sich von ihren Wunden, ihrer Beschmutzung erholen. Sie muss. Gott sei Dank waren sie nicht lebensgefährlich. Wie ich meiner Schwester gesagt habe, hätte auch etwas weit, weit Schlimmeres passieren können. Das Potenzial war da. Was mir am meisten Gedanken bereitet, sind die Elemente ihres Körpers. Elemente ihres Körpers, sagte ich. Diese Elemente des Körpers waren offenbar ein Lieblingsthema von ihr. Ich kann Ihnen nicht im Einzelnen erklären, wie alle diese Umstände zusammenhängen. Es würde eine sehr lange und sehr komplizierte Geschichte werden. Und ohne Ihnen damit zu nahe treten zu wollen, muss ich Ihnen sagen, Herr Okada, dass es Ihnen in diesem Stadium so gut wie unmöglich wäre, diese Geschichte vollkommen zu verstehen. Eine Geschichte, die eine Welt betrifft, mit der wir uns auf professioneller Basis befassen. Ich habe Sie nicht hierher lediglich davon in Kenntnis setzen, dass die Elemente meiner Schwester von Herrn Wataya verunreinigt worden sind. Sie und meine Schwester werden wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft in irgendeiner Form miteinander in Berührung kommen. Wie ich bereits angedeutet habe, ist sie meine Assistentin. Dann wird es wahrscheinlich von Vorteil sein, wenn Sie wissen, was zwischen ihr und Herrn Wataya vorgefallen ist und sich darüber sind, dass derlei Dinge passieren können. Es entstand eine kurze Pause. Malta Cano sah mich an, als wollte sie sagen, denken Sie bitte nach über das, was ich ihnen gesagt habe, also tat ich es. Ich dachte über die Tatsache nach, dass Noboru Wataya Malta Canos Schwester vergewaltigt hatte, über den Zusammenhang zwischen diesem Ereignis und den Elementen des Körpers und über den Zusammenhang zwischen diesen und dem Verschwinden unseres Katers. Verstehe ich Sie richtig, fragte ich vorsichtig, dass weder Sie noch Ihre Schwester beabsichtigen, in dieser Angelegenheit gerichtliche Schritte zu unternehmen, zur Polizei zu gehen. Nein, selbstverständlich werden wir nichts dergleichen tun, sagte Malta Cano mit ausdruckslosem Gesicht. Streng genommen machen wir überhaupt niemanden für den Vorfall verantwortlich. Wir möchten lediglich eine genauere Vorstellung davon gewinnen, was zu einem solchen Ereignis geführt hat. Solange wir diese Frage nicht beantwortet haben, besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich etwas noch Schlimmeres ereignet. Das zu hören bedeutete eine gewisse Erleichterung für mich. Nicht, dass es mich im mindesten gestört hätte, wenn Noboru Wataya wegen Vergewaltigung verurteilt und ins Gefängnis gesteckt worden wäre. Es gab niemanden, dem ich es eher gegönnt hätte. Aber Kumikos Bruder war eine ziemlich bekannte Persönlichkeit. Seine Verhaftung und sein Prozess hätten mit Sicherheit Schlagzeilen gemacht, und auch nur wegen meines eigenen Seelen Friedens war es mir lieber, wenn die Sache nicht an die große Glocke gehängt wurde. Glauben Sie mir, sagte Maltakano, um diese Unterredung habe ich sie ausschließlich wegen des verschwundenen Katers gebeten. Das war die Angelegenheit, in der Herr Wataya meinen Rat einholte. Frau Okada hatte sich in dieser Angelegenheit an ihn gewandt, und er Seelseherin oder Medium oder was weiß ich, und sie hatten sie nach dem Verbleib des Katers gefragt. Die Watayas fuhren auf solche Dinge ab, Wahrsagerei, Hausphysiognomik und was es sonst noch so alles gab. Mir sollte es recht sein, die Leute durften glauben, was immer sie wollten. Aber warum musste er die jüngere Schwester seiner spirituellen Beraterin vergewaltigen? Warum einen Haufen unnötigen Ärger verursachen? Ist es ihr Spezialgebiet? fragte ich. Leuten helfen, Verlorenes wiederzufinden? Sie starrte mich mit diesen untiefen Augen an, Augen, die aussahen, als starrten sie ins Fenster eines unbewohnten Hauses. Ihrer Miene nach zu urteilen, hatte sie den Sinn meiner Frage gar nicht verstanden. Ohne darauf zu antworten, sagte sie, Sie wohnen an einem sehr sonderbaren Ort, nicht wahr, Herr Okade? Tatsächlich, sagte ich, in welchem Sinne sonderbar. Statt darauf einzugehen, schob sie ihr fast unberührtes Glas Tonic noch weitere zehn, fünfzehn Zentimeter von sich. Katzen sind sehr sensible Tiere, wissen Sie? Abermals senkte sich Schweigen auf uns beide. Unser Haus ist also sonderbar und Katzen sind sensible Tiere, sagte ich. Ok, aber wir hatten da schon lange gewohnt, wir beide und der Kater. Warum hat er gerade jetzt auf einmal beschlossen, uns zu verlassen? Warum ist er nicht schon viel früher gegangen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht hat sich der Fluss geändert. Vielleicht hat irgendetwas den Fluss blockiert. Den Fluss? Ich weiß noch nicht, ob ihr Kater noch am Leben ist, aber in einem bin ich mir absolut sicher, er befindet in diesem Viertel werden Sie den Kater niemals finden. Ich nahm die Tasse auf und trank einen Schluck von meinem mittlerweile lauwarmen Kaffee. Vor den Fenstern des Tearoom ging ein feiner nebelartiger Regen nieder, der Himmel war ganz mit dunklen tief hängenden Wolken bedeckt. Eine trostlose Prozession von Menschen und Schirmen strömte die Fußgängerbrücke hinauf und hinunter. Geben Sie mir Ihre Hand, sagte sie. Ich legte die Rechte mit der Handfläche nach oben auf den Tisch, da ich annahm, sie habe vor, sie zu lesen. Stattdessen streckte sie ihrerseits die Hand aus und legte sie flach auf meine. Dann schloss sie die Augen und blieb völlig still, als machte sie einem treulosen Liebhaber stumme Vorwürfe. Die Kellnerin und ich da trieben. Von den Nachbartischen warfen uns die Leute verstohlene Blicke zu. Ich hoffte, es seien keine Bekannten von mir in der Nähe. Ich möchte, daß sie sich eine Sache vorstellen, die sie heute, bevor sie hierher gekommen sind, gesehen haben. Eine Sache? Ein beliebiges Ding? Ich dachte an das geblümte Minikleid, das ich in Kumikos Kleiderkarton gesehen hatte, warum mir ausgerechnet das einfiel, weiß ich nicht. Ich verfiel einfach darauf. Wir hielten unsere Hände noch fünf Minuten lang so aneinander. Fünf Minuten, die mir sehr lang vorkamen, und zwar nicht so sehr, weil die Leute mich anstarrten, sondern weil die Berührung von Malta Canos Hand etwas Beunruhigendes an sich hatte. Es war eine kleine Hand, weder warm noch kalt. Ihre Berührung hatte weder die Intimität der Hand einer Geliebten noch die Nüchternheit einer Arzthand. Sie hatte auf mich dieselbe Wirkung wie ihre Augen. Sie verwandelte mich in ein unbewohntes Haus. Ich fühlte mich leer, keine Möbel, keine Gardinen, keine Teppiche, nur ein leeres Gefäß. Endlich zog Malta Cano ihre Hand von Okada sagte sie. Ich glaube, sie treten gegenwärtig in eine Phase ihres Lebens, in der sich viele verschiedene Dinge ereignen werden. Das Verschwinden ihres Katers ist nur der Anfang. Verschiedene Dinge, sagte ich. Gute Dinge oder schlimme Dinge? Nachdenklich neigte sie den Kopf leicht zur Seite. Gute Dinge und schlimme Dinge. Schlimme Dinge, die anfangs gut erscheinen und gute Dinge, die anfangs schlimm erscheinen. Ich finde, das klingt ziemlich allgemein, sagte ich. Können Sie mir nichts Konkreteres sagen? Ja, das, was ich da sage, klingt wohl sehr allgemein, sagte Malta Cano. Aber schließlich, Herr Okada, sprechen wir von der Essenz der Dinge und da kann man häufig nur in allgemeinen Begriffen sprechen. Konkrete Dinge verdienen ohne Zweifel unsere Aufmerksamkeit, doch sie sind oft kaum mehr als Trivialitäten. Neben Dinge. Je weiter man versucht, in die Ferne zu blicken, desto allgemeiner werden die Wahrnehmungen. Ich Ich nickte stumm und ohne die leiseste Ahnung zu haben, wovon sie eigentlich redete. Gestatten Sie mir, sie wieder anzurufen? fragte sie. Sicher, sagte ich, auch wenn ich in Wirklichkeit nicht den geringsten Wunsch verspürte, von wem auch immer angerufen zu werden. Sicher war so ziemlich die einzige Antwort, die ich geben konnte. Sie nahmen ihren roten Vinylhut vom Tisch, dann die Handtasche, die darunter verborgen gewesen war, und stand auf. Unsicher, wie ich darauf reagieren sollte, blieb ich sitzen. Eine kleine Information wenigstens kann ich Ihnen schon geben, sagte Malta Kano zu mir hohe Türme und tiefe Brunnen oder fern von Norman Hahn Zuhause fand ich Kumiko gut gelaunt vor. Sehr gut gelaunt. Als ich von der Verabredung mit Malta Kano zurückkam, war es schon fast sechs, sodass ich keine Zeit mehr hatte, ein richtiges Abendessen vorzubereiten. Also improvisierte ich mit dem, was ich im Kühlschrank fand, eine einfache Mahlzeit, und dazu tranken wir jeder ein Bier. Kumiko erzählte von der Arbeit, wie sie es immer tat, wenn sie gut gelaunt war, wen sie in der Redaktion gesehen hatte, was sie getan hatte, welche ihre Kollegen talentiert waren und welche nicht, solche Dinge. Ich hörte zu und zeigte angemessene Reaktionen. Ich bekam nicht mehr als die Hälfte von dem, mit, was sie sagte. Nicht, dass an, wenn sie am Esstisch voller Enthusiasmus über ihre Arbeit redete. Das sagte ich mir war zu Hause. Jeder von uns beiden tat, was ihm an häuslichen Pflichten aufgetragen war, und tat seine Sache gut. Sie redete über ihre Arbeit und ich hatte das Abendessen vorbereitet und hörte ihr jetzt beim Reden zu. Das wich erheblich von dem Zuhause ab, das ich natürlich hatte ich auch als Kind ein Zuhause gehabt, aber ich hatte es mir nicht ausgesucht, ich war hineingeboren worden, hatte es als vollendete Tatsache vorgefunden, jetzt hingegen lebte ich in einer Welt, die ich selbst bewusst gewählt hatte. Es war mein Zuhause. Es war vielleicht nicht vollkommen, aber meine grundsätzliche Haltung ihm gegenüber bestand darin, es mit allen Vor- und Nachteilen zu akzeptieren, weil es etwas war, was ich mir selbst ausgesucht hatte. Wenn es Probleme mit sich brachte, dann beinahe sicher solche, die Ursache in mir selbst hatten. Also, was ist mit dem Kater? fragte sie. Ich gab ihr einen kurzen Bericht über mein Treffen mit Malta Kano im Hotel in Shinagawa. Ich erzählte ihr von meinem gepunkteten Schlips, dass im Kleiderschrank keine Spur von ihm gewesen sei, dass Malta Kano es trotzdem geschafft habe, mich im überfüllten Tearoom auswendig zu machen, dass sie eine ganz eigene Art habe, sich zu kleiden und zu reden, wofür ich einige Beispiele gab. Kumiko amüsierte sich über Malta Kanos roten Vinylhut, aber als ich mich außerstande zeigte, auf die Frage nach dem Verbleib unseres Katers eine klare Antwort zu geben, war sie zutiefst enttäuscht. Dann weiß sie also auch nicht, wo der Kater ist? fragte Kumiko. Mehr als dir zu sagen, dass er nicht mehr in unserer Nachbarschaft ist, hat sie nicht zustande gebracht? Nein, das war's in etwa, sagte ich. Vom blockierten Fluss des Hauses, in dem wir wohnten, oder davon, dass das Verschwinden des Katers Kumiko beunruhigt hätte, und was mich betraf, hatte ich nicht das geringste Bedürfnis, die Anzahl der Dinge, über die wir uns Sorgen machen konnten, noch weiter zu erhöhen. Wenn Kumiko darauf bestanden hätte, von hier weg zu ziehen, weil es ein schlechter Ort sei, dann hätten wir ein ernstes Problem gehabt. Bei unserer derzeitigen finanziellen Situation kam ein Umzug für uns absolut nicht »Heißt das, dass ihr nie wieder zurückkommt? Ich weiß es nicht«, sagte ich, sie hat sich in allem sehr unbestimmt ausgedrückt. Mehr als ein paar kleine Andeutungen waren nicht aus ihr heraus zu holen, allerdings hat sie gesagt, dass sie sich wieder bei mir melden würde, wenn sie mehr erfahren sollte. Glaubst du ihr? Wer weiß, mit solchen Sachen kenne ich mich nicht aus. Kinn in die Hand. Sie hat ihr bestimmt gesagt, dass sie keinerlei Bezahlung oder Geschenke annimmt, sagte sie. »Hmh, das ist auf jeden Fall ein Plus«, sagte ich. »Also wo ist das Problem? Sie wird uns kein Geld abnehmen, sie wird uns unsere Seelen nicht rauben, sie wird die Prinzessin nicht entführen, wir haben nichts zu befürchten. Ich möchte, dass du eins begreifst«, sagte Kumiko, »dieser Kater bedeutet mir sehr viel, vielleicht sollte ich sagen uns. Wir haben ihn in der Woche nach unserer Heirat gefunden, zusammen, weißt du noch? Natürlich, er war so winzig klein und völlig vom Regen durchweicht. Ich hatte dich mit dem Regenschirm am Bahnhof abgeholt. Armes kleines Kätzchen, wir haben ihn auf dem Heimweg gesehen, jemand hatte ihn in einen Bierkasten geworfen, in der Nähe des Spirituosenladens. Er ist meine allererste Katze, er bedeutet mir viel. Er ist etwas wie ein Symbol, ich darf ihn nicht verlieren. Mach dir keine Sorgen, das weiß ich. Also wo ist er dann? Er ist inzwischen seit zehn Tagen verschwunden, deswegen habe ich meinen Bruder angerufen. Ich dachte, er kennt vielleicht ein Medium oder einen Hellseher oder um irgendetwas zu bitten, aber er ist in die Fußstapfen meines Vaters getreten, er kennt sich in diesen Dingen sehr gut aus. Ah ja, die Watayasche Familientradition, sagte ich, so kühl wie eine Abendbrise über einer Bucht. Aber was haben Noboru Wataya und diese Frau eigentlich miteinander zu tun? Kumiko zuckte die Achseln. Ich bin sicher, sie ist einfach jemand, den er zufällig irgendwo kennengelernt hat. Er scheint neuerdings sehr viele Beziehungen zu haben. Jede Wette. Er sagt, dass sie unwahrscheinliche Fähigkeiten besitzt, aber auch ganz schön seltsam ist. Kumiko stocherte in ihren überbackenen Macaroni herum. Wie heißt sie nochmal? Malta Cano, sagte ich. Sie hat auf Malta irgendwelche asketischen Übungen getrieben. Genau, Malta Cano. Was hältst du von ihr? Schwer zu sagen. Ich sah auf meine Hände, die flach auf dem Tisch lagen. Zumindest war sie nicht langweilig und das ist schon was. Ich meine, die Welt ist voll von Dingen, die wir nicht erklären können und irgendjemand muss dieses Vakuum mir ausfüllen. Da ist es auf alle Fälle besser, wenn dieser jemand kein Langweiler ist, stimmt's? Wie Herr Honda zum Beispiel. Bei der Erwähnung Herrn Hondas lachte Kumiko laut auf. Er war ein wunderbarer alter Mann. Meinst du nicht auch? Ich mochte ihn unheimlich gern. Ich auch, sagte ich. Das ganze erste Jahr nach unserer Heirat besuchten Kumiko und ich Herrn Honda regelmäßig einmal im Monat. Er war ein Spezialist für Geisterarbeit und eines der Lieblingsmedien der Familie Wataya. Aber er war furchtbar schwerhörig. Selbst mit seinem Hörgerät verstand er das, was wir ihm sagten, nur mit Mühe und Not. Wir mussten so laut brüllen, dass unsere Stimmen die Papierbespannung der Schiebetür zum Knattern brachten. Ich fragte mich immer, ob er bei seiner Schwerhörigkeit überhaupt verstehen konnte, was die Geister zu ihm sagten. Aber vielleicht war es verloren. Er hatte als Unteroffizier in Japans manchurischer Garnison gedient, der Quantung Armee, und seine Trommelfälle waren geplatzt, als während einer Schlacht gegen eine sowjetisch-mongolische Einheit bei Nomonhan an der Grenze zwischen der äußeren Mongolei und der Manchurei in seiner Nähe ein Artillerie Geschoss oder eine Handgranate oder sonst was explodiert war. Unsere Besuche bei Honda hing nicht etwa damit zusammen, dass wir an seine spirituellen Fähigkeiten geglaubt hätten. Ich hatte mich noch nie für derlei Dinge interessiert und Kumiko war vom Wahrheitsgehalt solcher übernatürlichen Dinge auf jeden Fall weit weniger überzeugt als ihre Eltern und ihr Bruder. Sie hatte zwar schon einen gewissen Hang zum Aberglauben und eine unheilkündende Weissagung konnte sie durchaus beunruhigen, aber man konnte nicht sagen, dass sie sich auf irgendeine Weise aktiv in spirituellen Dingen engagiert hätte. Der einzige Grund, warum wir Herrn Honda aufsuchten, war der, dass ihr Vater es uns befohlen hatte. Nur unter dieser Bedingung hatte er in unsere Heirat eingewilligt. Zugegeben, es war eine ziemlich bizarre Bedingung, aber um Komplikationen zu vermeiden, hatten wir uns gefügt. Keiner von uns beiden hatte erwartet, dass wir es mit ihrer Familie leicht haben würden. Ihr Vater war Regierungsbeamter. Als jüngerer Sohn eines nicht sehr wohlhabenden Gutsbesitzers aus Niigata hatte er mithilfe eines Stipendiums die angesehene Tokio Universität besucht, hatte sein Studium mit Auszeichnung abgeschlossen und mit der Zeit eine hohe Stellung im Verkehrsministerium erreicht. Das war, soweit es mich betraf, alles sehr bewundernswert. Aber wie viele Männer, die sich aus eigener Arrogant und selbstgerecht. Gewohnt Befehle zu erteilen, hegte er nicht die leisesten Zweifel an der Allgemeingültigkeit der Wertmaßstäbe seiner Welt. Hierarchie bedeutete ihm alles. Er beugte sich widerspruchslos jeder höheren Autorität und trampelte ohne zu zögern auf seinen Untergebenen herum. Weder Kumiko noch ich glaubten, dass ein solcher Mann einen armen 24-Jährigen niemand wie mich Aussichten als Schwiegersohn akzeptieren würde. Wir gingen davon aus, dass ihre Eltern Nein sagen würden und wir dann auf eigene Faust heiraten und unser eigenes Leben führen würden, ohne je wieder etwas mit ihnen zu tun zu haben. Trotzdem tat ich, was ich gehörte. Ich suchte Kumikos Eltern auf und bat in aller Form um die Hand ihrer Tochter. Den Empfang, der mir bereitet wurde, als kühl zu bezeichnen, wäre untertrieben. Die Türen sämtlicher Kühlschränke der Welt schienen mit einem Schlag aufgeflogen zu sein. Dass sie uns zuletzt doch widerwillig, aber in einer fast als wundersam zu bezeichnenden Kehrtwende ihren Segen gaben, war ausschließlich Herrn Honda zu verdanken. Er ließ sich von ihnen alles, was sie über mich in Erfahrung gebracht hatten erzählen und erklärte schließlich, wenn ihre Tochter heiraten solle, sei ich der bestmögliche Partner für sie. Und wenn sie mich zu heiraten wünsche, könne ein Verbot dieser Eheschließung nur die schrecklichsten Folgen nach sich ziehen. Kumikos Eltern hatten damals unerschütterliches Vertrauen zu Herrn Kumiko und ich besuchten sie zweimal im Monat regelmäßig wie ein Uhrwerk und speisten mit ihnen zu Abend. Es war jedes Mal eine absolut grauenvolle Erfahrung, genau auf der Kippe zwischen sinnloser Selbstkasteiung und unmenschlicher Folter. Solange die Mahlzeit dauerte, hatte ich das Gefühl, der Esstisch sei so lang wie eine Bahnhofshalle. Sie aßen und redeten über irgendetwas ganz hinten am anderen Ende und ich war zu weit weg, um für sie überhaupt noch wahrnehmbar zu sein. Das ging ein Jahr so weiter, bis Kumikos Vater und ich eine heftige Auseinandersetzung hatten, worauf wir uns nie wieder sahen. Die Erleichterung, die das für mich bedeutete, grenzte an Glückseligkeit. Nichts kann einen Menschen so aufreiben wie eine sinnlose Anstrengung. Nach unserer Heirat jedoch bemühte ich mich eine ganze Zeit lang durchaus unsere Beziehungen erträglich zu gestalten und ohne Zweifel waren die Bemühungen, die mich am wenigsten kosteten, diese monatlichen Besuche bei Herrn Honda. Alle Honorare, die Herr Honda dafür erhielt, wurden von Kumikos Vater entrichtet. Wir brauchten lediglich einmal im Monat mit einer großen Flasche Sake zu seinem Haus in Melguró hinaus zu pilgern, uns anzuhören, was er uns zu sagen hatte und uns dann wieder zu verabschieden. Ganz einfach. Wir schlossen Herrn Honda auf Anhieb in unser Herz. Er war ein lieber alter Mann und sein Gesicht leuchtete jedes Mal auf, sobald er den Sarke sah, den wir ihm mitgebracht hatten. Wir mochten alles an ihm, ausgenommen vielleicht seiner Angewohnheit, wegen seiner Schwerhörigkeit den Fernseher bei voller Lautstärke laufen zu lassen. Wir besuchten ihn immer vormittags. Winters wie Sommers saß er mit den Beinen in der eingelassenen Feuerstelle. Im Winter hatte er immer eine Steppdecke um die Teile gewickelt, in der sich die Wärme des Holzkohlen Öffchens staute. Im Sommer hatte er weder Steppdecke noch Öffchen. Er war offenbar ein ziemlich eine Person auf einmal die Schuhe auf oder zu binden konnte. Die Tatamis, mit denen die Zimmer ausgelegt waren, waren stark abgenutzt und mehrere Fensterscheiben hielten nur noch durch Klebeband zusammen. Direkt nebenan befand sich eine Autoreparaturwerkstatt, in der immer jemand aus Leibeskräften brüllte. Herr Honda trug einen Kimono, der wie ein Mittelding zwischen einem Schlafrock und einer traditionellen Tagelöhnerjacke ist in jüngerer Vergangenheit einmal gewaschen worden. Herr Honda lebte allein und hatte eine Zugehfrau, die täglich kam, um für ihn zu kochen und zu putzen, aber aus irgendwelchen Gründen erlaubte er ihr nicht, sein Gewand zu waschen. Ein strähniger weißer Schnauzbart hing ihm über die eingefallenen Wangen. Wenn es in Herrn Hondas Haus überhaupt etwas gab, was man als eindrucksvoll hätte bezeichnen koennen, so war es das riesige Farbfernsehgerät. In einem so winzigen Haus wirkte es geradezu überwältigend. Es war immer auf den staatlich subventionierten Sender NHK eingestellt. Ob dies daran lag, dass er Honda NHK bevorzugte, oder dass er sich nicht die Mühe machen wollte, den Kanal zu wechseln, oder ob dieses Gerät überhaupt nur NHK empfing, konnte ich nicht ermitteln, aber jedenfalls sei er nie etwas anderes als NHK. Anstelle eines Ikebana oder einer Kalligrafie enthielt die Schmucknische des Empfangsraums diesen gigantischen Fernseher. Und Herr Honda saß immer davor und mischte auf dem Tisch, der über der versenkten Feuerstelle stand, die Losstäbchen, während NHK unermüdlich Kochrezepte, Tipps zur Pflege von Bonsais, Nachrichten und politische Diskussionen in den Raum dröhnte. Die Juristerei könnte das Falsche für dich sein, Söhnchen, sagte Herr Honda eines Tages zu mir oder jemandem, der zwanzig Meter hinter mir stand. Könnte sie? Ja, könnte sie. Das Gesetz regelt schließlich die Dinge dieser Welt. Die Welt, in der Schatten Schatten ist und Licht Licht, Yin-Yin ist und Yang-Yang. Ich ich bin und er er. Ich bin ich und er ist er. Herbstlicher Abend. Aber du gehörst nicht zu dieser Welt, Söhnchen. Die Welt, zu der du gehörst, liegt über dieser oder unter dieser. Was ist denn besser? fragte ich aus reiner Neugier. Darüber oder darunter? Es ist nicht so, dass eines von beiden besser wäre, sagte er. Nach einem kurzen Hustenanfall spuckte er einen Klumpen Schleim in ein Papiertaschentuch und musterte ihn aufmerksam, bevor er das Taschentuch zusammenknüllte und in den Papierkorb warf. Das ist keine Frage von besser oder schlechter. Worauf es ankommt, ist dem Fluss nicht zu widerstreben. Du steigst auf, wenn du aufsteigen sollst und steigst ab, wenn du absteigen sollst. Wenn du aufsteigen sollst, such dir den höchsten Turm aus und kletter bis auf die Spitze. Wenn du absteigen sollst, such dir den tiefsten Brunnen und geh hinunter auf den Grund. Wenn der Fluss stockt, halt still. Wenn du dem Fluss widerstrebst, verdorrt alles, wenn alles verdorrt, ist die Welt Finsternis. Ich bin er und er ist ich, Frühlingsdämmer. Gib das selbst auf und du hast's. Ist das jetzt eine dieser Gelegenheiten, wo der Fluss stockt? fragte Kumiko. Wie war das? Ist das jetzt eine dieser Gelegenheiten, wo der Fluss stockt? schrie Kumiko. Kein Fluss jetzt, sagte Herr Honda vor sich hin nickend. Jetzt gilt es still zu halten. Tut nichts. Seid nur vorsichtig mit Wasser. Irgendwann in der Zukunft könnte dieser junge Bursche hier im Zusammenhang mit Wasser echtes Leid erfahren. Wasser, das da fehlt, wo es sein sollte. Wasser, das da ist, wo es nicht sein sollte. Seid sehr, sehr vorsichtig mit Wasser. Kumiko, die neben mir saß, nickte die ganze Zeit mit dem allergrößten Ernst. Aber ich konnte sehen, dass sie sich sehr zusammen nehmen musste, um nicht los zu lachen. Was für Wasser? fragte ich. Ich weiß es nicht, sagte Herr Honda. Wasser! Im Fernsehen erklärte irgendein Professor, der allgemein zu verzeichnende chaotische Gebrauch der japanischen Grammatik entspräche genau dem chaotischen Lebensstil der Menschen. Streng genommen können wir natürlich nicht von Chaos sprechen. Die Grammatik ist wie die Luft. Eine höhere Instanz könnte wohl versuchen, Regeln zu deren Gebrauch aufzustellen, aber die Leute werden sie nicht notwendigerweise befolgen. Es klang interessant, aber Herr Honda redete unbeirrt weiter über Wasser. Ich sag's euch ehrlich, ich hab wegen Wasser gelitten, sagte er. In No-on-Hahn gab's kein Wasser. Die Front war eine einzige Katastrophe und die Nachschubverbindungen waren abgeschnitten. Kein Wasser, keine Essensrationen, kein Verbandsmaterial, keine Munition. Es war furchtbar. Die hohen Tiere in der Etappe hatten nur eins interessiert, so schnell wie möglich Geländegewinne zu machen. Kein Mensch dachte an Nachschub. Drei Tage lang war ich fast völlig ohne Wasser. Wenn man einen Waschlappen über Nacht draußen ließ, hatte er sich am nächsten Morgen mit Tau voll besogen, dann konnte man ihn auswringen und ein paar Tropfen trinken, aber das war auch alles. Es gab einfach überhaupt kein Wasser. Es war so schlimm, dass ich sterben wollte. So durstig zu sein, ist das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Ich war schon bereit, rauszulaufen und mir eine Kugel einzufangen. Die Männer, die einen Bauchschuss abbekamen, schrien nach Wasser. Manche von ihnen wurden vor Durst wahnsinnig, es war die reine Hölle. Wir konnten einen breiten Fluss sehen, der direkt dort vor unseren Augen floss, mit mehr Wasser darin, als je einer hätte trinken können. Aber wir konnten nicht hin. Zwischen uns und dem Fluss war eine Linie von sowjetischen Panzern mit Flammenwerfern. Die MG-Stellungen starrten vor Läufen wie Nadelkissen. Auf allen Anhöhen waren Scharfschützen postiert. Nachts schossen die Leuchtraketen ab. Wir hatten nichts als 38er Infanterie Gewehre und 25 Patronen pro Kopf. Trotzdem gingen die meisten meiner Kameraden zum Fluss. Sie haben es nicht ausgehalten. Nicht einer von ihnen ist zurückgekommen. Sie sind alle gefallen. Du siehst also, wenn du stillhalten solltest, halt still. Er zog ein Papiertaschentuch heraus, schnäuzte sich geräuschvoll und musterte das Resultat eingehend, bevor er das Taschentuch zerknüllte und in den Papierkorb warf. Es kann manchmal schwierig sein, darauf zu warten, dass der Fluss losgeht, sagte er. Aber wenn du warten musst, musst du warten. In der Zwischenzeit nimm einfach an, du wärst tot. Wollen Sie damit sagen, dass ich mich jetzt erst einmal totstellen sollte? fragte ich. Wie war das? Wollen Sie damit sagen, dass ich mich jetzt erst einmal totstellen sollte? Genau das, Söhnchen. Sterben ist der einzige Weg zu deiner Befreiung. Nur Moen Han Er redete noch eine Stunde lang so weiter über Moen Han. Wir saßen nur da und hörten zu. Wir waren dazu abkommandiert worden, seine Lehre zu empfangen, aber in diesem ganzen Jahr, in dem wir ihn einmal im Monat besuchten, gab er fast nie eine Lehre von sich, die wir hätten empfangen können. Er führte selten eine Orakelbefragung durch. Das einzige, worüber er redete, war der Zwischenfall von No Mon Han. Darüber wie eine Artillerie Granate dem Leutnant, der neben ihm stand, den halben Schädel weggerissen hatte, wie er auf einen sowjetischen Panzer gesprungen war und ihn mit einem Molotow Cocktail in Brand gesetzt hatte, wie sie einen abgeschossenen sowjetischen Piloten in die Enge getrieben und abgeknallt hatten. Alle seine Geschichten waren interessant, ja richtig spannend, aber wie alles andere tendierten auch sie dazu, bei der achten oder neunten Wiederholung einen Teil ihrer Faszination einzubüßen. Außerdem erzählte er seine Geschichten nicht nur, er schrie sie. Man hätte meinen können, er stehe an einem windigen Tag am Rand einer Klippe und brüllte sie uns über einen Abgrund hinweg zu. Es war, als säße man in einem heruntergekommenen Kino in der ersten Reihe und sähe sich einen alten Kolossawa-Film an. Nachdem wir sein Haus verlassen hatten, waren wir beide eine Zeit lang selbst so gut wie taub. Trotzdem machte es uns oder zumindest mir Spaß, an Hondas Geschichten zu hören. Sie waren größtenteils recht blutrünstig, aber dadurch, dass sie aus dem Mund eines sterbenden alten Mannes in einem schmutzigen alten Sie klangen eher wie Märchen. Fast ein halbes Jahrhundert zuvor hatte Herrn Hondas Einheit im manchurisch-mongolischen Grenzgebiet eine erbitterte Schlacht um ein krales Stück Einöde ausgefochten. Bis ich durch Herrn Honda davon erfuhr, hatte ich so gut wie nichts über die Schlacht von Nomon Han gewußt. Und doch war es eine glorreiche Schlacht gewesen. Fast mit bloßen Händen hatten sie Einheit nach der anderen war aufgerieben, restlos vernichtet worden. Manche Offiziere hatten ihren Truppen in eigener Verantwortung befohlen, sich zurückzuziehen, um dem sinnlosen Tod zu entgehen. Sie wurden später von ihren Vorgesetzten zum Selbstnord gezwungen. Die meisten Soldaten, die in sowjetische Gefangenschaft geraten waren, weigerten sich nach dem Krieg am Gefangenenaustausch teilzunehmen, weil sie befürchteten, wegen Feigheit vor dem Feind vor Gericht gestellt zu werden. Diese Männer düngten zuletzt mit ihren Knochen die mongolische Erde. Nach Verlust seines Gehörs ehrenhaft entlassen, wurde Herr Honda nach seiner Rückkehr in die Heimat Wahrsager. »Es war vermutlich das Beste so,« sagte er. »Wenn ich mein Gehör nicht verloren hätte, wäre ich wahrscheinlich im Südpazifik umgekommen. So ist es den meisten Soldaten ergangen, die Norman Hahn überlebten. Norman Hahn war eine große Blamage für die Kaiserliche Armee, also wurden die Überlebenden dorthin versetzt, wo es am wahrscheinlichsten war, dass sie sterben würden. Die Kommandeure, die die Sache mit Norman Hahn verpatzt hatten, machten später Karriere im obersten Führungsstab. Ein paar von den Dreckskerlen sind nach dem Krieg sogar in die Politik gegangen. Aber die Jungs, die in der Schlacht das Letzte für sie gegeben hatten, sind fast alle krepiert. Inwiefern war Norman Hahn eine solche Blamage für die Armee, fragte ich. Die Soldaten haben doch alle tapfer gekämpft und viele von ihnen sind gefallen, oder? Warum mussten sie den Überlebenden so übel mitspielen? Aber Herr Honda schien meine Frage nicht gehört zu haben. Er rührte und klapperte mit seinen Losstäbchen. Ihr solltet euch vor Wasser in Acht nehmen, sagte er. Und damit endete die Sitzung dieses Tages. Nach meinem Streit mit Kumikos Vater stellten wir unsere Besuche bei Herrn Honda ein. Es wäre mir unmöglich gewesen, weiterhin in sein Haus zu kommen und ihm zu hören und dabei zu wissen, dass mein Schwieger Vater diese Stunden bezahlte und ihn selbst zu bezahlen hätten wir uns nicht leisten können. Wir kamen gerade eben über die Runden. Schließlich vergaßen wir ein Honda, so wie die meisten vielbeschäftigten jungen Leute dazu neigen, die meisten alten Leute zu vergessen. In dieser Nacht musste ich auch im Bett weiter an Herrn Honda denken. Sowohl er als auch Malta Kano hatten mir gegenüber von gesprochen. Herr Honda hatte mir eingeschärft, vorsichtig zu sein. Malta Kano hatte im Zusammenhang mit ihren Wasserforschungen auf der Insel Malta asketische Übungen getrieben. Vielleicht war es nicht mehr als ein Zufall, aber beide hatten Wasser offenbar als ein essentielles Problem betrachtet. Nun begann es mir selbst Sorgen zu bereiten. Ich richtete meine Gedanken auf Bilder der Schlacht bei Nomon Han, die sowjetischen Panzer und Maschinengewehr Stellungen und hinter ihnen der strömende Fluss, der unerträgliche Durst. Ich konnte in der Dunkelheit des Rauschen des Flusses hören. Toru? sagte Kumiko ganz leise. Bist du wach? Mhm. Wegen dem Schlips. Es ist mir gerade eingefallen. Ich habe ihn im Dezember in die Reinigung gebracht. Er musste gebügelt werden. Ich habe so vergessen. Im Dezember? Kumiko, das ist mehr als sechs Monate her. Ich weiß, und du weißt, dass das sonst nicht meine Art ist, Dinge zu vergessen. Und es war auch noch ein so schöner Schlips. Sie legte mir die Hand auf die Schulter. Ich habe ihn zur Reinigung am Bahnhof gebracht. Meinst du, sie haben ihn noch? Ich gehe morgen vorbei, wahrscheinlich ist er noch da. Meinst du? Sechs Monate sind eine lange Zeit. Die meisten Reinigungen werfen alles weg, was nach drei Monaten noch nicht abgeholt worden ist. Das dürfen sie. Es ist gesetzlich so geregelt. Wie kommst du darauf, dass er noch da sein könnte? Malta Kano hat gesagt, dass ich gesagt? Ich fange gerade damit an. Es dauert nicht mehr lange und du und mein Bruder könnt euch die Hand reichen, sagte sie mit einem Anflug von Vergnügen. Könnt schon sein, sagte ich. Nachdem Kumiko eingeschlafen war, kehrte ich in Gedanken zum Schlachtfeld von Nommun Hahn zurück. Die Soldaten schliefen jetzt alle. Der Himmel über uns war voller Sterne und Millionen von Grillen zirpten. Ich konnte den Fluß hören. Ich lauschte seinem Rauschen, bis ich einschlief. Süchtig nach Zitronenbonbons, Vogel, der nicht fliegt und Brunnen ohne Wasser. Nachdem ich das Frühstücksgeschirr gespült hatte, nahm ich mein Rad und fuhr zur Reinigung am Bahnhof. Der Besitzer, ein dünner Mann von Ende 40 mit tiefen Runzeln auf der Stirn, hörte sich gerade eine Kassette des Percy Faith Orchesters an. Der Radiorekorder, ein großer JVC, an den irgendwelche zusätzlichen Basslautsprecher angeschlossen waren, stand auf einem Regal und neben ihm lag ein Stapel Kassetten. Das Orchester spielte das Tara-Motiv und holte aus den schwellenden Streichern das letzte heraus. Der Besitzer war im hinteren Teil des Ladens und pfiff zur Musik, während er mit zackigen energischen Bewegungen ein Dampfbügeleisen über ein Hemd führte. Ich trat an den Ladentisch und erklärte mit angemessenen Entschuldigungen, ich hätte Ende vergangenen Jahres einen Schlips vorbeigebracht und vergessen, ihn wieder abzuholen. Auf seiner halb zehn Uhr morgendlich friedliche kleine Welt muss dies ebenso gewirkt haben wie die Ankunft eines Unglücksboten in einer griechischen Tragödie. Abholschein haben Sie auch keinen nehme an, sagte er mit einer seltsam distanzierten Stimme. Er redete nicht mit mir, sondern mit dem Kalender, der über dem Ladentisch an der Wand hing. Das Juni-Foto zeigte die Alpen, ein grünes Hüe, eine wie gemeißelte weiße Wolke, die auf den Mont Blanc oder das Matterhorn oder sonst was zutrieb. Dann sah er mich mit einem Gesicht an, das unmissverständlich besagte, wenn du das verdammte Ding schon vergessen musstest, hättest du es gleich ganz vergessen sollen. Es war ein sehr direkter Bereter Blick. Ende des Jahres, hm? Na, ist ja toll, über sechs Monate her. Na schön, ich immer nach, aber machen sie bloß keine großen Hoffnungen. Er schaltete sein Bügeleisen aus, stellte es auf dem Bügelbrett ab und fing an, zum Titelsong von Sommerinsel pfeifend im Hinterzimmer die Regale zu durchstöbern. In meiner Oberschulzeit war ich einmal mit meiner Freundin in Sommerinsel gewesen. Die Hauptdarsteller waren Troy Donahue und Sandra Dee. Der Film lief in einem Oldie Kino im Doppelpack mit Mein Schiff fährt zu dir mit Conny Francis in der Hauptrolle. Soweit ich mich erinnern konnte, war er ziemlich schlecht gewesen, aber als ich die Musik jetzt, 13 Jahre danach in einer Reinigung hörte, fielen mir aus dieser Zeit ausschließlich schöne Erinnerungen ein. Was ein blauer gepunkteter Schlips? fragte der Ladeninhaber. Auf den Namen Okada? Genau, Kaum war ich wieder zu Haus, rief ich Kumiko in der Redaktion an. Der Schlips war noch da, sagte ich. Kaum zu glauben, sagte sie. Schön für dich. Es klang künstlich wie ein Lob für einen Sohn, der mit guten Noten nach Haus kommt. Das bereitete mir Unbehagen. Ich hätte mit dem Anruf besser bis zu ihrer Mittagspause warten sollen. Mir fällt ein Stein vom Herzen, sagte sie, aber ich habe jemanden auf der anderen Leitung, tut mir leid, kannst du mittags noch mal anrufen? Mach ich, sagte ich. Nachdem ich aufgelegt hatte, ging ich mit der Morgenzeitung auf die Veranda. Wie immer legte ich mich, die Stellenangebote vor mir ausgebreitet, auf den Bauch und las die von unverständlichen Abkürzungen wimmelnden Spalten in aller Ruhe von oben bis unten durch. Es war absolut unglaublich, wie viele verschiedene Berufe es gab, und jeder von ihnen hatte zwischen den ordentlichen Buchstabenbeeten der Zeitung seinen eigenen Platz, wie auf dem Belegungsplan eines neuen Friedhofs. Wie jeden Morgen hörte ich den Aufziehvogel in irgendeinem Baumwipfel seine Feder aufziehen. Ich faltete die Zeitung zusammen, setzte mich auf und betrachtete an einen Pfosten gelehnt den Garten. Kurz darauf stieß der Vogel seinen heiseren Schrei noch einmal aus, ein langes schnarrendes Geräusch, das von der Spitze der Kiefer unseres Nachbarn herüber drang. Ich bemühte mich, zwischen den Zweigen etwas zu erkennen, aber vom Vogel war nichts auszumachen, nur sein Schrei. Wie immer. Und damit war die Welt für einen weiteren Tag aufgezogen. Kurz vor zehn fing es an zu regnen. Nicht stark, man konnte nicht einmal mit Sicherheit sagen, dass es regnete, so fein waren die Tropfen, aber wenn man die Augen zusammen kniff, sah man es. Die Welt existiert in zwei Zuständen, Regen und Nicht Regen, und es sollte eigentlich eine Trennlinie zwischen den beiden geben. Ich blieb Linie, die es hätte geben sollen. Was sollte ich bis zum Mittagessen mit meiner Zeit anfangen? Auf ein paar Bahnen ins nahe öffentliche Schwimmbad gehen oder auf die Gasse und nach dem Kater suchen? Gegen den Pfosten der Veranda gelehnt, in den Garten starrend, auf den der Regen niederging, schwankte ich zwischen den zwei Möglichkeiten. Schwimmbad Kater Der Kater siegte. Mal der Nachbarschaft, aber an diesem Morgen verspürte ich den undefinierbaren Drang, loszuziehen und nach ihm zu suchen. Die Katerjagd war zu einem festen Bestandteil meiner täglichen Routine geworden und außerdem würde es Kumiko vielleicht ein bisschen freuen, zu erfahren, dass ich es wenigstens versucht hatte. Ich zog meinen leichten Regenmantel an. Ich beschloss, keinen Schirm mitzunehmen. Ich zog meine Tennisschuhe hinteren Ende des Gartens, aber gerade als ich eine Hand auf die Hohlblock Mauer gelegt hatte, klingelte ein Telefon. Ich blieb präglos stehen und spitzte die Ohren, aber ich konnte nicht erkennen, ob es unser Telefon war oder das irgendeines Nachbarn. Sobald man aus dem Haus ist, klingen alle Telefone gleich. Ich gab es auf und kletterte über die Mauer. Durch die dünnen Sohlen meiner Tennisschuhe spürte ich das weiche Gras. In der Gasse war es stiller als gewöhnlich. Ich blieb eine Weile reglos stehen und lauschte mit angehaltenem Atem, aber ich hörte nichts. Das Telefon hatte aufgehört zu klingeln. Ich hörte weder Vogelstimmen noch irgendwelche Verkehrsgeräusche. Der Himmel war mit einem vollkommen gleichförmigen Grau überstrichen. An solchen Tagen sogen die Wolken wahrscheinlich alle Geräusche von der Erdoberfläche auf. Und nicht nur Geräusche, alles mögliche andere auch. Wahrnehmungen zum Beispiel. Die Hände in den Taschen meines Regenmantels tauchte ich in die enge Gasse ein. Wo Wäschetrocken Stangen in den Weg hineinragten, quetschte ich mich entlang der Mauern vorbei. Bei anderen Häusern ging ich direkt unter dem Dach Vorsprung der an einen verlassenen Kanal erinnerte. Meine Tennisschuhe machten auf dem Gras nicht das geringste Geräusch. Das Einzige, was ich während meiner kurzen Wanderung wirklich hörte, war ein Radio, das in einem Haus lief. Es kam gerade eine Ratgebersendung mit Höreranrufen. Ein Mann mittleren Alters beklagte sich beim Moderator soeben über seine Schwiegermutter. Nach den Satzfetzen, die ich mitbekam, war die Frau 68 und absolut verrückt nach Pferderennen. Als ich das Haus hinter mir gelassen hatte, wurde das Geräusch des Radios immer leiser und leiser, bis nichts mehr übrig war, als wäre das jenige, was sich da allmählich in nichts aufgelöst hatte, nicht lediglich das Geräusch des Radios gewesen, sondern auch der Mann mittleren Alters und seine Pferde besessene Schwiegermutter, die doch beide irgendwo auf der Welt existieren mußten. Endlich erreichte ich das verlassene Haus. Da stand es, so stumm wie immer. Vor dem Hintergrund grauer, niedriger Wolken ragte es, mit den zugenagelten Fensterläden im ersten Geschoss, wie eine düstere, verschwommene Masse auf. Es hätte ein riesiger Frachter sein können, der eines Nachts vor langer Zeit auf ein Riff gelaufen und dort endgültig aufgegeben worden war. Wäre das Gras nicht seit meinem letzten Besuch deutlich höher gewesen, hätte ich glauben können, an diesem einen Ort sei die Zeit stehen geblieben. Dank der langen Regentage leuchteten die Grashalme in einem satten Dunkelgrün und sie verströmten diesen Geruch von Wildheit, den nur Wesen haben, die Wurzeln in die stand die Vogel Plastik in derselben Haltung, in der ich sie zuvor gesehen hatte, die Schwingen ausgebreitet, zum Abflug bereit. Dieser Vogel würde natürlich niemals aufliegen können. Ich wusste das, und der Vogel wusste das auch. Er würde da bleiben, wo man ihn hingestellt hatte, bis man ihn eines Tages wegkarren oder in Stücke schlagen würde. Eine andere Möglichkeit, diesen Garten zu verlassen, gab der ein paar Wochen über seine Zeit hinaus über das Gras dahin flatterte. Er kam nur zögernd voran, wie ein Suchender, der vergessen hat, wonach er sucht. Nach fünf Minuten dieser ergebnislosen Jagd verschwand der Schmetterling irgendwo hin. Ein Zitronenbonbon lutschend, lehnte ich mich gegen den Maschendrahtzaun und blickte in den Garten. Vom Kater war keine Spur zu sehen. Von nichts war eine wie ein stilles stehendes Gewässer, in dem eine gewaltige Kraft den natürlichen Fluß unterbunden hatte. Ich spürte, dass jemand hinter mir stand und fuhr herum. Aber da war niemand, nur der Zaun auf der anderen Seite der Gasse und das Törchen im Zaun, das Tor, an dem das Mädchen gestanden hatte. Aber jetzt war es zu und im Garten keine Menschenseele zu sehen. Alles war Gras, Regen, mein Regenmantel, das Zitronenbonbon halb geschmolzen unter meiner Zunge, all das strömte in einem einzigen tiefen Atemzug zusammen. Ich blickte noch einmal in die Runde, aber es war niemand da. Als ich genau hinhörte, machte ich das gedämpfte Gewummer eines fernen Hubschraubers aus. Dort oben waren Menschen, die über den Wolken flogen. Aber auch dieses Der Maschendrahtzaun des leerstehenden Hauses hatte ein Tor, das gleichfalls nicht weiter verwunderlich aus Maschendraht bestand. Ich stieß versuchsweise dagegen. Es öffnete sich mit fast enttäuschender Leichtigkeit, als wollte es mich hineinlocken. Kein Problem, schien es mir zu sagen, komm einfach herein. Ich brauchte die detaillierten Gesetzeskenntnisse, die ich mir im Laufe von acht Jahren angeeignet hatte, nicht groß zu bemühen, um zu wissen, dass es im Gegenteil sogar ein ziemlich ernstes Problem werden konnte. Wenn ein Nachbar mich im leerstehenden Haus sah und die Polizei benachrichtigte, würden sehr schnell Beamte auftauchen und Fragen stellen. Ich würde sagen, dass ich nach meinem Kater suchte. Er sei verschwunden und ich suchte ihn überall in der Gegend. Sie würden meine Adresse und meinen Beruf wissen wollen. Ich würde ihnen sagen müssen, dass ich arbeitslos war. Das würde sie nur umso argwöhnischer machen. Sie hätten wahrscheinlich Angst vor linksgerichteten Terroristen oder was weiß ich, wären überzeugt, linke Terroristen seien überall in Tokio am Werk, mit geheimen Waffenarsenalen und selbst gebastelten Bomben. Sie würden Kumiko in der Redaktion anrufen, damit sie meine Aussage bestätigte. Sie würde sich aufregen. Ach zum Teufel, ich ging hinein und zog das Tor hinter mir zu. Wenn irgendwas passieren musste, dann mochte es eben passieren. Wenn irgendwas passieren wollte, dann mochte es eben passieren. Ich durchquerte den Garten und sah mich dabei aufmerksam um. Es gab mehrere niedrige Obstbäume, deren Namen ich nicht wusste, und ein ordentliches Stück Rasen. Jetzt war zugewachsen. Zwei Obstbäume waren vollständig mit hässlichen Passionsblumen ranken überwuchert und sahen wie erdrosselt aus. Die Duftblütenhecke, die entlang des Zauns wuchs, war durch einen Belag von Insekteneiern in ein gespenstisches Weiß getaucht. Eine hartnäckige kleine Fliege summte eine ganze Weile neben meinem Ohr. Ich ging an der Vogelstatue vorbei und weiter zu einem Stapel von weißen Plastik Gartenstühlen, die ineinander geschoben unter dem Dachvorsprung standen. Der oberste Stuhl war verdreckt, aber der nächst untere sah ganz annehmbar aus. Ich staubte ihn mit der Hand ab und setzte mich darauf. Dank des hoch aufgeschossenen Unkrauts zwischen mir und dem Zaun war ich von der Gasse aus nicht zu sehen und die Dachtraufe schützte mich vor dem Regen. Ich saß und pfiff und sah zu, wie der Garten seine reichliche Gabe von feinen Regentröpfchen entgegen nahm. Anfangs war ich mir gar nicht bewusst, was ich da pfiff, aber dann erkannte ich, dass es die Overtüre zu Rossinis diebischer Elster war, dasselbe Stück, das ich gepfiffen ganz für mich allein in diesem Garten saß, das Gras und den steinernen Vogel betrachtete, eine Melodie, schlecht, vor mich hin pfiff, hatte ich das Gefühl, ich sei in meine Kindheit zurückgekehrt. Ich war in einem geheimen Versteck, wo mich niemand sehen konnte. Das versetzte mich in eine friedvolle Stimmung. Ich bekam Lust, mit einem Stein, ein kleiner Stein hätte schon genügt, nach irgendwas zu werfen. Der steinerne Vogel gäbe ein gutes Ziel ab. Ich würde ihn gerade fest genug treffen, dass es ein leises Klack machte. Als Kind habe ich viel so allein gespielt. Ich stellte eine leere Blechdose auf, nahm ordentlich Abstand und warf mit Steinen, bis die Dose voll war. Stundenlang konnte ich mich damit beschäftigen. Gerade jetzt lagen allerdings überhaupt keine Steine vor mir. Hin nun, kein Ort bietet alles, was man braucht. Ich zog die Füße hoch, kreuzte die Beine und stützte das Kinn in die Hand. Dann schloss ich die Augen. Noch immer kein Laut. Die Dunkelheit hinter meinen Augenlidern war wie der Wolken verhangene Himmel, aber von einem etwas tieferen Grau. Alle paar Minuten kam jemand vorbei und übermalte das Grau mit einem etwas anders strukturierten Grau, einem mit Gold oder Grün oder Rot durchschossenen Ton. Ich staunte, wie viele verschiedene Sorten von Grau es gab. Die Menschen waren doch merkwürdig konstruiert. Man brauchte nur zehn Minuten lang still zu sitzen und schon konnte man diese unglaubliche Vielfalt von Grautönen sehen. In meinem Buch von Graufarbnustern blätternd begann ich wieder zu pfeifen ohne einen Gedanken im Kopf. Hey! sagte jemand. Ich klappte die Augen auf, lehnte mich zur Seite und reckte mich, um über die Spitzen des Unkrauts hinweg das Tor zu sehen. Es stand offen, Sperrangel weit offen. Jemand war mir hineingefolgt, mein Herz begann zu hämmern. Hey! sagte die Stimme noch einmal. Eine weibliche Stimme, eine Gestalt trat hinter der Statue hervor und kam auf mich zu. Es war das Mädchen, das ich im Garten gegenüber gesonnt hatte. Sie trug das selbe hellblaue Adidas T-Shirt und dieselben Shorts. Wieder hinkte sie leicht beim Gehen. Die einzige Veränderung seit damals bestand darin, dass sie ihre Sonnenbrille nicht auf hatte. Was tun Sie hier? fragte sie. Ich suche nach dem Kater, sagte ich. Sind Sie sicher? Sieht mir nicht danach aus. Sie sitzen einfach nur mit geschlossenen Augen da und pfeifen. Dürfte nicht ganz einfach sein, auf die Art irgendwas zu finden, meinen Sie nicht? Ich spürte, dass ich rot wurde. Mir ist es ja egal, fuhr sie fort, aber jemand, der sie nicht kennt, könnte sie für einen Perversen halten oder so. Sie hielt inne. Sie sind doch kein Perverser, oder? Wahrscheinlich nicht, sagte ich. Sie kam näher heran und nahm eine sorgfältige Musterung der ineinander gestellten Gartenstühle vor, suchte sich einen aus, der nicht allzu verschmutzt war, und untersuchte ihn noch einmal gründlich, bevor sie ihn auf den Boden stellte und sich darauf niederließ. Und pfeifen tun sie wie der letzte Mensch, sagte sie. Ich kenne das Stück zwar nicht, aber es hat überhaupt keine Melodie. Sie sind doch nicht schwul, oder? Wahrscheinlich nicht, sagte ich. Warum? Jemand hat mir mal gesagt, Schwule können überhaupt nicht pfeifen, stimmt das? Wer weiß? Wahrscheinlich ist das Unsinn. Egal, von mir aus dürfen sie sogar schwul, oder pervers, oder sonst was sein. Übrigens, wie heißen sie überhaupt? Ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll. Todou ukada, sagte ich. Sie sprach sich den Namen ein paar Mal vor. Nicht gerade umwerfend als Name, was? sagte sie. Vielleicht nicht, sagte ich. Ich habe immer gefunden, er klingt irgendwie nach einem Außenminister von vor dem Krieg. Todou ukada. Ne? Das sagt mir gar nichts. Ich kann Geschichte nicht ausstehen, das ist mein schlechtestes Fach. Egal, vergessen sie es. Haben sie keinen Spitznamen? Was einfacheres als Todou ukada? Ich konnte mich nicht erinnern, je einen Spitznamen gehabt zu haben, zu keinem Zeitpunkt meines Lebens. Woran das wohl lag? Keinen Spitznamen, sagte ich. Nichts? Bär oder Frosch? Nichts. Oh je, sagte sie. Denken sie sich was aus? Aufziehvogel, sagte ich. Aufziehvogel? fragte sie und starrte mich offenen Mundes an. Was ist denn das? Der Vogel, der die Feder aufzieht, sagte ich. Jeden Morgen, oben, in den Bäumen. Er zieht die Feder der Welt auf. Quietsch! Sie starrte mich weiterhin an. Ich seufzte. Das ist mir einfach so eingefallen, sagte ich. Und das ist noch nicht alles. Der Vogel fliegt jeden Tag über mein Haus weg und macht dem Baum des Nachbarn Quietsch! Aber keiner hat ihn je gesehen. Das ist ganz hübsch, glaube ich. Egal, ob jetzt sind sie Mr. Aufziehvogel. Sagt sich zwar auch nicht ganz leicht, aber ist um Längen besser als Todorokada. Herzlichen Dank. Sie zog die Füße auf den Stuhl hoch und stützte das Kinn auf die Knie. Was ist mit deinem Namen? fragte ich. May Kasahara. May, wieder Monat Mai. Bist du im Mai geboren? Da fragen sie noch, könnten sie sich das durcheinander vorstellen, wenn jemand, der im Juni geboren ist, May hieße? Da hast du recht, sagte Tiere. Was haben sie denn die ganze Zeit hier gemacht so allein? Relaxen, sagte ich, an die alten Zeiten denken, pfeifen. May Kasahara kaut an einem Daumennagel. Sie spinnen irgendwie, sagte sie. Gar nicht, die Leute tun das andauernd. Kann sein, aber die steigen dazu nicht in ein leer stehendes Haus ein. Sie könnten doch genauso gut in ihrem eigenen Garten bleiben, wenn sie nichts anderes vorhaben, als zu relaxen, an die alten Zeiten zu denken und zu pfeifen. Da war was dran. Egal, Noboru Bataya ist wohl nicht wieder aufgetaucht, n? Ich schüttelte den Kopf. Und du hast ihn seitdem wohl auch nicht wieder gesehen? fragte ich. Nein, und ich habe richtig nach ihm Ausschau gehalten, braun gestreifter Tiger Kater, Schwanz an der Spitze Sie zog aus der Tasche ihrer Shorts eine Schachtel Hope ohne und steckte sich mit einem Streichholz eine an. Nach ein paar Zügen starrte sie mich an und sagte Ihr Haar lichtet sich ein bisschen was? Meine Hand fuhr automatisch an meinen Hinterkopf. Nicht da, Dussel, sagte sie, an der Stirn, die ist höher, als sie sollte, meinen sie nicht auch? Das ist mir noch nie aufgefallen. Also mir schon, sagte sie, da werden sie eine Glatze kriegen. Ihr Haaransatz wird sich immer weiter und weiter zurück ziehen, so. Sie griff sich eine Handvoll von ihrem eigenen Vorderhaar und hielt mir ihre nackte Stirn unter die Nase. Sie sollten besser aufpassen. Ich berührte meinen Haaransatz. Vielleicht hatte sie recht. Vielleicht war er wirklich ein Stückchen zurück gegangen. Oder bildete ich mir das nur ein? Wieder was Neues, worüber ich mir Sorgen machen konnte. Was meinst du damit? fragte ich. Wie kann ich denn aufpassen? Können sie wohl nicht. Die können gar nichts dagegen tun. Gegen Haarausfall kann man gar nichts unternehmen. Wer eine Glatze kriegen soll, der kriegt auch eine. Wenn seine Zeit gekommen ist, heißt das, dann kriegt er einfach eine Glatze. Man kann nichts dagegen tun. Die erzählen einem, dass man Haarausfall mit der richtigen Haarpflege verhindern kann, aber das ist völliger Quatsch. Gucken Sie sich doch die Penner an, die im Shinjuku Bahnhof schlafen. Die haben alle eine richtige Matte auf dem Kopf. Meinen sie vielleicht, die waschen sie sich täglich mit Clinique oder Vidal Sassoon oder reiben sich der Woher kennst du dich so gut mit Glatzen aus? Ich hab mal bei einer Perückenfirma gejobbt. Schon eine ganze Weile her, ich gehe ja nicht zur Schule, da habe ich haufenweise Zeit tot zu schlagen. Ich habe Erhebungen durchgeführt, Fragebögen ausgefüllt, Sie wissen schon, und so weiß ich alles über Männer mit Haarausfall. Ich bin bis oben hin voll mit Informationen. Wahnsinn, sagte ich. Aber wissen Sie, sagte sie, ließ ihren Zigarettenstummel auf den Boden fallen und trat ihn aus, in der Firma, wo ich jetzt arbeite, darf man nicht sagen, irgendwer hätte eine Glatze. Man darf nur von Männern mit zurückgehendem Haaransatz sprechen. Glatze ist diskriminierend. Ich habe mir mal einen Witz erlaubt und follikulär gehandicapte Herren vorgeschlagen und man sind die vielleicht ausgerastet. Das ist überhaupt nicht komisch, Jogodame, haben sie gesagt. Die sind so verdammt Bier ernst. Wussten sie das? Jeder auf dieser verdammten Welt ist so gottverdammt Bier ernst. Ich holte meine Zitronenbonbons heraus, steckte heraus, steckte mir eins in den Mund und bot May Kasahara eins an. Sie schüttelte den Kopf und holte eine Zigarette heraus. Aber da fällt mir gerade ein, Mr. Aufziehvogel, sagte sie, Sie waren doch arbeitslos. Sind Sie's noch immer? Klar doch. Suchen Sie ernsthaft Arbeit? Klar doch. Kaum waren mir die Worte über die Lippen gegangen, fragte ich mich, inwieweit sie der Wahrheit entsprachen. Beziehungsweise ich bin mir nicht ganz sicher, sagte ich. Ich glaube, ich brauche Zeit, Zeit zum Nachdenken. Ich weiß selbst nicht genau, was ich brauche, lässt sich schwer erklären. An einem Fingernagel kauend sah mich May Kasahara eine Weile an. Ich sag Ihnen was, Mr. Aufziehvogel, sagte sie. Warum kommen Sie nicht einmal mit mir arbeiten? Für die Perückenfirma. Die zahlen nicht besonders, aber die Arbeit ist einfach und man kann sich die Stunden so einteilen, wie man will. Was meinen Sie? Ach, denken Sie nicht zu lange drüber nach, tun Sie es einfach, als eine Art Luftveränderung. Das könnte Ihnen helfen, sich über eine Menge Dinge klar zu werden. Da war was dran. Das war dran, sagte ich. Toll, sagte sie. Wenn ich das nächste Mal hingehe, komme ich vorbei und hole sie ab. Wo sagten Sie noch mal wohnen sie? Hm, es ist schwer zu sagen, oder vielleicht auch nicht. Du läufst einfach immer weiter die Gasse lang mit allen Zickzacks, die sie macht. Auf der linken Seite siehst du dann ein Haus mit einem roten Honda Civic in der Auffahrt. Der hat so einen Sticker an der Stoßstange. Mögen alle Völker in Frieden leben. Unsers ist das nächste Haus, aber es hat kein Tor zur Gasse. Da ist nur eine Hohlblock Mauer und über die wie musst du klettern. Sie reicht mir ungefähr bis zum Kinn. Keine Sorge, über eine Mauer von der Höhe komme ich schon drüber. Kein Problem. Tut dir dein Bein nicht mehr weh? Mit einem leichten Seufzer stieß sie einen Schwall Rauch aus und sagte Keine Sorge, es ist nichts. Ich hinke, wenn meine Eltern da sind, weil ich nicht in die Schule zurück will. Es ist nur Theater. Ich habe es mir nur inzwischen irgendwie angewöhnt. Ich tue selbst dann, wenn keiner zuguckt, wenn ich ganz allein in meinem Zimmer bin. Ich bin eben Perfektionistin. Wie heißt es doch so schön? Betrüg dich selbst, um andere zu betrügen. Aber egal. Mr. Aufziehvogel, sagen Sie, haben Sie Mum? Eigentlich nicht, nein. Nie gehabt? Nein, in der Richtung ist bei mir nie viel los gewesen, wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Wie steht es mit Neugier? Neugier ist eine andere Sache. Dazu neige ich schon etwas mehr. Meinen Sie nicht, dass Mum und Neugier irgendwie verwandt sind? sagte Mel Kasahara. Wo Mum ist, da ist auch Neugier und wo Neugier ist, da ist auch Mum. Nein? Hm, eine gewisse Verwandtschaft könnte schon bestehen, sagte ich. Vielleicht hast du recht, vielleicht überlappen sich die zwei in bestimmten Fällen schon. Zum Beispiel in Fällen, wo man heimlich in jemandes Garten einsteigt. Ja, etwa, sagte ich und ließ ein Zitronenbonbon auf meiner Zunge kullern. Wenn man heimlich in jemandes Garten einsteigt, scheinen tatsächlich Mum und Neugier im Spiel zu sein. Neugier kann manchmal den Mum aus seinem Versteck hervorlocken, ihm vielleicht sogar einen richtigen Schubs geben. Aber Neugier verfliegt in der Regel bald. Mum braucht Durchhaltevermögen. Neugier ist wie eine lustige Freundin, auf die man sich nicht wirklich verlassen kann. Erst bringt sie dich in Fahrt und dann lässt sie dich sitzen. Und du kannst zusehen, wie du allein klarkommst und wie viel Mum du aufbringst. Sie dachte eine Zeit lang darüber nach. Stimmt wohl, sagte sie. So kann man die Sache jedenfalls auch sehen. Sie stand auf und klopfte sich den Schmutz vom Hosenboden ihrer Shorts. Dann sah sie zu mir herunter. Sagen Sie, Mr. Aufziehvogel, würden Sie gern den Brunnen sehen? Den Brunnen? fragte ich. Den Brunnen? Es gibt hier einen ausgetrockneten Brunnen. Mir gefällt er. Irgendwie. Möchten Sie ihn sehen? Wir gingen quer durch den Garten und bogen um die Ecke des Hauses. Es war ein runder Brunnen von vielleicht einem Meter Dreißig Durchmesser. Seine Öffnung war mit passend zugesägten starken Planken abgedeckt, auf die man zwei Betonblöcke gelegt hatte, damit sie nicht verrutschten. Die Brunneneinfassung war vielleicht einen knappen Meter hoch und dicht daneben stand wie ein Wachposten ein einzelner alter Baum. Es war ein Obstbaum, aber was für einer hätte ich nicht sagen können. Wie fast alles, was zu diesem Haus gehörte, sah der Brunnen so aus, als sei er schon vor langer Zeit aufgegeben worden. Er strahlte etwas aus, als er er drückende Starrer heißen. Vielleicht werden leblose Dinge, wenn die Menschen die Augen von ihnen abwenden, noch lebloser. Bei näherer Untersuchung zeigte sich, dass der Brunnen tatsächlich weit älter war, als alles, was ihn umgab. Er war in einer anderen Epoche angelegt worden, lange bevor das Haus entstanden war. Selbst die Holzabdeckung war eine echte Antiquität. Die Einfassung hatte man, höchst wahrscheinlich zur Verstärkung einer viel älteren Konstruktion, mit einer dicken Schicht Zement überstrichen. Der Wächterbaum schien sich zu rühmen, viel länger als jeder andere Baum weit und breit an seinem Platz zu stehen. Ich setzte einen Betonblock auf die Erde und entfernte einen der zwei hölzernen Halbmonde, die den Deckel bildeten. Die Hände auf den Brunnenrand gestützt, beugte ich mich vor und blickte hinein, aber ich konnte nicht bis auf den Grund sehen. Es war offensichtlich ein tiefer Brunnen und seine untere Hälfte verschwand in der Dunkelheit. Ich schnüffelte, es roch leicht moderig. Da ist kein Wasser drin, sagte May Kasahara. Ein Brunnen ohne Wasser, ein Vogel, der nicht fliegen kann, eine Gasse ohne Ausgang und May hob einen Brocken Backstein vom Boden auf und warf ihn in den Brunnen. Einen Augenblick später ertönte ein leiser trockener Schlag, sonst nichts. Das Geräusch war durch und durch trocken, ausgedörrt, als könnte man es zwischen den Händen zerbröseln. Ich richtete mich auf und sah May Kasahara an. Ich frage mich, warum da kein Wasser drin ist. Ist er ausgetrocknet? Hat jemand ihn zugeschüttet? Sie zuckte die Achseln. für einen Wert so ein trockenes Loch zu lassen. Jemand könnte reinfallen und sich was brechen. Meinen Sie nicht? Ich glaube, hast recht, sagte ich. Irgendetwas hat wahrscheinlich bewirkt, dass das Wasser versiegt ist. Plötzlich fiel mir wieder ein, was Herr Honda vor langer Zeit gesagt hatte. Wenn du aufsteigen sollst, such dir den höchsten Turm aus und kletter bis Grund. Jetzt hatte ich also einen Brunnen, wenn ich mal einen brauchen sollte. Ich beugte mich wieder über den Rand und sah, ohne irgendetwas Bestimmtes zu erwarten, in die Dunkelheit hinunter. Also dachte ich, existiert an einem Ort wie diesem, an einem Tag wie diesem eine so tiefe Dunkelheit. Ich räusperte mich und schluckte. Das Geräusch hallte in der Dunkelheit, als habe sich noch jemand geräuspert. Mein Speichel schmeckte nach Zitronenbonbon. Ich deckte den Brunnen wieder ab und setzte den Betonklotz auf die Planke. Dann sah ich auf die Uhr, fast halb zwölf, Zeit, Kumiko anzurufen. Ich sollte jetzt wieder nach Haus, sagte ich. Mel Kasahara runzelte leicht die Stirn. Nur zu, Mr. Aufziehvogel, sagte sie. Fliegen Sie heim. Als wir den Garten durchquerten, starrte der steinene Vogel noch immer den Himmel aus trockenen Augen zornig an. Der Himmel seinerseits war noch immer mit seiner lückenlosen grauen Wolkendecke verhängt, aber wenigstens hatte der Regen aufgehört. Mel Kasahara riß eine Handvoll Gras aus und warf sie steil nach oben. Ohne den leisesten Wind, der sie hätte vortragen können, fielen ihr die Halme vor die Füße. Wenn man an die vielen Stunden denkt, von jetzt bis die Sonne unter geht, sagte sie, ohne mich anzusehen. Stimmt, sagte ich, eine Menge Stunden. Von Kumiko Okadas und Noboru Watayas Geburt Als Einzelkind kann ich mir nur schwer vorstellen, wie sich erwachsene Geschwister fühlen müssen, wenn sie im Laufe ihres späteren Lebens als selbständige Individuen miteinander in Kontakt kommen. Kumiko zum Beispiel bekam jedes Mal, wenn das Thema Noboru Wataya angeschnitten wurde, ein merkwürdiges Gesicht, als habe sie sich versehentlich etwas nicht ganz koscheres in den Mund gesteckt, aber was dieses Gesicht genau bedeutete, blieb mir zwangsläufig verschlossen. Ich persönlich brachte ihrem älteren Bruder nicht das leiseste positive Gefühl entgegen. Kumiko wusste das und fand es absolut nachvollziehbar. Sie war selbst weit davon entfernt, diesen Mann zu mögen. Wären ihre verwandtschaftlichen Bande nicht gewesen, hätten sie vermutlich nie auch nur ein einziges Wort miteinander gewechselt. Aber sie waren nun einmal Geschwister und das machte die Sache etwas komplizierter. Nachdem ich meine Auseinandersetzung mit ihrem Vater gehabt und jeden Kontakt mit ihrer Familie abgebrochen hatte, ergab sich für Kumiko praktisch keinerlei Anlass mehr, Noboru Wataya Laufe meines Lebens nicht viele Auseinandersetzungen gehabt. Ich bin einfach nicht der Typ dafür, aber wenn ich einmal anfange, dann fechte ich die Sache bis zum Ende durch. Und so war mein Bruch mit Kumikos Vater glatt und endgültig gewesen. Hinterher, nachdem ich mir alles, was ich loswerden musste, von der Seele geredet hatte, war erstaunlicherweise nicht der mindeste Zorn in mir zurückgeblieben. Ich verspürte nur Erleichterung. Ich brauchte ihn nie wiederzusehen. Es war ein Gefühl, als sei mir eine gewaltige Last, die ich seit langem mit mir herumgeschleppt hatte, mit einem Mal vor den Schultern genommen. All mein Zorn und Hass waren verflogen. Ich brachte sogar ein gewisses Mitgefühl für die Schwierigkeiten auf, mit denen er im Laufe seines Lebens zu Kämpfen gehabt hatte, wie dumm und abstoßend mir dieses Leben auch erscheinen mochte. Ich sagte Kumiko, dass ich ihre Eltern nie wiedersehen würde, dass sie sie aber selbstverständlich, wann immer sie wolle, ohne mich besuchen könne. Kumiko unternahm indes nicht den Versuch, sie zu sehen. Mach dir keine Gedanken, sagte sie. Ich war auch nicht gerade wild auf diese Familien Besuche. Noboru Wataya hatte damals noch bei seinen Eltern gewohnt, aber als die Auseinandersetzung zwischen seinem Vater und mir begann, war er einfach ohne ein Wort aus dem Zimmer gegangen. Das hatte mich nicht weiter überrascht. Als Mensch war ich für ihn vollkommen bedeutungslos. Er tat sein Bestes, um den persönlichen Umgang mit mir auf das Unvermeidliche zu beschränken und so bestand für mich, als ich meine Besuche bei Kumikos Eltern einstellte, auch keinerlei Veranlassung mehr Noboru Wataya zu sehen. Kumiko ihrerseits hatte zumindest keinen Grund, sich um eine Begegnung mit ihm sonderlich zu bemühen. Er war sehr beschäftigt, sie war sehr beschäftigt und besonders nah hatten sie sich ohnehin nie gestanden. Trotzdem rief Kumiko ihn von Zeit zu Zeit auf dem Campus an und er rief sie von Zeit zu Zeit in der Redaktion an, bei uns zu Hause allerdings nie. Sie erzählte mir immer von diesen Telefongesprächen ohne näher auf deren Inhalt einzugehen. Ich fragte sie nie danach und von sich aus informierte sie mich nur, wenn es nötig war. Es war mir völlig egal, worüber Kumiko und Noboru Wataya miteinander redeten, was nicht heißen soll, dass ich ihr die Tatsache, dass sie miteinander redeten, übel genommen hätte. Ich verstand es einfach nicht. Was konnten zwei so verschiedene Menschen einander schon zu sagen haben? Oder ermöglichte lediglich der besondere Filter der Blutsverwandtschaft diese Kontakte? Noboru Wataya und Kumiko waren zwar Geschwister, aber es trennte sie einen Altersunterschied von neun Jahren. Ein weiterer Umstand, der das Fehlen jeglicher wahrnehmbarer Wärme zwischen den beiden erklären mochte, war die Tatsache, dass Kumiko mehrere Jahre lang bei der Familie ihres Vaters gelebt hatte. Kumiko und Noboru waren nicht die einzigen Kinder der Watayas gewesen. Zwischen ihnen hatte es noch eine Schwester gegeben, fünf Jahre älter als Kumiko. Als Dreijährige war Kumiko aber von Tokio ins Ferne Niigata geschickt worden, damit sie eine Zeit lang bei ihrer Großmutter lebe. Später erzählten die Eltern Kumiko, sie hätten so gehandelt, weil sie ein kränkliches Kind gewesen sei und sie gemeint hätten, die saubere Landluft würde ihr gut tun. Aber sie hatte ihnen nie recht geglaubt. Soweit sie sich erinnern konnte, war sie nie schwächlich gewesen. Sie war nie ernstlich krank gewesen und in ihrem neuen Zuhause in Niigata sorgte sich niemand besonders um ihre Gesundheit. Ich bin sicher, das war nur eine Ausrede, sagte Kumiko einmal zu mir. Bestärkt hatte sie in ihren Zweifeln etwas, was sie von einem Verwandten erfahren hatte. Offenbar hatten Kumikos Mutter und ihre Großmutter seit langem miteinander in Fede gelegen und die Entscheidung Kumiko nach Niigata zu bringen war das Resultat eines Waffenstillstands, den Zorn der Großmutter besänftigt und dadurch, dass ihr ein Enkelkind überantwortet wurde, hatte die Großmutter einen greifbaren Beweis ihrer Beziehung zu ihrem Sohn Kumikos Vater erhalten. Kumiko war mit anderen Worten so etwas wie eine Geisel gewesen. Außerdem sagte Kumiko zu mir hatten sie schon zwei andere Kinder. Ihr drittes aufzugeben war für sie kein großes Opfer. Nicht dass sie vorgehabt hätten mich los zu werden. Ich glaube sie meinten einfach es würde einem so kleinen Kind nicht allzu viel ausmachen fortgeschickt zu werden. Sie haben wahrscheinlich nie richtig darüber nachgedacht. Es war eben die einfachste Lösung des Problems. Kannst du dir so etwas vorstellen? Ich weiß nicht warum, aber sie hatten absolut keine Ahnung, wie sich so etwas auf ein kleines Kind auswirken kann. Als Dreijährige kam sie zu ihrer Großmutter nach Niigata und blieb dort, bis sie sechs war. Für sich genommen war das Leben, das sie auf dem Land führte, alles andere als unglücklich oder missraten. Ihre Großmutter war verrückt nach ihr und Kumiko spielte viel lieber mit ihren eher gleichaltrigen Cousins als mit ihren eigenen Geschwistern. Als es Zeit wurde, sie einzuschulen, brachte sich wegen der langen Trennung von ihrer Tochter Gedanken zu machen und bestanden darauf, sie wieder zu sich zu nehmen, bevor es zu spät wäre. In gewissem Sinne war es allerdings schon zu spät. In den Wochen nach der Entscheidung, sie zu ihren Eltern zurück zu schicken, war Kumikos Großmutter zunehmend gereizt. Sie aß nichts mehr und machte nachts kaum noch ein Auge zu. In Arm, so fest, dass es Striemen gab. In der einen Minute erklärte sie, sie könne sie nicht fortlassen, sie wolle eher sterben, als sie zu verlieren, und in der nächsten sagte sie ihr, sie solle verschwinden, sie wolle sie nie wiedersehen. Dann hielt sie Kumiko in nicht zu begreifen. Sie reagierte, indem sie sich von der Außenwelt abschottete. Sie machte die Augen zu, sie machte die Ohren zu, sie verschloss ihr Herz. Sie stellte jegliches Denken und Hoffen ein. Die nächsten Monate waren eine weiße Fläche, sie erinnerte sich später an nichts, was während dieser Zeit geschehen war. Als sie aus ihrer Betäubung aufwachte, fand dort waren ihre Eltern, ihr Bruder und ihre Schwester. Aber es war nicht ihr Zuhause. Es war lediglich eine neue Umgebung. Darin wurde Kumiko zu einem schwierigen, verschlossenen Kind. Es gab niemanden, dem sie hätte Vertrauen, auf den sie sich bedingungslos hätte verlassen können. Selbst in den Armen ihrer Eltern fühlte sie sich nie ganz wohl. Der Geruch der beiden war ihr fremd, er beunruhigte sie. Manchmal war ihr sogar regelrecht zuwider. Der einzige Mensch innerhalb der Familie, dem sie sich mühsam allmählich zu öffnen begann, war ihre Schwester. Ihre Eltern hofften kaum noch je zu ihr durch zu dringen, für ihren Bruder war sie kaum vorhanden. Ihre Schwester aber verstand, welche Verwirrung und Einsamkeit sich hinter ihren störrischen Launen verbarg. Sie stand Kumiko bei, wo sie nur konnte, schlief mit ihr im selben Zimmer, redete mit ihr, las ihr vor, begleitete sie zur Schule, half ihr bei den Hausaufgaben. Wenn Kumiko stundenlang in sich zusammengekauert in einer Ecke ihres Zimmers weinte, war ihre Schwester da und hielt sie in den Armen. Sie tat ihr Möglichstes, um einen Zugang zu Kumikos Herz zu finden. Wäre sie nicht ein Jahr, nachdem Kumiko aus Niigata zurückgekehrt war, an Lebensmittelvergiftung gestorben, hätte sich die Situation ganz anders entwickelt. Wenn meine Schwester nicht gestorben wäre, sagte Kumiko, hätte es zu Hause ganz anders werden können. Sie war nur ein kleines Mädchen, eine Sechsklässlerin, aber sie war das Herz dieses Hauses. Wenn sie weitergelebt hätte, wären wir vielleicht alle normaler geworden, als wir jetzt sind. Zumindest wäre ich nicht so ein hoffnungsloser Fall. Verstehst du, was ich meine? Ich habe mich danach so schuldig gefühlt. Warum war nicht ich anstelle meiner Schwester gestorben? Ich nützte niemandem. Ich konnte niemand glücklich machen. Warum hatte ich nicht die eine sein können? Meine Eltern und mein Bruder wussten ganz genau, was in mir vorging. Aber sie unternahmen nie einen Versuch, mich zu trösten. Ganz im Gegenteil. Sie ließen keine Gelegenheit aus, über meine Schwester zu reden, wie hübsch sie gewesen war, wie intelligent, wie gern sie jeder gehabt hatte, was für ein rücksichtsvoller Mensch sie gewesen war, wie gut sie Klavier gespielt hatte. Und dann zwangen sie mich, Klavier Unterricht zu nehmen. Irgendjemand musste ihr den großen Flügel benutzen, nachdem sie gestorben war. Ich war nicht im mindesten daran interessiert, Klavier spielen zu lernen. Ich wusste, dass ich nie so gut würde spielen können wie sie und auf eine weitere Möglichkeit meinen Eltern zu beweisen, wie viel weniger ich als Mensch wert war als sie, konnte ich dankend verzichten. Ich konnte niemandes Platz einnehmen, am allerwenigsten ihren, und ich wollte es auch gar nicht erst versuchen, aber sie hörten nicht auf mich, sie hörten einfach nicht zu. Und so kommt's, dass ich das erzählte, verspürte ich eine ungeheure Wut auf ihre Angehörigen, wegen dem, was sie ihr angetan hatten, wegen dem, was sie für sie nicht getan hatten. Wir waren damals noch nicht verheiratet, wir kannten uns erst seit gut zwei Monaten. Es war in einem stillen Sonntag Morgen und wir lagen zusammen im Bett. Sie hatte lange über ihre Kindheit gesprochen, so als entwirrte sie einen verhedderten Faden, immer wieder innehaltend, um die Wahrheit jedes einzelnen Ereignisses, das sie zutage förderte, zu überprüfen. Es war das erste Mal, dass sie mir so viel von sich erzählte. Bis zu diesem Morgen hatte ich über ihre Familie oder ihre Kindheit so gut wie nichts gewußt. Ich wusste, dass sie ein stiller Mensch war, dass sie gern zeichnete, dass sie langes schönes Haar hatte, dass sie zwei Leberflecke auf dem rechten Schulterblatt hatte, und dass es mit mir ihr allererstes sexuelles Erlebnis gewesen war. Sie weinte ein bisschen, während sie sprach. Ich konnte das durchaus verstehen. Ich hielt sie in den Armen und streichelte ihr Haar. Wenn sie noch lebte, ich bin sicher, dass du sie lieben würdest, sagte Kumiko. Jeder liebte sie. Es war Liebe auf den ersten Blick. Mag sein, sagte ich, aber zufällig bist du diejenige, in die ich verliebt bin. Es ist im Grunde ganz einfach, weißt du? Es geht nur um dich und mich. Deine Schwester hat nichts damit zu tun. Eine Zeit lang lag Kumiko da und dachte nach. Sonntagmorgen um halb acht, eine Zeit, wo alles gedämpft und hohl klingt. Ich hörte den Tauben zu, die über das Dach über meiner Wohnung schlurften, hörte jemanden in der Ferne seinen Hund rufen. Kumiko starrte endlos lange unverwandt an die Decke. Sag mal, sagte sie schließlich, magst du Katzen? Ich bin verrückt nach den Viechern, sagte ich. Als Kind habe ich immer eine gehabt. Ich habe andauernd mit ihr gespielt, sie sogar mit ins Bett genommen. Du Glücklicher, ich hätte sonst was für eine Katze gegeben, aber ich durfte nicht. Meine Mutter konnte Katzen nicht ausstehen. Ich habe es nicht einmal in meinem Leben geschafft, etwas zu bekommen, was ich wirklich wollte. Nicht einmal. Kannst du dir das vorstellen? Du machst dir keinen Begriff davon, was es heißt, so zu leben. Wenn du dich erst an ein solches Leben gewöhnt hast, nie zu bekommen, was du willst, dann weißt du irgendwann auch nicht mehr, was du eigentlich willst. Mag sein, dass es für dich bislang so gewesen ist, aber jetzt bist du kein Kind mehr. Du hast dein Recht, dir dein eigenes Leben auszusuchen. Du kannst neu anfangen. Wenn du eine Katze willst, brauchst du dir nur ein Leben auszusuchen, indem du eine Katze haben kannst. Es ist ganz einfach. Es ist dein Recht. Richtig? Sie sah mir fest in die Augen. Hm, sagte sie, richtig. Ein paar Monate später redeten Kumiko und ich vom Heiraten. Wenn die Kindheit, die Kumiko in diesem Haus verlebt hatte, verkrampft und schwierig gewesen war, wurde Noboru Wataya als Junge in eine andere Richtung, aber nicht minder seltsam verbogen. Die Eltern vergötterten ihren einzigen Sohn, aber sie begnügten sich nicht damit, ihn mit Zuneigung zu überschütten, sie stellten auch bestimmte Forderungen an ihn. Der Vater war fest davon überzeugt, die einzige Möglichkeit in der japanischen Gesellschaft ein sinnvolles befriedigendes Leben zu führen, sei, sich auf die bestmögliche Weise zu qualifizieren und jeden beiseite zu drängen, der einem auf dem Weg nach oben im Weg stand. Daran glaubte er unerschütterlich. Ich war noch nicht lange mit seiner Tochter verheiratet, als ich dieses Glaubensbekenntnis aus seinem eigenen Mund vernahm. Alle Menschen seien nicht gleich erschaffen, sagte er. Das sei nur erbauliches Gewäsch, das man in der Schule beigebracht bekomme. Der politischen Organisation nach möge Japan eine Demokratie sein, zugleich aber sei es eine mörderische kannibalische Klassengesellschaft, in der die Schwachen von den Starken aufgefressen würden und wenn man es nicht bis ganz nach oben schaffe, habe es nicht den geringsten Sinn, in diesem Land zu leben. Man gerate unter die Räder und werde einfach zu Staub zermahlen. Stufe für Stufe für Stufe müsse man sich hinaufkämpfen. Ein solcher Ehrgeiz sei durchaus gesund. Sollten die Menschen diesen Ehrgeiz je verlieren, würde Japan untergehen. Ich behielt meine Meinung über diese Ansichten für mich, aber mein Schwiegervater war an meiner Meinung auch nicht interessiert. Er hatte lediglich sein Credo verkündet, eine Überzeugung, die in alle Ewigkeit unverändert fortbestehen würde. Kumikos Mutter war die Tochter eines hohen Beamten. Sie war in der besten Gegend von Tokio aufgewachsen, hatte nie etwas entbehren müssen und besaß weder die Ansichten noch die Charakterstärke gegen die Meinung ihres Mannes zu opponieren. Soweit ich sah, hatte sie zu nichts, was sich nicht unmittelbar vor ihrer Nase befand, eine Ansicht. Tatsächlich war sie stark kurzsichtig. Wann immer sie in eine Situation geriet, in der sie eine Meinung zu irgendetwas in der weiteren Welt benötigte, borgte sie sich die ihres Gatten. Wäre das alles gewesen, hätte sie niemanden gestört, aber wie viele solcher Frauen litt sie an unheilbarer Prätentiosität. Bar aller eigenen verinnerlichten Wertvorstellungen können solche Menschen einen Standpunkt nur einnehmen, indem sie sich die Maßstäbe oder Ansichten anderer zu eigen machen. Ihr Denken ist ausschließlich von der Frage beherrscht, was und so wurde Frau Wataya zu einer beschränkten, überspannten Person, deren Interesse einzig der beruflichen Stellung ihres Mannes und den akademischen Leistungen ihres Sohnes galt. Was außerhalb ihres engen Gesichtskreises lag, wurde für sie bedeutungslos. Und so hämmerten die Eltern ihre fragwürdige Lebensphilosophie und ihre verbogene Weltsicht in den Kopf des jungen Noboru Wataya. Sie trieben ihn an, besorgten ihm die besten Privatlehrer, die für ihr Geld zu haben waren. Wenn er in der Schule glänzte, kauften sie ihm zur Belohnung alles, was er sich nur wünschte. Seine Kindheit war von äußerstem materiellen Luxus umgeben, aber als er in die empfindlichste, verletzlichste Phase des Lebens eintrat, hatte er keine Zeit für Freundinnen, nie Gelegenheit mit anderen Jungen über die Stränge zu schlagen. Er musste seine gesamte Energie darin investieren, seine Spitzenposition zu halten. Ob Noboru Wataya gern so lebte, weiß ich nicht. Kumiko wusste es ebenso wenig. Es war nicht Noboru Watayas Art, seine Gefühle zu offenbaren, ihr nicht, seinen Eltern nicht und auch sonst niemandem. Er hatte ohnehin keine Wahl. Ich habe den Eindruck, dass bestimmte Denkbahnen so simpel und einseitig sind, dass sie unwiderstehlich wirken. Jedenfalls absolvierte Noboru Wataya seine Vorbereitungszeit auf einer privaten Eliteschule, belegte an der Tokio Universität Wirtschaftswissenschaften und schloss sein Grundstudium an dieser hervorragenden Lehranstalt mit hervorragenden Noten ab. Sein Vater hatte von ihm erwartet, er würde nach seiner Graduierung die höhere Beamtenlaufbahn einschlagen oder sich um einen leitenden Posten in einem großen Unternehmen bewerben, aber Noboru Wataya beschloss an der Universität zu bleiben und nach akademischen Lorbeeren zu streben. Er war kein Dummkopf. Er wusste, wofür er sich am besten eignete, nicht für die reale Welt des Teamwork, sondern für eine Welt, die den disziplinierten methodischen Einsatz von Wissen erforderte, die den Wert des Einzelnen nach dessen Fachkenntnissen und intellektuellen Fähigkeiten bemaß. Nach zwei Jahren in Yale kehrte er nach Tokio zurück und setzte dort sein postgraduierten Studium fort. Er beugte sich den Wünschen seiner Eltern und willigte in eine traditionell arrangierte Ehe ein, die jedoch nur zwei Jahre hielt. Nach seiner Scheidung zog er wieder zu seinen Eltern. Als ich ihn kennenlernte, war Noboru Wataya eine voll ausgebildete, abnorme Persönlichkeit, ein durch und durch widerlicher Mensch. Knapp zwei Jahre nach meiner und Kumikos Heirat veröffentlichte Noboru Wataya ein großes, dickes Buch. Es war eine wirtschaftswissenschaftliche Studie, die von Fachausdrücken nur so wimmelte und ich verstand beim besten Willen nicht, worauf er darin eigentlich hinaus wollte. Nicht eine Seite leuchtete mir ein. Ich versuchte es, aber ich fand mich durch seine Satz Ungetüme einfach nicht durch. Ich konnte nicht einmal sagen, ob mein mangelndes Verständnis an der Schwierigkeit des Inhalts lag oder daran, dass das Buch schlecht geschrieben war. Die Leute vom Fach fanden es allerdings hervorragend. Ein Rezensent erklärte, dies sei eine bahnbrechend neue Betrachtungsweise eines bahnbrechend neuen ökonomischen bald bemächtigten sich die Medien seiner und lancierten ihn als Helden einer neuen Zeit. Ganze Monographien erschienen, die sein Buch interpretierten. Zwei Termini, die er geprägt hatte, Sexualökonomie und Exkretionsökonomie wurden zu den Schlagwörtern des Jahres. Zeitungen und Zeitschriften feierten ihn als einen der Vordenker des neuen Zeitalters. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass auch nur einer dieser Journalisten verstanden hatte, was Noboru Wataya in seinem Buch sagte. Ich hatte sogar meine Zweifel, ob sie es überhaupt je aufgeschlagen hatten, aber das interessierte keinen. Noboru Wataya war jung, unverheiratet und intelligent genug, um ein Buch zu schreiben, das niemand verstand. Es machte ihn berühnt. Die Zeitschriften rissen sich um kritische Beiträge aus seiner Feder. Das Fernsehen brachte seine schon bald war er ständiges Mitglied der Expertenrunde einer politischen Diskussionssendung. Diejenigen, die Noboru Wataya kannten, darunter Kumiko und ich, hätten nie gedacht, dass er das Zeug zu einer so öffentlichkeitsorientierten Tätigkeit haben könnte. Jeder hatte ihn für einen einzelgängerischen, ausschließlich an seinem engen Fachgebiet interessierten Universitätsmenschen gehalten. Aber kaum hatte er in die Welt der Massenmedien hineingeschnüffelt, konnte man förmlich sehen, wie er sich die Lippen leckte. Er war gut. Er war nicht im mindesten kamerascheu. Er schien sich vor laufenden Kameras sogar mehr in seinem Element zu fühlen, als in der wirklichen Welt. Staunend verfolgten wir seine plötzliche Metamorphose. Der Noboru Wataya, den wir im Fernsehen sahen, trug teure Anzüge mit tadellos passenden Krawatten und Schildpad gerahmte Designerbrillen. Sein Haarschnitt entsprach der neuesten Mode. Er war offensichtlich durch die Hände eines Profis gegangen. Ich hatte ihn noch nie solchen Luxus ausstrahlen sehen. Aber selbst wenn er vom Sender ausstaffiert worden war, führte er sein gestyltes Äußeres vollkommen unbefangen vor, als habe er sich sein Leben lang nie anders gekleidet. Wer ist dieser Mann? fragte ich Vor den Kameras spielte er die Rolle eines Mannes, der nicht viele Worte macht. Wurde er nach seiner Meinung gefragt, äußerte er sie schlicht, klar und prägnant. Wenn die Debatte heiß zu laufen begann und alle anderen sich gegenseitig zu überschreien versuchten, blieb er gelassen. Wurde er angegriffen, hielt er sich zurück, ließ seinen Gegner ausreden und vernichtete dann dessen ganze Argumentation mit einem einzigen Satz. Er beherrschte die Kunst, den tödlichen Schlag mit sanfter Geste und lächelnder Miene auszuführen. Auf dem Bildschirm wirkte er weit intelligenter und vertrauenswürdiger als der echte Noboru Wataya. Ich weiß nicht genau, wie ihm das gelang. Als gut aussehend konnte man ihn nicht bezeichnen, aber er war groß und schlank und wirkte kultiviert. Im Fernsehen hatte Noboru Wataya sein Wirkungsfeld gefunden. Die Massenmedien nahmen ihn mit offenen Armen auf und er warf sich ihnen an die Brust. Mittlerweile konnte ich ihn gedruckt oder im Fernsehen nicht mehr ertragen. Sicher, er war ein begabter fähiger Mann, das erkannte ich durchaus an. Er wusste, wie man einen Gegner mit einem Mindestmaß an sprachlichem Aufwand schnell und effektiv fertig macht. Er hatte einen animalischen Instinkt, der ihm untrüglich verriet, woher der Wind wehte. Klopfte man aber seine mündlichen oder schriftlichen Äußerungen aufmerksam ab, merkte man, dass seinen Worten jegliche Substanz fehlte. Sie waren kein Ausdruck einer bestimmten, auf echter Überzeugung basierenden Weltanschauung. Seine Welt war ein Konstrukt aus mehreren eindimensionalen begrifflichen Systemen. Diese Elemente konnte er ganz nach Bedarf im Nu umgruppieren, in glänzenden, ja artistischen, intellektuellen Wolten und Kombinationen, aber für mein Empfinden war das nicht mehr als Spielerei. Wenn seine Ansichten irgendeine Konsequenz besaßen, dann war es ihr konsequenter Mangel an Konsequenz und wenn er eine Weltanschauung vertrat, dann das Bekenntnis zu einem vollständigen Mangel an Weltanschauung. Aber gerade diese Leerstellen machten seine Intellektuelle Stärke aus. Konsequenz und eine begründete Weltsicht stellten in den intellektuellen Scharmützeln, die in der zerschnipselten Zeit der Massenmedien aufflackerten, nur Ballast dar, und dass er von derlei frei war, erwies sich für ihn als großer Vorteil. Er hatte nichts zu verteidigen und so konnte er seine ganze Aufmerksamkeit den Kampfhandlungen selbst widmen. Er brauchte nur anzugreifen, seinen Feind niederzustrecken. Noboru Wataya war ein intellektuelles Kamäleon, das seine Farbe mit der seines jeweiligen Gegners wechselte, seine Logik den Erfordernissen des Augenblicks anpasste und aus einem unerschöpflichen Fundus rhetorischer Kniffe schöpfte. Ich hatte keine Ahnung, wo er sich diese Techniken angeeignet hatte, aber es war offensichtlich, dass er die Kunst beherrschte, unmittelbar an die Gefühle der Medienöffentlichkeit zu appellieren. Er wusste, sich einer Logik zu bedienen, welche die große Mehrheit ansprach. Und sie brauchte nicht einmal logisch zu sein, solange sie die Massen nur emotional anrührte, durfte sie auch eine Scheinlogik sein. Mit Fachjargon zu jonglieren war eine weitere Stärke, auf die er jederzeit zurückgreifen konnte. Natürlich wusste dann kein Mensch, wovon er eigentlich sprach, aber er schaffte es stets, dem Hörer das Gefühl zu vermitteln, es sei dessen Schuld, wenn er es nicht kapierte. Und er führte zu allem Statistiken an. Er schüttete sie nur so aus dem Ärmel und sie besaßen eine unvorstellbare Überzeugungskraft, aber wenn man anschließend kurz nachdachte, fiel einem auf, dass niemand nach Watayas Quellen gefragt oder deren Zuverlässigkeit in Frage gestellt hatte. Seine gerissenen Taktiken machten mich rasend, aber ich schaffte es nie, einem anderen zu erklären, was genau mich so auf die Palme brachte. Es gelang mir nie, ihn mit einer schlüssigen Argumentation zu widerlegen, es war wie mit einem Gespenst zu boxen. Jeder Schlag ging ins Leere, es gab nichts Festes, was er hätte treffen können. Erschüttert stellte ich fest, dass sich selbst umsichtige Intellektuelle von ihm angesprochen fühlten. Es ärgerte mich auf eine schwer zu erklärende Weise. Und so kam es schließlich, dass Noboru Wataya als eine der intelligentesten Gestalten der Zeit galt. Auf Konsequenz schien niemand mehr wehrzulegen. Was die Leute in der Glotze zu sehen erwarteten, waren nur noch die Schlägereien intellektueller Gladiatoren. Je mehr der Gegner blutete, desto besser. Ob der Sieger am Montag das eine und am Donnerstag das genaue Gegenteil behauptete, spielte keine Rolle. Ich lernte Noboru Wataya kennen, kurz nachdem Kumiko und ich beschlossen hatten, zu heiraten. Bevor ich ihren Vater aufsuchte, wollte ich mit ihm reden. Ich meinte, ich könne ihn als jungen, mir etwa gleichaltrigen Mann dafür gewinnen, mir bei seinem Vater den Weg zu ebnen. Ich glaube nicht, dass du mit seiner Hilfe rechnen solltest, sagte Kumiko sichtlich verlegen zu mir. Ich kann es dir nicht genau erklären, aber er ist einfach nicht der Typ dazu. Naja, früher oder später muss ich ihn ja doch kennenlernen, sagte ich. Ist wohl so, sagte Kumiko. Ein Versuch schadet nichts, sagte ich. Man kann nie wissen. Mag sein, sagte Kumiko. Am Telefon zeigte Noboru Wataya wenig Begeisterung über die Aussicht, sich mit mir zu treffen. Wenn ich darauf bestünde, sagte er, könne er sich eine halbe Stunde für mich freimachen. Wir verabredeten uns in einem Café in der Nähe des Ochanumisu-Bahnhofs. Er war damals erst ein kleiner College-Dozent. Sein Buch war noch lange nicht geschrieben, seine ästhetisch- modische Bekehrung lag noch in weiter Ferne. Die ausgebeulten Taschen seines Sportsakos verrieten, wohin er seine Fäuste mit Vorliebe steckte. Sein Haar brauchte seit mindestens zwei Wochen einen Friseur. Sein senntfarbenes Polohemd biss sich mit seinem blaugrauen Twi-Jackett. Er sah aus wie ein typischer junger Assistent, für den Geld ein Fremdwort ist. Seine Augen hatten den schläfrigen Ausdruck eines Mannes, der sich gerade nach erschöpfendem wissenschaftlichen Tagewerk aus der Bibliothek geschleppt hat. Aber wenn man genau hinsah, erkannte man in ihnen auch ein kaltes, durchdringendes Funkeln. Nachdem ich mich vorgestellt hatte, sagte ich, ich hätte vor, Kumiko in naher Zukunft zu heiraten. Ich bemühte mich, meine Situation so ehrlich wie möglich darzustellen. Ich arbeitete in einer Anwaltskanzlei, sagte ich, aber ich wisse, dass das nicht der richtige Job für mich sei. Ich sei noch auf der Suche. In einer solchen Lage an Heirat zu denken, könnte leichtsinnig erscheinen, sagte ich, aber ich liebte seine Schwester und sei davon überzeugt, dass ich sie glücklich machen könne. Wir könnten uns gegenseitig Kraft und Zuversicht geben. Meine Worte zeitigten bei Noboru Wataya keine erkennbare Wirkung. Er saß mit verschränkten Armen da und hörte schweigend zu. Auch nachdem ich meine kleine Rede beendet hatte, zeigte er keinerlei Reaktion. Er schien an etwas anderes zu denken. Ich hatte mich in seiner Gegenwart von Anfang an unbehaglich gefühlt und hatte dies auf die besondere Situation zurückgeführt. Einem wildfremden Menschen zu sagen, ich möchte ihre Schwester heiraten, würde jeden verlegen machen. Aber je länger ich ihm gegenüber saß, desto deutlicher kam ein unangenehmes Gefühl in mir auf. Es war als wüchse einem ein säuerlich stinkender, schleimiger Fremdkörper in der Magengrube. Nicht, dass Noboru Wataya etwas Bestimmtes gesagt oder getan hätte, was mir gegen den Strich gegangen wäre. Es lag an seinem Gesicht. Einfach an Noboru Watayas Gesicht. Es vermittelte mir das unerklärliche Gefühl, dass es mit einer Schicht von etwas anderem überzogen sei, von etwas Falschem. Es war nicht sein wirkliches Gesicht. Dieses Gefühl wurde ich nicht los. Ich wäre am liebsten sonstwo gewesen. Tatsächlich spielte ich mit dem Gedanken, aufzustehen und zu gehen, aber ich wußte, dass ich die Sache zu Ende bringen musste. Also blieb ich sitzen, nippte an meinen lauwarmen Kaffee und wartete darauf, dass er etwas sagte. Als er endlich den Mund aufmachte, war es so, als habe er seine Stimme aus Gründen der Energieeinsparung bewusst auf die niedrigste Lautstärke eingestellt. Um die Wahrheit zu sagen, sagte er, konnte ich ihren Ausführungen weder folgen noch irgendein Interesse abgewinnen. Die Dinge, die mich interessieren, sind völlig anderer Natur und Größenordnung und dürften wiederum ihnen unbegreiflich und gleichgültig sein. Um meinen Standpunkt so konzis wie möglich zu formulieren, wenn sie Kumiko heiraten möchten und Kumiko sie heiraten möchte, habe ich weder das Recht noch den geringsten Grund, ihnen Hindernisse in den Weg zu legen. Folglich werde ich ihnen auch keine Hindernisse in den Weg legen. Ich würde es nicht einmal als theoretische Möglichkeit in Betracht ziehen, erwarten sie aber auch nichts weiter von mir. Und vor allem erwarten sie von mir nicht, dass ich auf diese Angelegenheit noch mehr Zeit vergeude, als ich bereits getan habe. Er sah auf seine Uhr und stand auf. Seine Stellungnahme war knapp und sachbezogen gewesen, litt weder unter Ausschmückungen noch Auslassungen. Ich hatte vollkommen klar begriffen, was er mir sagen wollte und was er von mir hielt. Und so schieden wir an jenem Tag voneinander. Nachdem Kumiko und ich geheiratet hatten, ergaben sich eine Reihe von Situationen, die es für Noboru Wataya und mich unumgänglich machten, in unserer Eigenschaft als Schwager, wenn schon nicht eigentlich miteinander zu reden, so doch zumindest Worte zu wechseln. Wie er bereits angedeutet hatte, entbehrten wir jeglicher gemeinsamen Basis und so mochten wir in des anderen Gegenwart noch so viele Worte von uns geben. Etwas, was man ein Gespräch hätte nennen können, konnte sich daraus unmöglich entwickeln. Es war, als unterhielten wir uns in verschiedenen Sprachen. Wenn der Dalai Lama im Sterben läge und der Jazzmusiker Eric Dolphy versuchte, ihm klarzumachen, wie wichtig es sei, die Klappen der Bassklarinette je nach angestrebtem Klang mit einem anderen Öl zu behandeln, dann könnte dabei eine und wenn auch nur geringfügig erfolgreichere und befriedigendere Kommunikation zustande kommen, als bei meinen Versuchen, mich mit Noboru Wataya zu verständigen. Kontakte mit anderen Menschen wecken in mir nur selten länger anhaltendes emotionales Unbehagen. Ich kann mich wohl über jemanden ärgern, auch wütend über ihn werden, aber das hält nie lange vor. Ich bin imstande, mich und den anderen als Wesen aus zwei verschiedenen Sphären zu betrachten. Es ist eine Art Begabung, womit ich mich keineswegs brüsten möchte, es ist nicht leicht zu bewerkstelligen, wenn man es also kann, ist es eine Art Begabung, eine besondere Fähigkeit. Wenn mir jemand auf die Nerven geht, verschiebe ich das Objekt meiner negativen Empfindungen in eine andere Seinsebene, in einen Bereich, der in keinerlei Beziehung zu mir steht. Dann sage ich mir, schön, ich fühle mich unwohl, aber ich habe die Ursache dieses Gefühls aus dem Hier entfernt und in einen anderen Bereich verschoben, wo ich sie später in aller Ruhe analysieren und abhandeln kann. Mit anderen Worten, ich friere meine Empfindungen ein. Wenn ich meine Gefühle später wieder auftaue, um diese Analyse vorzunehmen, kommt es zwar gelegentlich vor, dass ich sie noch immer in einem Zustand der Verwirrung vorfinde, aber das ist eher die Ausnahme. Die Zeit entzieht in der Regel den meisten Dingen ihr Gift und macht sie harmlos. Und früher oder später vergesse ich sie dann. Durch Aktivierung dieses Systems des Gefühlsmanagements habe ich im Laufe meines bisherigen Lebens die meisten unnötigen Beunruhigungen vermieden und meine Welt relativ stabil zu halten vermocht. Dass es mir gelungen ist, ein so effektives System über so lange Zeit funktionsfähig zu halten, erfüllt mich mit einem gewissen Stolz. Wenn ich allerdings auf Noboru Wataya stieß, weigerte sich mein System zu funktionieren. Es gelang mir einfach nicht, Noboru Wataya in eine Sphäre abzuschieben, die in keiner Beziehung zu mir stand. Und schon diese Tatsache als solche ärgerte mich tierisch. Kumikos Vater war ohne Frage ein arroganter, durch und durch unangenehmer Mensch, aber schließlich war er ein Kleingeist, der sich Zeit seines Lebens an ein paar primitive Pseudo-Überzeugungen geklammert hatte. So jemanden konnte ich ohne weiteres ausblenden. Nicht jedoch Noboru Wataya. Er wusste, was für ein Mensch er war. Und er hatte auch eine recht klare Vorstellung davon, was in mir vorging. Wäre ihm danach zumute gewesen, er hätte mich restlos zermalmen können. Wenn er das nicht getan hatte, dann nur, weil ich ihm vollkommen gleichgültig war. Ich war die Zeit und die Energie nicht wert, die es gekostet hätte, mich zu zermalmen. Und das brachte mich an ihm in Rage. Er war ein widerlicher Mensch, ein hohler Egoist. Aber was seine intellektuellen und sonstigen Fähigkeiten anbelangte, war er mir haushoch überlegen. Unsere erste Begegnung hinterließ in meinem Mund einen schlechten Geschmack, der nicht wieder verschwinden wollte. Mir war, als habe mir jemand eine Handvoll Wanzen in den Rachen gestopft. Sie auszuspucken nützte nichts, ich spürte sie weiterhin im Mund. Tagelang konnte ich an nichts anderes als an Noboru Wataya denken. Ich versuchte, mich mit Konzerten und Kino abzulenken. Ich ging sogar mit den Jungs aus der Kanzlei zu einem Baseballspiel. Ich trank und ich las die Bücher, die ich erst hatte lesen wollen, wenn ich die Zeit dafür haben würde. Aber immer saß Noboru Wataya mit verschränkten Armen da und sah mich mit diesen bösartigen Augen an, die mich in sich einzusaugen, drohten wie ein bodenloser Sumpf. Das zehrte an meinen Nerven und ließ den Boden, auf dem ich stand, erbeben. Als wir uns das nächste Mal sahen, fragte mich Kumiko nach meinem Eindruck von ihrem Bruder. Ich brachte es nicht fertig, ihr meine ehrliche Meinung zu sagen. Ich wollte sie eigentlich nach seiner Maske fragen und nach dem verborgenen Etwas, das ich dahinter verbarg. Ich wollte ihr alles wiedergeben, was mir im Zusammenhang mit ihrem Bruder durch den Kopf gegangen war. Doch ich sagte nichts. Ich hatte das Gefühl, dass ich es nie schaffen würde, ihr diese Dinge begreiflich zu machen und dass ich, wenn ich nicht imstande war, mich verständlich auszudrücken, mich überhaupt nicht äußern sollte. Jedenfalls nicht jetzt. Er ist anders. So viel ist sicher, sagte ich. Ich wollte dem etwas hinzufügen, aber ich fand nicht die richtigen Worte. Sie bohrte auch nicht nach, sie nickte lediglich stumm. An meinen Gefühlen für Noboru Wataya änderte sich auch später nichts mehr. Er fuhr unvermindert fort, an meinen Nerven zu zehren. Es war wie ein leichtes, chronisches Fieber. Ich hatte keinen Fernseher in der Wohnung, aber ein gespenstischer Zufall sorgte dafür, dass jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Blick auf ein eingeschaltetes Gerät warf, er da saß und irgendein Statement von sich gab. Wenn ich im Wartezimmer eines Arztes eine Zeitschrift durchblätterte, stieß ich mit Sicherheit auf ein Foto von Noboru Wataya und darunter auf einen Artikel, den er geschrieben hatte. Ich hatte das Gefühl, hinter jeder Ecke der erforschten Welt lauere mir Noboru Wataya auf. Also schön, sehen wir den Tatsachen ins Gesicht. Ich hasste den Kerl. Die fröhliche Reinigung und Kreta Kano tritt auf. Ich brachte eine Bluse und einen Rock von Kumiko in die Reinigung am Bahnhof. Normalerweise brachte ich unsere Sachen zur Reinigung bei uns um die Ecke, nicht weil ich sie vorgezogen hätte, sondern einfach, weil sie näher lag. Für Kumiko lag die Bahnhofsreinigung am Weg und so gab sie manchmal morgens, bevor sie in den Pendlerzug stieg, dort etwas ab und nahm es abends wieder mit. Die Reinigung am Bahnhof war zwar etwas teurer, aber nach Kumikos Ansicht besser als die bei uns um die Ecke. Ihre guten Kleider brachte sie deswegen immer dorthin. Und darum beschloss ich, an jenem Tag aufs Rad zu steigen und zum Bahnhof zu fahren. Ich dachte mir, es würde ihr lieber sein, wenn ich ihre Sachen dort reinigen ließe. Ich trug an dem Morgen eine leichte grüne Baumwollhose, meine üblichen Tennisschuhe und das gelbe Van Halen T-Shirt, das Kumiko von einer Plattenfirma als Werbegeschenk bekommen hatte. Wie bei meinem letzten Besuch war der JVC-Radio-Rekorder laut aufgedreht. An diesem Morgen hörte sich der Ladenbesitzer eine Andy-Williams-Kassette an. Als ich hereinkam, endete gerade »Hawaiian Wedding Song« und »Canadian Sunset« begann. Fröhlich mitpfeifend schrieb der Besitzer mit so energischen Bewegungen wie beim letzten Mal etwas mit einem Kugelschreiber in ein Heft. Auf den Kassetten, die in einem Stapel auf dem Regal lagen, erkannte ich Namen wie Sergio Mendes, Bert Kempfert und 101 Strings. Er war also ein Freund der leichten Kost. Mir kam plötzlich der Gedanke, dass echte Jazzfreaks, Fans von Albert Aylor, Don Cherry, Cecil Taylor, nie eine Reinigung in einem Einkaufszentrum gegenüber von einem Bahnhof aufmachen könnten. Oder vielleicht doch, es würde nur keine fröhliche Reinigung werden. Als ich die grüne, blumengemusterte Bluse und den olivfarbenen Rock auf den Ladentisch legte, breitete er die Sachen zu einer kurzen Musterung aus und schrieb dann auf den Beleg »Bluse und Rock«. Er hatte eine klare, reinliche Handschrift. Ich mag Reinigungsbesitzer, die deutlich schreiben und wenn sie Andy Williams mögen, umso besser. »Herr Okada, stimmt's?« »Richtig«, sagte ich. Er trug meinen Namen ein, riss den Durchschlag ab und reichte ihn mir. »Die Sachen sind nächsten Dienstag fertig, also vergessen Sie nicht wieder, sie abzuholen. Von Frau Okada?« »Mhm, sehr hübsch«, sagte er. Der Himmel war mit einer stumpfen Wolkenschicht bedeckt. Die Wettervorhersage hatte Regen angekündigt. Es war nach halb zehn, aber man sah noch immer viele Männer mit Aktentasche und aufgerolltem Regenschirm auf die Bahnhofstreppe zueilen. Verspätete Pendler. Der Morgen war warm und feucht, aber das kümmerte diese Männer nicht. Einer wie der andere waren sie ordentlich gekleidet, in Anzug, Schlips und schwarzen Schuhen. Ich sah eine Menge Männer meines Alters, aber keiner von ihnen hatte ein Van Halen-T-Shirt an. Jeder trug die Anstecknadel seiner Firma am Revers und hatte die Nikke-News unter den Arm geklemmt. Die Signalglocke läutete und etliche von ihnen galoppierten die Treppe hinauf. Ich hatte solche Männer lange nicht mehr gesehen. Als ich nach Hause radelte, ertappte ich mich dabei, dass ich Canadian Sunset pfiff. Um elf rief Malta Kano an. Hallo, bin ich möglicherweise mit dem Anschluß von Herrn Toru Okada verbunden? fragte sie. Ja, hier ist Toru Okada. Ich hatte schon beim Hallo gewusst, dass es Malta Kano war. Mein Name ist Malta Kano. Sie waren neulich so freundlich, sich mit mir zu treffen. Dürfte ich fragen, ob sie für heute Nachmittag bereits irgendwelche Pläne haben? Keine, sagte ich. Ich hatte nicht mehr Pläne für den Nachmittag, als ein Zugvogel Lombard-fähige Vermögenswerte besitzt. In diesem Falle würde meine jüngere Schwester Greta Kano sie um ein Uhr aufsuchen. Greta Kano? fragte ich mit ausdrucksloser Stimme. Ja, sagte Malta Kano. Ich glaube, ich habe Ihnen neulich Ihr Foto gezeigt. Ich erinnere mich natürlich an Sie. Es ist nur... Ihr Name ist Greta Kano. Sie wird Sie als meine Bevollmächtigte aufsuchen. Würde es Ihnen um ein Uhr passen? In Ordnung, sagte ich. Sie wird pünktlich sein, sagte Malta Kano und legte auf. Greta Kano? Ich ging mit dem Staubsauger durch die Wohnung und räumte ein bisschen auf. Ich bündelte unsere alten Zeitungen und warf sie in einen Wandschrank. Ich steckte lose herumliegende Kassetten in ihre Hüllen und stellte sie neben der Stereoanlage in einer Reihe auf. Ich spülte das schmutzige Geschirr, das ich in der Küche stapelte. Dann machte ich mich selbst gesellschaftsfähig, duschen, Haare waschen, saubere Sachen. Ich brühte frischen Kaffee auf und aß zu Mittag. Ein Schinkensandwich und ein hartgekochtes Ei. Ich setzte mich aufs Sofa, blätterte im Home Journal und überlegte, was ich für heute Abend zu essen machen könnte. Ich kreuzte das Rezept für Seetang und Tofu-Salat an und schrieb mir die Zutaten auf einen Einkaufszettel. Ich schaltete das Radio ein. Michael Jackson sang Billie Jean. Ich dachte an die Schwestern Malta Kano und Kreta Kano. Was für Namen für zwei Schwestern. Sie klangen wie ein Komiker-Duo. Malta Kano, Kreta Kano. Mein Leben entwickelte sich zur Zeit eindeutig in einige neue Richtungen. Der Kater war weggelaufen. Ich hatte merkwürdige Anrufe von einer merkwürdigen Frau erhalten. Ich hatte ein seltsames Mädchen kennengelernt und angefangen, mich bei einem leerstehenden Haus herumzutreiben. Noboru Wataya hatte Kreta Kano vergewaltigt. Malta Kano hatte prophezeit, dass ich meinen Schlips wiederfinden würde. Kumiko hatte mir gesagt, ich bräuchte nicht arbeiten zu gehen. Ich schaltete das Radio aus, legte das Home Journal in das Bücherregal zurück und trank noch eine Tasse Kaffee. Schlag ein Uhr klingelte Kreta Kano an der Tür. Sie sah genauso aus wie auf dem Foto, eine kleine Frau von Anfang Mitte 20, ein stiller Typ. Den Look der frühen 60er Jahre hatte sie bemerkenswert gut hinbekommen. Sie trug das Haar toupiert, wie ich es auf dem Foto gesehen hatte, und unten nach außen gewählt. Das Haar war von der Stirn straff zurückgekämmt und wurde durch eine große, glitzernde Spange festgehalten. Ihre Augenbrauen waren scharf mit Stift nachgezeichnet, Mascara verlieh ihren Augen geheimnisvolle Schatten, und ihr Lippenstift hatte exakt die Farbe, die damals in Mode gewesen war. Sie sah so aus, als bräuchte man ihr nur ein Mikrofon in die Hand zu drücken, damit sie Johnny Angel losschmetterte. Angezogen war sie weit schlichter. An ihrer praktischen, nüchternen Kleidung war nichts exzentrisch. Eine weiße Bluse, ein enger grüner Rock und so gut wie keine Accessoires. Sie hielt eine weiße Lacklederhandtasche unter dem Arm und trug spitze weiße Pumps. Die Schuhe, winzig mit Absätzen so dünn und scharf wie Bleistiftminen, sahen wie Puppenschuhe aus. Ich hätte ihr beinahe dazu gratuliert, dass sie es auf den Dingern bis hierher geschafft hatte. Das also war Kreta Kano. Ich bat sie herein, ließ sie auf dem Sofa Platz nehmen, wärmte den Kaffee auf und schenkte ihr eine Tasse ein. Ob sie schon zu Mittag gegessen habe, fragte ich sie. Ich fand sie sah hungrig aus. Nein, sagte sie, sie habe noch nicht gegessen. Aber machen Sie sich bitte keine Mühe, fügte sie hastig hinzu. Ich esse mittags kaum etwas. Sind Sie sicher? fragte ich. Ich bringe Ihnen gerne ein Sandwich. Nur keine falsche Bescheidenheit. Ich mache andauernd irgendwelche Snacks und so. Es ist wirklich überhaupt keine Mühe. Sie antwortete darauf mit kleinen, ablehnenden Kopfbewegungen. Es ist äußerst liebenswürdig von Ihnen, aber danke, es ist wirklich nicht nötig. Machen Sie sich bitte keine Umstände. Eine Tasse Kaffee ist mehr als genug. Trotzdem brachte ich für alle Fälle einen Teller Kekse mit ins Wohnzimmer. Kreta Kano aß vier davon, und zwar mit sichtlichem Genuss. Ich aß zwei und trank meinen Kaffee aus. Nach den Keksen und dem Kaffee wirkte sie etwas entspannter. Ich bin heute als Beauftragte meiner älteren Schwester Malta Kano hier, sagte sie. Kreta ist natürlich nicht mein richtiger Name. Eigentlich heiße ich Setzko. Den Namen Kreta habe ich angenommen, als ich anfing, als Assistentin meiner Schwester zu arbeiten, für berufliche Zwecke. Kreta heiße ich zwar nach der Insel, aber mit Kreta habe ich eigentlich nichts zu tun. Ich bin noch nie dort gewesen. Meine Schwester hat den Namen ausgesucht, weil er zu ihrem eigenen passte. Waren Sie zufällig schon einmal auf der Insel Kreta, Herr Okade? Leider nein, sagte ich. Ich sei noch nie auf Kreta gewesen und beabsichtige auch nicht, in naher Zukunft dorthin zu fahren. Ich würde gern einmal dorthin fahren, sagte Kreta Kano nickend und mit todernstem Gesicht. Kreta ist die griechische Insel, die Afrika am nächsten liegt. Es ist eine große Insel und vor langer Zeit blühte dort eine große Kultur. Meine Schwester Malta ist auch auf Kreta gewesen. Sie sagt, es sei wunderschön dort. Der Wind ist stark und der Honig köstlich. Ich liebe Honig. Ich nickte. Ich mache mir nicht viel aus Honig. Ich habe Sie heute aufgesucht, um Sie um einen Gefallen zu bitten, sagte Kreta Kano. Ich würde gern eine Probe des Wassers in Ihrem Haus nehmen. Des Wassers? fragte ich. Sie meinen, aus dem Wasserhahn? Das würde genügen, sagte sie. Und sollte es zufällig einen Brunnen in der Nähe geben, würde ich auch daraus gern eine Wasserprobe nehmen. Ich glaube nicht. Ich meine, es gibt tatsächlich einen Brunnen in der Umgebung, aber er befindet sich auf einem Privatgrundstück und er ist trocken. Er spendet kein Wasser mehr. Kreta Kano warf mir einen undurchdringlichen Blick zu. Sind Sie sicher? fragte sie. Sind Sie sicher, dass er kein Wasser mehr enthält? Ich erinnerte mich an das trockene Geräusch, mit dem der Ziegelbrocken, den das Mädchen in den Brunnen des leerstehenden Hauses geworfen hatte, unten aufgeprallt war. Ja, er ist trocken, völlig. Ich bin mir absolut sicher. Ich verstehe, sagte Kreta Kano. Sehr schön. Dann werde ich nur eine Probe des Leitungswassers nehmen, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich führte sie in die Küche. Sie öffnete ihre weiße Lackledertasche und holte zwei Fläschchen von der Art heraus, wie man sie etwa für Arzneien verwendet. Sie füllte eines davon mit Wasser und schraubte den Deckel sorgfältig zu. Dann sagte sie, sie wolle auch eine Probe aus dem Hahn der Badewanne nehmen. Ich führte sie ins Badezimmer. Ohne sich an der Unterwäsche und den Strümpfen zu stören, die Kumiko dort zum Trocknen aufgehängt hatte, drehte Kreta Kano den Wasserhahn auf und füllte das zweite Fläschchen. Nachdem sie es verschlossen hatte, hielt sie es falsch herum, um sich zu vergewissern, dass es nicht tropfte. Die Schraubdeckel waren unterschiedlich gefärbt, blau für das Badewasser und grün für das Wasser aus der Küche. Nachdem sie sich wieder auf das Wohnzimmersofa gesetzt hatte, steckte sie die beiden Fläschchen in einen kleinen Gefrierbeutel und zog dessen Reißverschluss zu. Den Beutel verstaute sie sorgfältig in ihrer weißen Lackledertasche und verschloss diese dann mit einem trockenen metallischen Schnapp. Ihre Hände bewegten sich sparsam und effizient. Sie hatte das ganz offensichtlich schon viele Male getan. Vielen herzlichen Dank, sagte Kreta Kano. War das alles? fragte ich. Für heute ja, sagte sie. Sie strich sich den Rock glatt, schob sich die Handtasche unter den Arm und machte Anstalten aufzustehen. Ein Moment noch, sagte ich einigermaßen verwirrt. Ich hatte nicht erwartet, dass sie so schnell wieder gehen würde. Warten Sie doch bitte noch einen Moment. Meine Frau will wissen, was aus dem Kater geworden ist. Er ist mittlerweile seit fast zwei Wochen verschwunden. Wenn Sie irgendetwas wissen, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie es mir sagen würden. Die weiße Handtasche noch immer unter den Arm geklemmt, sah mich Kreta Kano einen Augenblick lang an und nickte dann mehrmals rasch hintereinander. Wenn sie den Kopf bewegte, wippten die nach außen gerollten Enden ihres Haars mit der Beschwingtheit der frühen sechziger Jahre. Wenn sie blinzelte, bewegten sich ihre langen falschen Wimpern so träge auf und ab, wie die langstiligen Fächer, die in Pharaonen filmen, die Sklaven schwingen. Um ehrlich zu sein, sagt meine Schwester, dass das eine längere Geschichte werden wird, als es anfangs ausgesehen hatte. Eine längere Geschichte, als es ausgesehen hatte? Die Formulierung eine längere Geschichte beschwor in mir das Bild eines hohen Pfahls herauf, der einsam in einer ansonsten vollkommen leeren Wüste stand. Als die Sonne zu sinken begann, wurde der Schatten des Pfahls immer länger und länger, bis seine Spitze sich so weit entfernt hatte, dass sie mit bloßem Auge nicht mehr zu sehen war. Das sind ihre Worte, fuhr Greta Kano fort. In dieser Geschichte wird es um mehr gehen, als nur um das Verschwinden eines Katers. Ich kann nicht ganz folgen, sagte ich. Wir bitten sie lediglich, dass sie uns helfen, den Kater wiederzufinden, um mehr nicht. Wenn der Kater tot ist, würden wir das gern wissen. Warum muss es eine längere Geschichte werden, das verstehe ich nicht. Ich ebenso wenig. sagte sie. Sie führte die Hand an die blanke Haarspange und schob sie ein Stückchen zurück. Aber ich bitte sie, meiner Schwester zu vertrauen. Ich will nicht behaupten, dass sie alles weiß, aber wenn sie sagt, dass es eine längere Geschichte werden wird, können sie sicher sein, dass es eine längere Geschichte werden wird. Ich nickte wortlos. Es gab nichts, was ich noch hätte sagen können. Greta Kano blickte mir geradewegs in die Augen und fragte in einem neuen, förmlichen Ton. Sind Sie beschäftigt, Herr Okada? Haben Sie für den Rest des Nachmittags noch Pläne? Nein, sagte ich, ich hätte keine Pläne. Hätten Sie dann etwas dagegen, wenn ich Ihnen ein wenig von mir erzählte? fragte Greta Kano. Sie legte die weiße Lackledertasche neben sich auf das Sofa und legte dann die Hände eine auf die andere in Höhe der Knie auf ihren engen grünen Rock. Ihre Nägel waren in einem schönen Rosa lackiert. Sie trug keine Ringe. Bitte, sagte ich, erzählen Sie mir alles, was Sie möchten. Und so wurde der Fluss meines Lebens, wie sich bereits in dem Augenblick abgezeichnet hatte, als Greta Kano an meiner Tür klingelte, in noch seltsamere Richtungen gelenkt. Kreta Kanos lange Geschichte Eine Untersuchung über die Natur des Schmerzes Ich wurde am 29. Mai geboren, begann Greta Kano ihre Geschichte, und am Abend meines 20. Geburtstags beschloss ich mir, das Leben zu nehmen. Ich setzte ihr eine neue Tasse Kaffee vor. Sie goss Sahne hinein und rührte mit einer matten Bewegung um. Kein Zucker. Ich trank meinen Kaffee wie immer schwarz. Auf dem Regal fuhr die Uhr trocken fort, die Mauern der Zeit abzuklopfen. Greta Kano sah mich scharf an und sagte, ich frage mich, ob ich ganz am Anfang beginnen sollte, wo ich geboren wurde, Kindheit, Familie und so weiter. Ganz wie Sie möchten, ich überlasse es Ihnen. Was immer Ihnen am angenehmsten ist, sagte ich. Ich war das jüngste von drei Kindern, sagte sie. Malta und ich haben einen älteren Bruder. Mein Vater leitete eine eigene Klinik in der Kanagawa-Präfektur. Etwas, was man als häusliche Probleme bezeichnen könnte, haben wir nie gekannt. Ich wuchs in einer ganz normalen Familie auf, wie man sie überall finden kann. Meine Eltern waren sehr ernste Menschen, die fest an den Wert harter Arbeit glaubten. Sie waren recht streng mit uns. Aber nachträglich würde ich sagen, dass sie uns in kleinen Dingen durchaus ein gewisses Maß an Entscheidungsfreiheit gelassen haben. Wir waren wohlhabend, aber meine Eltern hielten nichts davon, ihren Kindern Geld für irgendwelchen Unsinn zu geben. Man kann wohl sagen, dass ich recht spartanisch aufgezogen wurde. Malta war fünf Jahre älter als ich. Sie hatte von Anfang an etwas Besonderes an sich. Sie konnte alles Mögliche erraten. Sie wußte zum Beispiel, dass der Patient im Zimmer so und so viel gerade gestorben war oder wo genau jemand seine verlorene Brieftasche wiederfinden würde. Anfangs hatten alle ihre Freude daran und oft fanden sie es nützlich, aber bald begann es meine Eltern zu beunruhigen. Sie verboten ihr vor anderen Leuten je wieder über Dinge zu reden, die keine erkennbar reale Grundlage hatten. Mein Vater mußte an seine Stellung als Direktor des Krankenhauses denken. Es durfte sich nicht herumsprechen, dass seine Tochter übernatürliche Kräfte besaß. Von dem Augenblick an waren Malthas Lippen versiegelt. Sie hörte nicht nur auf, über Dinge zu reden, die keine erkennbar reale Grundlage hatten. Selbst an den gewöhnlichsten Gesprächen beteiligte sie sich nur noch selten. Mir gegenüber allerdings öffnete sie ihr Herz. Wir standen uns schon immer sehr nah. Sie sagte, du darfst nie verraten, dass ich dir das gesagt habe. Und dann sagte sie zum Beispiel, hier an der Straße wird's einen Brand geben oder Tante sowieso aus Setagaya wird bald kränker werden. Und sie irrte sich nie. Ich war noch ein kleines Mädchen und so fand ich das alles sehr lustig. Es kam mir nie in den Sinn, mich davor zu fürchten oder es unheimlich zu finden. Solange ich zurückdenken kann, habe ich meine große Schwester immer auf Schritt und Tritt begleitet und darauf gewartet, dass ihre nächste Botschaft kam. Im Laufe der Jahre wurden diese besonderen Fähigkeiten stärker, aber sie wußte nicht, wie sie sie gezielt einsetzen oder fördern könnte und das bereitete ihr große Seelenquale. Sie hatte niemanden, den sie hätte um Rat fragen können, niemanden, der sie hätte anleiten können. Dies machte sie zu einem sehr einsamen jungen Mädchen. Sie mußte mit all ihren Problemen allein fertig werden, sie mußte alle Antworten allein finden. Bei uns zu Hause war sie unglücklich. nie fand sie in ihrem Herzen Frieden. Sie mußte ihre Fähigkeiten unterdrücken und verbergen. Es war so, als zöge man eine große, starke Pflanze in einem kleinen Blumentopf. Es war unnatürlich. Es war falsch. Sie wußte nur, dass sie so schnell wie möglich da heraus mußte. Sie glaubte fest daran, dass es irgendwo eine Welt, eine Lebensweise geben mußte, die richtig für sie war, bis zum Ende der Oberschule mußte sie sich jedoch zusammennehmen. Sie war entschlossen, nach der Schule nicht aufs College, sondern ins Ausland zu gehen. Meine Eltern hatten selbst natürlich ein ganz normales Leben geführt und waren nicht bereit, sie ziehen zu lassen. Also arbeitete meine Schwester hart, um sich das nötige Geld zu verdienen und dann lief sie von zu Hause fort. Ihre erste Station war Hawaii. Sie lebte zwei Jahre lang auf Kauai. Irgendwo hatte sie gelesen, an der Nordküste der Insel gebe es eine Gegend mit wunderbaren Quellen. Schon damals hatte Wasser für meine Schwester eine sehr große und tiefe Bedeutung. Sie war davon überzeugt, die menschliche Existenz werde weitgehend vom Wasser bestimmt. Deswegen ließ sie sich auf Kauai nieder. Damals gab es im Landesinneren noch eine Hippie-Kommune und Malta wurde zu einem Mitglied dieser Gemeinschaft. Das dortige Wasser übte einen sehr starken, wohltätigen Einfluß auf ihre spirituellen Kräfte aus. Indem sie ihrem Körper dieses Wasser zuführte, gelang es ihr, zwischen ihren Kräften und ihrem physischen Leib eine größere Harmonie herzustellen. Sie schrieb mir, wie wundervoll das sei, und ihre Briefe machten mich sehr glücklich. Doch schon bald konnte die Gegend sie nicht mehr befriedigen. Sicher, es war ein schönes, friedliches Land, und die Menschen strebten dort nach nichts anderem als nach Seelenfrieden und Freiheit von materiellen Bedürfnissen. Aber sie waren zu sehr von Sex und Drogen abhängig. Meine Schwester brauchte diese Dinge nicht. Nach zwei Jahren verließ sie Kauai. Von dort ging sie nach Kanada, und nachdem sie eine Zeit lang durch den Norden der Vereinigten Staaten gereist war, zog sie weiter nach Europa. Wo immer sie hinkam, nahm sie Wasserproben, und es gelang ihr an mehreren Orten herrliches Wasser zu finden, aber keins davon war vollkommen. Also reiste sie immer weiter. Immer wenn ihr das Geld ausging, verdiente sie sich etwas als eine Art Wahrsagerin. Sie half den Menschen, verlorene Dinge oder vermisste Personen wiederzufinden, und sie entlohnten sie dafür. Ihr wäre es lieber gewesen, das Geld nicht anzunehmen. Vom Himmel gewährte Gaben sollten nicht gegen weltliche Güter eingetauscht werden. Damals war das allerdings für sie die einzige Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Wo immer sie hinkamen, erfuhren die Menschen von ihren Weissagungen. So fiel es ihr nicht schwer, etwas zu verdienen. In England half sie einmal sogar der Polizei bei ihren Nachforschungen. Ein kleines Mädchen wurde vermisst, und meine Schwester fand heraus, wo der Leichnam versteckt war. Sie fand auch nicht weit davon entfernt den Handschuh des Mörders. Der Mann wurde verhaftet und gestand die Tat. Die Zeitungen haben ausführlich darüber berichtet. Irgendwann werde ich Ihnen die Ausschnitte zeigen. Jedenfalls reiste sie so weiter durch Europa, bis sie schließlich nach Malta gelangte. Fast fünf Jahre waren vergangen, seit sie Japan verlassen hatte, und diese Insel entpuppte sich als das Ziel ihrer Suche nach Wasser. Davon müßte sie ihnen doch eigentlich selbst erzählt haben. Ich nickte. Während ihrer Wanderung durch die Welt schickte mir Malta regelmäßig Briefe. Natürlich kam es gelegentlich vor, dass sie mir nicht schreiben konnte, aber fast jede Woche erhielt ich einen langen Brief, in dem sie mir mitteilte, wo sie gerade war und was sie tat. Wir blieben uns weiterhin sehr nah. Selbst über so große Entfernungen hinweg gelang es uns, durch diese Briefe an den Gefühlen der anderen teilzuhaben. Und was für wunderschöne Briefe das waren. Wenn sie sie lesen könnten, würden sie erkennen, welch ein wunderbarer Mensch sie ist. Durch ihre Briefe habe ich so viele verschiedene Welten, so viele interessante Menschen kennengelernt. Ihre Briefe haben mir so viel Kraft geschenkt, so viel Mut gemacht. Sie haben mir geholfen, heranzuwachsen. Dafür werde ich meiner Schwester immer zutiefst dankbar sein. Ich bestreite in keiner Weise, was sie für mich getan hat, aber schließlich sind Briefe nur Briefe. Als ich die schwierigsten Jahre der Jugend durchlebte, als ich meine Schwester mehr als je zuvor gebraucht hätte, war sie immer irgendwo in weiter Ferne. Es war mir nicht möglich, die Hand auszustrecken und sie neben mir zu spüren. In unserer Familie war ich völlig allein, isoliert. Meine Teenagerjahre waren angefüllt mit Schmerz. Später werde ich Ihnen mehr von diesem Schmerz erzählen. Es gab niemanden, an den ich mich hätte wenden können, niemanden, den ich um Rat hätte fragen können. In dieser Hinsicht war ich genauso einsam, wie Malta es gewesen war. Wenn ich sie bei mir gehabt hätte, wäre mein Leben anders verlaufen. Sie hätte Worte des Rats und des Zuspruchs und des Heils für mich gehabt. Aber was hat es schon für einen Sinn, davon jetzt zu reden? So wie Malta ihren Weg allein finden musste, so musste ich den meinigen allein finden. Und als ich zwanzig wurde, beschloss ich, mich umzubringen. Kreta Kano nahm ihre Tasse und trank ihren Kaffee aus. Was für ein köstlicher Kaffee, sagte sie. Danke, sagte ich, so beiläufig wie möglich. Kann ich Ihnen etwas zu essen anbieten? Ich habe vorhin ein paar Eier abgekocht. Nach einigem Zögern sagte sie, sie würde eines essen. Ich holte Eier und Salz aus der Küche und goss ihr Kaffee nach. In aller Ruhe machten Kreta Kano und ich uns daran, unsere Eier zu schälen und dann aßen wir und tranken Kaffee, ohne uns zu beeilen. Während wir damit beschäftigt waren, klingelte das Telefon, aber ich nahm nicht ab. Nach 15 oder 16 Klingelzeichen verstummte es. Kreta Kano schien das Klingeln überhaupt nicht wahrzunehmen. Als sie ihr Ei aufgegessen hatte, holte sie ein kleines Taschentuch aus ihrer weißen Lackledertasche und tupfte sich den Mund ab. Dann zupfte sie ihren Rocksaum gerade. Da ich mich entschlossen hatte, meinem Leben ein Ende zu machen, fand ich, ich sollte einen Abschiedsbrief hinterlassen. Eine Stunde lang saß ich an meinem Schreibtisch und versuchte, die Gründe für meine Entscheidung zu erläutern. Ich wollte klarstellen, dass niemand an meinem Tod schuldig war, dass die Gründe ausschließlich in mir selbst lagen. Ich wollte nicht, dass meine Familie sich für etwas verantwortlich fühlte, wofür sie nichts konnte. Aber ich schaffte es nicht, den Brief fertig zu schreiben. Ich versuchte es immer wieder, aber jede neue Fassung erschien mir schlechter als die vorige. Wenn ich las, was ich geschrieben hatte, klang es albern, ja sogar komisch. Je ernster ich mich auszudrücken bemühte, desto lächerlicher war das Ergebnis. Am Ende beschloss ich, überhaupt nichts zu schreiben. Ich fand, die Sache sei ganz einfach. Ich war von meinem Leben enttäuscht. Ich konnte die vielfältigen Schmerzen, die mein Leben mir verursachte, nicht länger ertragen. 20 Jahre lang hatte ich diese Schmerzen erduldet. Mein Leben war nichts als eine nie versiegende Quelle des Schmerzes gewesen. Aber ich hatte mich bemüht, ihn so gut ich nur konnte, zu ertragen. An der Aufrichtigkeit meiner Bemühungen, den Schmerz zu ertragen, hege ich nicht den mindesten Zweifel. Ich kann mit wohlbegründetem Stolz behaupten, daß meine Anstrengungen ihresgleichen suchten. Ich gab mich gewiß nicht kampflos geschlagen, doch am Tag, als ich 20 wurde, gelangte ich zu einem einfachen Schluss. Das Leben war es nicht wert, das Leben war es nicht wert, solch einen Kampf fortzusetzen. Sie verstummte und verbrachte eine Weile damit, die Ecken des weißen Taschentuchs auf ihrem Schoß adrett aufeinander zu legen. Wenn sie nach unten sah, warfen ihre langen, falschen Wimpern sanfte Schatten auf ihre Wangen. Ich räusperte mich. Ich hatte das Gefühl, ich sollte etwas sagen, aber ich wußte nicht was, und so schwieg ich. In der Ferne hörte ich den Aufziehvogel schreien. Der Schmerz war die Ursache meines Entschlusses zu sterben, sagte Greta Kano, und wenn ich Schmerz sage, dann meine ich es genau so, wie ich es sage, nichts Seelisches oder Metaphorisches, sondern ganz einfach körperlicher Schmerz, schlichter, gewöhnlicher, alltäglicher, körperlicher und aus diesem Grund umso intensiverer Schmerz, Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Menstruationskrämpfe, Kreuzschmerzen, steife Schultern, Fieber, Muskelschmerzen, Verbrennungen, Frostbeulen, Verrenkungen, Knochenbrüche, Prellungen. Mein Leben lang habe ich weit häufiger an weit intensiveren körperlichen Schmerzen gelitten als andere Menschen. Nehmen Sie zum Beispiel meine Zähne. Sie hatten offenbar irgendeinen angeborenen Defekt. Vom Anfang bis zum Ende des Jahres bereiteten sie mir Schmerzen. Ich konnte sie mir noch so gründlich oder häufig putzen oder mich noch so strikt aller Süßigkeiten enthalten. Es nützte nichts. Alle meine Bemühungen endeten mit Karies. Um die Sache zu verschlimmern, schienen Anästhetika bei mir keine Wirkung zu haben. Zum Zahnarzt zu gehen war immer ein Albtraum. Der Schmerz war schier unbeschreiblich. Ich ängstigte mich zu Tode und dann fingen meine schrecklichen Monatsblutungen an. Sie waren unglaublich stark. Eine Woche lang hatte ich dann immer solche Schmerzen, als stoße mir jemand von innen einen Bohrer ins Fleisch. Ich hatte rasende Kopfschmerzen. Sie können sich wahrscheinlich keinen Begriff davon machen, Herr Okada, aber der Schmerz trieb mir buchstäblich Tränen in die Augen. Monat für Monat machte ich jeweils eine Woche lang diese unerträgliche Martha durch. Wenn ich mit dem Flugzeug reiste, schien mir infolge der Luftdruckschwankungen der Kopf zu platzen. Der Arzt sagte, das hänge mit meinen Ohren zusammen. Bei manchen Menschen sei das Innenohr so gebaut, dass es auf jede Druckveränderung überempfindlich reagiere. Das gleiche passierte mir oft im Fahrstuhl. In hohen Gebäuden darf ich nicht mit dem Aufzug fahren. Der Schmerz ist so intensiv, dass es mir vorkommt, als ob mir der Kopf an mehreren Stellen aufreißt und das Blut heraus sprudelt. Da noch mein Magen. Wenigstens einmal in der Woche hatte ich so scharfe stechende Magenschmerzen, dass ich am Morgen nicht aufstehen konnte. Die Ärzte konnten nie eine Ursache finden. Manche äußerten die Vermutung, die Schmerzen seien psychisch bedingt. Aber wenn das so war, taten sie deswegen nicht weniger weh. Und so sehr ich auch litt, konnte ich doch nicht zu Hause bleiben. Wenn ich gegen etwas stieß, bekam ich einen blauen Fleck. Wenn ich mich im Badezimmerspiegel sah, hätte ich in Tränen ausbrechen können. Mein Körper war so mit Blutergüssen übersät, dass ich wie ein fauler Apfel aussah. Es war mir schrecklich peinlich, mich im Badeanzug sehen zu lassen. Solange ich zurückdenken kann, bin ich deswegen auch fast nie schwimmen gegangen. Ein weiteres Problem war die unterschiedliche Größe meiner Füße. Jedes Mal, wenn ich mir neue Schuhe kaufte, bereitete mir mein größerer Fuß, solange der Schuh nicht eingelaufen war, unerträgliche Schmerzen. Wegen all dieser Probleme trieb ich fast nie Sport. In der Unterstufe schleiften mich meine Freundinnen einmal auf die Eisbahn. Ich stürzte und schlug mir als steche jemand eine große dicke Nadel hinein. Unzählige Male stürzte ich beim Versuch von einem Stuhl aufzustehen vorn über zu Boden. Zudem litt ich an Verstopfung. Alle paar Tage war der Stuhlgang für mich die reine Qual und meine Schultern verkrampften sich schrecklich. Die Muskeln spannten sich immer mehr an, bis sie buchstäblich steinhart waren. Es tat so Ich stellte mir vor, dies müssten die Qualen sein, die eine chinesische Strafe verursacht, über die ich irgendwo gelesen hatte. Sie steckten den Übeltäter für mehrere Jahre in eine enge Kiste. Wenn meine Schultern diese äußerste Verkrampfung erreichten, konnte ich kaum noch atmen. Ich könnte stundenlang so weiterreden und Ihnen alle Schmerzen aufzählen, die ich im Laufe meines Lebens erduldet habe, aber das würde Sie nur langweilen, Herr Okada, drum will ich es damit genug sein lassen. Ich wollte Ihnen lediglich begreiflich machen, dass mein Körper so etwas wie ein Musterbuch der Schmerzen war. Ich habe jeden Schmerz erlitten, den man sich nur vorstellen kann. Ich begann zu glauben, ein Fluch lasste auf mir. So ungerecht war das Leben. Ich hätte mich mit meinen Schmerzen vielleicht abfinden können, wenn die anderen Menschen ähnlich gelitten hätten, aber sie taten es nicht, und so war mein Los unerträglich. Der Schmerz war auf der Welt ungerecht verteilt. Ich versuchte etwas über die Schmerzen der anderen zu erfahren, aber niemand wusste, was wirklicher Schmerz ist. Die Mehrzahl der Menschen leidet keine größeren Schmerzen, zumindest die meiste Zeit über nicht. Als ich das endlich begriff, ich war damals gerade auf die Oberschule gekommen, wurde ich so traurig, dass ich nicht mehr aufhören konnte zu weinen. Warum gerade ich, warum musste ausgerechnet ich eine so entsetzliche Bürde tragen? Ich wollte keinen Augenblick länger leben. Gleichzeitig aber kam mir ein anderer Gedanke, dieser Zustand konnte nicht ewig so weiter gehen. Eines Morgens würde ich aufwachen und der Schmerz würde unvermittelt auf unerklärliche Weise verschwunden sein. Es würde ein neues, friedliches, schmerzfreies Leben für mich beginnen. Viel Zuversicht gab mir dieser Gedanke allerdings nicht. Und so vertraute ich mich meiner Schwester an. Ich sagte ihr, dass ich nicht bereit sei, solche Schmerzen noch weiter zu ertragen. Was sollte ich tun? Nachdem sie eine Zeit lang darüber nachgedacht hatte, sagte sie folgendes. Ich bin sicher, dass mit dir etwas nicht stimmt, aber ich weiß nicht, was es ist. Und ich weiß auch nicht, was du dagegen unternehmen könntest. Ich bin noch nicht weit genug, in solchen Dingen ein Urteil zu fällen. Ich weiß nur, dass du wenigstens bis zu deinem 20. Geburtstag warten solltest. Halt aus, bis du 20 wirst, und dann trifft deine Entscheidung. Das dürfte das Beste sein. Und so beschloss ich weiter zu leben, bis ich 20 wäre. Aber wie viel Zeit auch verging, die Situation wurde einfach nicht besser. Im Gegenteil, der Schmerz wurde sogar noch intensiver. Das lehrte mich nur eines. Mit dem Wachstum des Körpers nimmt das Volumen des Schmerzes proportional zu. Trotzdem ertrug ich ließ niemanden ein Wort der Klage hören und bemühte mich selbst dann noch zu lächeln, wenn der Schmerz am schlimmsten war. Ich zwang mich nach außen hin stets heiter zu erscheinen, selbst wenn der Schmerz so intensiv war, dass ich mich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Tränen und Klagen konnten den Schmerz schließlich nicht lindern. Sie konnten nur bewirken, dass ich mich noch elender fühlte. Der Erfolg meiner Bemühungen war, dass die Menschen mich gern hatten. Sie betrachteten mich als ein ruhiges, gutartiges Mädchen. Ich genoss das Vertrauen der Erwachsenen und die Freundschaft von Gleichaltrigen. Ich hätte ein ideales Leben, eine vollkommene Jugendzeit haben können, wäre der Schmerz nicht gewesen. Aber er war immer da. wie mein Schatten. Wenn ich ihn auch nur für einen Augenblick vergaß, schlug er an einer neuen Stelle meines Körpers zu. Auf dem College lernte ich einen Jungen kennen und im Sommer meines ersten Jahres verlor ich meine Jungfräulichkeit. Selbst das bereitete mir, wie vorauszusehen, nichts als Schmerzen. Eine erfahrene Freundin versicherte mir, es werde aufhören, wehzutun, sobald ich mich daran gewöhnt hätte, aber es hörte nie auf. Jedes Mal, wenn ich mit ihm schlief, trieb mir der Schmerz die Tränen in die Augen. Eines Tages sagte ich meinem Freund, dass ich keinen Sex mehr haben wolle. Ich sagte zu ihm, ich liebe dich, aber ich will nie wieder diese Schmerzen ertragen müssen. Er sagte, er habe noch nie einen solchen Unsinn tut es nicht mehr weh, dann fühlt es sich sogar gut an. Alle anderen tun es, also kannst du es auch. Du gibst dir einfach nicht genug Mühe, du lässt dir alles durchgehen, du benutzt diesen angeblichen Schmerz, um dein eigentliches Problem zu verstecken, hör auf, dich selbst zu bemitleiden, das tut dir nicht gut. Als ich das hörte, nach all dem, was ich jahrelang ertragen hatte, explodierte ich. Was weißt du schon von Schmerz? schrie ich ihn an. Der Schmerz, den ich spüre, ist kein gewöhnlicher Schmerz. Ich weiß, was Schmerzen sind. Ich habe sie alle gehabt. Wenn ich sage, dass etwas weh tut, dann tut es wirklich weh. Ich versuchte ihm zu erklären, wovon ich sprach, indem ich ihm jeden einzelnen Schmerz beschrieb, den ich je verspürt hatte, aber er begriff überhaupt nichts. Es ist unmöglich, sich einen Begriff von echtem Schmerz zu machen, solange man ihn nicht selbst erlebt hat. Also war dies das Ende unserer Beziehung. Kurze Zeit später kam mein zwanzigster Geburtstag. Zwanzig lange Jahre lang hatte ich den Schmerz ertragen in der Hoffnung, dass einmal die glückliche Wende kommen würde, aber alles war umsonst gewesen. Ich hatte das Gefühl, vollkommen gescheitert zu sein. Ich wollte, ich wäre schon früher gestorben, der lange Aufschub hatte meine Qualen nur verlängert. An diesem Punkt holte Kreta Kano einmal tief Luft. Vor ihr auf dem Tisch standen die Schüssel mit den Eierschalen und ihre leere Kaffeetasse. Auf ihrem Schoß lag das Taschentuch, das sie so sorgfältig zusammengefaltet hatte. Als erinnere sie sich plötzlich an die Zeit, warf sie einen Blick auf die Uhr, die auf dem Regal stand. Es tut mir sehr leid, sagte sie mit trockener, leiser Stimme. Ich wollte nicht zu lange reden. Ich habe schon zu viel von ihrer Zeit beansprucht. Ich möchte ihnen nicht länger zur Last fallen. Ich weiß nicht, wie ich mich dafür entschuldigen kann, sie so gelangweilt zu haben. Sie griff nach dem Trageriemen ihrer weißen Lackledertasche und stand vom Sofa auf. Darauf war ich nicht gefasst gewesen. Einen Augenblick bitte, sagte ich verwirrt. Ich wollte nicht, dass sie mitten in ihrer Geschichte aufhörte. Wenn sie befürchten, mir meine Zeit zu stehlen, kann ich sie wirklich beruhigen. Ich habe den ganzen Nachmittag nichts vor, da sie mir schon so viel anvertraut haben, warum wollen sie nicht bis zum Ende erzählen? Sicher war das noch nicht alles. Natürlich nicht, sagte sie. Sie sah zu mir herab, beide Hände um den Riemen ihrer Handtasche geklammert. Was ich ihnen bislang erzählt habe, war eher nur die Einleitung. Ich bat sie einen Augenblick zu warten und ging in die Küche. Ich stellte mich vor die Spüle und atmete zweimal tief durch. Dann holte ich zwei Gläser aus dem Schrank, legte ein paar Eiswürfel hinein und füllte sie mit Orangensaft aus dem Kühlschrank auf. Die beiden Gläser stellte ich auf ein kleines Tablett und trug sie ins Wohnzimmer. Mit all dem ließ ich mir bewusst Zeit, aber als ich ins Zimmer kam, stand sie noch immer auf dem selben Fleck. Als ich allerdings die Gläser mit dem Saft auf den Tisch stellte, schien sie es sich anders zu überlegen. Sie ließ sich wieder auf dem Sofa nieder und legte die Tasche neben sich. Wollen sie wirklich, dass ich ihnen meine Geschichte bis zum Ende erzähle? fragte sie. Sind sie sicher? Absolut sicher, sagte ich. Sie trank ihren Saft zur Hälfte aus und fuhr dann mit ihrer Erzählung fort. Natürlich schaffte ich es nicht, mich zu töten. Wäre es mir gelungen, säße ich jetzt nicht hier und tränke mit ihnen Orangensaft der Okada. Sie sah mir in die Augen und ich lächelte beipflichtend zurück. Wäre ich wie geplant gestorben, hätte dies die endgültige Lösung meiner Probleme bedeutet. Mit dem Tod hätte das Bewusstsein aufgehört und ich hätte nie wieder Schmerzen leiden müssen. Was genau das war, was ich wollte. Leider wählte ich die falsche Methode, mich umzubringen. Um 9 Uhr am Abend des 29. Mai ging ich zu meinem Bruder ins Zimmer und bat ihn mir sein Auto zu leihen. Es war ein blitzblanker neuer Toyota MR2 und der Gedanke mich damit fahren zu lassen machte ihn sichtlich nicht glücklich. Aber ich kümmerte mich nicht darum. Er konnte es mir nicht abschlagen, denn ich hatte ihm Geld geliehen, damit er es sich kaufen konnte. Ich nahm die Wagenschlüssel und fuhr eine halbe Stunde durch die Gegend. Das Auto hatte erst knapp 1500 Kilometer auf dem Tacho. Man brauchte das Gaspedal nur leicht anzutippen und es schoss wie eine Rakete los. Es war das ideale Auto für meine Zwecke. Ich fuhr zum Stadtrand bis hinaus zum Fluss und dort fand ich eine massive Steinmauer von der Art, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Es war die Gartenmauer eines großen Komplexes von Eigentumswohnungen und sie stand am Ende einer Sackgasse. Ich sorgte dafür, dass ich eine ausreichend lange Beschleunigungsstrecke haben würde und dann trat ich das Gaspedal bis zum Anschlag durch. Ich muss eine Geschwindigkeit von gut 150 Stundenkilometern gehabt haben, als ich gegen die Mauer krachte und das Bewusstsein verlor. Unglücklicherweise erwies sich die Mauer jedoch als weit weniger stabil, als sie ausgesehen hatte. Um Geld zu sparen, hatte man sie nicht richtig verankert. Die Mauer stürzte einfach ein und drückte die Schnauze des Wagens flach. Mehr passierte nicht. Weil sie so weich war, fing die Mauer die ganze Wucht des Aufpralls ab, und als ob das noch nicht schlimm genug gewesen wäre, hatte ich in meiner Verwirrung vergessen, den Sicherheitsgurt zu lösen. Und einmal ernstlich verletzt. Das Seltsamste aber war, dass ich fast keine Schmerzen verspürte. Es war geradezu unheimlich. Man brachte mich ins Krankenhaus und versorgte die eine Rippe, die ich mir gebrochen hatte. Die Polizei kam und stellte Fragen, aber ich sagte, ich könne mich an gar nichts erinnern. Ich sagte, ich müsse wohl Bremse und Gaspedal miteinander verwechselt haben, und aus, und wer würde schon versuchen, sich mit angelegtem Sicherheitsgurt tot zu fahren. Als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, stand ich vor mehreren schwierigen Problemen. Zunächst einmal mußte ich die ausstehenden Raten für den MR2 abbezahlen, den ich zu Schrott gefahren hatte. Wegen irgendeines Versehens war das Auto nicht Kasko versichert gewesen. Jetzt, wo es zu spät war, begriff ich, dass ich besser einen ordnungsgemäß versicherten Leihwagen hätte nehmen sollen, aber in dem Moment waren Versicherungen natürlich das letzte gewesen, woran ich dachte. Es war mir nicht in den Sinn gekommen, dass das Auto meines Bruders nicht ausreichend versichert sein könnte, oder dass es mir nicht gelingen würde, mich umzubringen. Ich war mit 150 Stunden Kilometern gegen eine Steinmauer gerast. Dass ich von der Eigentümergemeinschaft der Wohnanlage eine Rechnung für die Reparatur der Mauer. Sie verlangten von mir 1.364.294 Yen, zahlbar sofort, bar auf den Tisch. Mir blieb nichts anderes übrig, als mir das Geld von meinem Vater zu leihen. Er war bereit, mir ein Darlehen in der erforderlichen Höhe zu geben, betonte aber, ich müsse es ihm wirklich zurückzahlen. Mein Vater schuldet und er erwarte von mir, dass ich das Darlehen in voller Höhe und zum vereinbarten Termin zurückzahle. Tatsächlich hatte er damals sehr wenig Geld übrig. Er plante, seine Klinik auszubauen und hatte Probleme damit, die nötigen Mittel zusammenzubringen. Ich dachte erneut daran, mich umzubringen. Diesmal würde ich es richtig anfangen. Ich würde vom 15. Stock des Verwaltungsgebäudes der Universität springen. So konnte ich nichts falsch machen. Ich würde ganz bestimmt sterben. Ich bereitete die Sache sorgfältig vor. Ich suchte das Fenster aus, das ich am besten ereignete. Ich war bereit zu springen. Aber dann hielt mich etwas zurück. Irgend etwas stimmte nicht, ließ mir noch einige Zeit, bis ich begriff, was dieses etwas war. Ich hatte keinerlei Schmerzen. Seit dem Unfall hatte ich so gut wie keine Schmerzen mehr gehabt. Da ständig etwas Neues auf mich zugekommen war, hatte ich keine ruhige Minute gehabt und nicht darauf geachtet, aber der Schmerz war aus meinem Körper verschwunden. Mein Stuhlgang war normal, meine Menstruationskrämpfe waren weg, keine Kopf- oder Magenschmerzen mehr, selbst die gebrochene Rippe tat so gut wie gar nicht weh. Ich hatte keine Ahnung, wie das passiert sein konnte, aber auf einmal war ich frei von Schmerzen. Ich beschloss erst einmal weiterzuleben, wenn auch nur für kurze Zeit, wollte ich doch sehen, was es bedeutete, ein Leben ohne Schmerzen zu führen. Sterben konnte ich schließlich, wann immer ich wollte. Aber weiterzuleben bedeutete für mich, meine Schulden zurückzuzahlen. Alles in allem beliefen sie sich auf über drei Millionen Yen. Um sie zurückzahlen zu können, wurde ich Prostituierte. Prostituierte? Genau, sagte Greta Kano, als sei überhaupt nichts dabei. Ich brauchte kurzfristig Geld. Ich wollte meine Schulden so schnell wie möglich zurückzahlen und das war die einzige Möglichkeit, die ich sah, das Geld zusammen zu bringen. Ich brauchte keinen Augenblick darüber nachzudenken. Ich hatte ernsthaft vorgehabt zu sterben und hatte weiterhin vor, früher oder später zu sterben. Meine Neugier auf ein schmerzfreies Dasein hielt mich im Augenblick am Leben, aber es war ganz fraglos ein Leben auf Abruf. Und gemessen am Tod bedeutete es nichts für mich, meinen Körper zu verkaufen. Ich verstehe, was Sie meinen, sagte ich. Das Eis in ihrem Orangensaft war geschmolzen und Kreta Cano rührte mit ihrem Strohhalm ein paar Mal um, bevor sie ein Schlückchen nahm. Darf ich Sie vielleicht etwas fragen? sagte ich. Aber selbstverständlich. Bitte. Haben Sie in dieser Angelegenheit Ihre Schwester nicht um Rat gebeten? Zu der Zeit ging sie auf Malta ihren asketischen Übungen nach und weigerte sich, mir ihre Adresse zu schicken. Sie wollte nicht, dass ich sie in ihrer Konzentration störte. Während der ganzen drei Jahre, die sie auf Malta verbrachte, war es mir praktisch unmöglich, ihr zu schreiben. Ich verstehe, sagte ich. Hätten Sie gern noch eine Tasse Ich ging in die Küche und wärmte den Kaffee auf. Während ich wartete, starrte ich auf die Abzugshaube und holte mehrmals tief Luft. Als der Kaffee fertig war, goss ich ihnen in zwei saubere Tassen und trug diese zusammen mit einem Teller Schokoladen Plätzchen auf einem Tablett ins Wohnzimmer. Eine Zeit lang aßen und tranken wir schweigend. Wie lang ist es her, dass sie versucht haben, sich das Leben zu nehmen? fragte ich. Ich war damals 20, das war also vor sechs Jahren, im Mai 1978. Mai 1978 war der Monat, in dem Kumiko und ich geheiratet hatten. Genau in dem Monat also, in dem wir geheiratet hatten, hatte Kreta Kano versucht, sich umzubringen und Malta Kano war auf Malta ihren asketischen Übungen nachgegangen. Ich fuhr in ein Viertel, in dem es viele Bars gab, sprach den ersten Mann an, der danach aussah, handelte einen Preis aus, ging mit ihm in ein Hotel und schlief mit ihm, sagte Kreta Kano. Sex verursachte mir keinerlei körperliche Schmerzen mehr und keinerlei Vergnügen. Es war einfach nur eine körperliche Betätigung. Ebenso wenig bereitete es mir Schuldgefühle für Geld, Sex zu haben. Ich war wie betäubt, in abgrundtiefe Gefühllosigkeit getaucht. Ich verdiente auf diese Weise sehr gut, allein im ersten Monat fast eine Million Yen. Wenn es so weiter ging, konnte ich binnen drei, vier Monaten meine ganzen Schulden abbezahlen. Ich kam von der Universität zurück, ging abends aus und spätestens um zehn war ich natürlich hätten sie sich gewundert, wenn ich eine so hohe Summe auf einmal zurückgezahlt hätte, also beschloss ich meinem Vater monatlich hunderttausend Yen zu geben und den Rest beiseite zu legen. Eines Abends aber, als ich gerade am Bahnhof Freier ansprach, packten mich zwei Männer von hinten. Ich dachte zuerst, es seien Polizisten, aber dann begriff ich, dass es Gangster waren. Sie zerrten mich in eine Seitengasse, zeigten mir eine Art Dolch und brachten mich zu ihrem Hauptquartier. Sie stießen mich in ein Hinterzimmer, rissen mir die Kleider vom Leib, hängten mich bei den Handgelenken auf und vergewaltigten mich dann einer nach dem anderen, immer und immer wieder vor laufender Videokamera. Ich hielt die Augen die ganze Zeit geschlossen und versuchte an Hinterher zeigten sie mir das Video und sagten, wenn ich nicht wollte, dass jemand das zu sehen bekäme, sollte ich mich ihrer Organisation anschließen und für sie arbeiten. Sie holten meinen Studentenausweis aus meiner Handtasche. Wenn ich mich weigerte, zu tun, was sie verlangten, sagten sie, würden sie meinen Eltern eine Kopie der Kassette schicken und ihnen noch den letzten Yen abpressen. Ich hatte keine andere Wahl. Ich sagte ihnen, dass ich tun würde, was sie von mir wollten, dass es mir gleichgültig sei. Und es war mir wirklich gleichgültig. Damals war mir alles gleichgültig. Sie wiesen mich darauf hin, dass meine Einkünfte zurückgehen würden, wenn ich mich ihrer Organisation anschlüsse, weil sie sie 70 Prozent nahmen, aber dafür würde ich mir nicht mehr die Mühe zu machen brauchen, Freier zu suchen, und von der Polizei würde ich auch nichts mehr zu befürchten haben. Sie würden mir erstklassige Freier vermitteln. Wenn ich dagegen nicht aufhörte, wahllos Männer anzusprechen, würde man mich früher oder später in irgendeinem Hotelzimmer erdrosselt auffinden. Von da an brauchte ich nicht mehr an Straßenecken zu stehen. Ich brauchte nur abends in ihre Sie vermittelten mir gute Freier, genau wie sie es versprochen hatten. Ich weiß nicht warum, aber ich wurde wie etwas Besonderes behandelt. Vielleicht lag es daran, dass ich so unschuldig aussah. Ich hatte ein kultiviertes Auftreten, das den anderen Mädchen fehlte. Wahrscheinlich gab es eine Menge Freier, die diesen nicht so professionellen Typ bevorzugten. Die anderen Mädchen hatten drei und mehr Freier am Tag, aber ich konnte mein Soll schon mit einem einzigen oder wenn es hochkam mit zwei erfüllen. Die anderen Mädchen trugen Biber bei sich und wurden von der Zentrale ganz kurzfristig in irgendwelche Absteigen geschickt, wo sie mit zwielichtigen Männern schlafen mussten. Ich dagegen hatte immer richtige Verabredungen in richtigen erstklassigen Hotels, manchmal sogar in Privatwohnungen. Meine Freier waren in der Regel ältere Männer, selten jüngere. Die Zentrale bezahlte mich einmal die Woche. Es war nicht so viel, wie ich als Selbstständige verdient hatte, aber einschließlich der Trinkgelder, die ich von den Freiern erhielt, kam immer eine recht ordentliche Summe zusammen. Manche Freier verlangten natürlich ziemlich abwegige Sachen von mir, aber mich störte das nicht. Je abwegiger der Wunsch, desto höher das Trinkgeld. Ein paar Männer fingen an, regelmäßig nach mir zu verlangen. Solche Stammkunden waren meist recht großzügig. Ich legte mein Geld auf verschiedenen Konten an, aber Geld bedeutete mir mittlerweile nichts mehr, eine Zahl auf einem Stück Papier weiter nichts. Jetzt lebte ich nur noch für eines, mir selbst zu beweisen, dass ich nichts empfand. Ich wachte morgens auf und vergewisserte mich, dass mein Körper nichts signalisierte, was die Bezeichnung Schmerz verdient hätte. Ich öffnete die Augen, sammelte langsam meine Gedanken und überprüfte dann systematisch von Kopf bis Fuß jede Empfindung, die ich in meinem Körper vorfand. Ich spürte nicht den geringsten Schmerz. Bedeutete dies, dass ich keine Schmerzen hatte, oder aber, dass ich zwar welche hatte, sie aber nicht spürte. Ich konnte dazwischen nicht unterscheiden. Jedenfalls tat es nicht weh. Ja, genau genommen hatte ich überhaupt keine Empfindungen. Nach dieser Prozedur stand ich auf, ging ins Badezimmer und putzte mir die Zähne. Dann zog ich den Pyjama aus und nahm eine heiße Dusche. Mein Körper war von einer erschreckenden Leichtigkeit, so leicht und luftig, dass er sich gar nicht wie mein Körper anfühlte. Ich fühlte mich so, als habe sich mein Geist in einem fremden Körper niedergelassen. Ich betrachtete ihn im Spiegel, aber zwischen mir und dem Körper, den ich da sah, spürte ich eine entsetzlich weite Distanz. Ein Leben ohne Schmerzen. Genau davon hatte ich jahrelang geträumt, aber jetzt, wo ich ein solches Leben hatte, gelang es mir nicht, einen Platz für mich darin zu finden. Eine Kluft trennte mich von ihm, und das verwirrte mich zutiefst. Ich hatte das Gefühl, nicht in der Welt verankert zu sein, in dieser Welt, die ich bis dahin so inbrünstig gehasst hatte, die ich nicht müde geworden war, der Grausamkeit und Ungerechtigkeit zu zeigen, dieser Welt, in der ich jedoch wenigstens gewußt hatte, wer ich war. Nun hatte die Welt aufgehört, die Welt zu sein, und ich hatte aufgehört, ich zu sein. Ich weinte viel. Jeden Nachmittag ging ich in einen Park, in den Kaiserlichen Garten von Shinjuku oder den Yoyogi Park, setzte mich ins Gras und weinte. Manchmal weinte ich, laut schluchzend, ein, zwei Stunden lang. Die Passanten starrten mich an, aber das kümmerte mich nicht. Ich wünschte mir, ich wäre in jener Nacht des 29. Mai wirklich gestorben, hätte meinem Leben ein Ende gemacht. Wie viel besser wäre ich dann dran gewesen. Nun konnte ich nicht einmal mehr sterben. In meiner Betäubung fand ich einfach nicht die Kraft, mich umzubringen. Ich spürte nichts, keinen Schmerz, keine Freude. Jede Empfindung war aus mir verschwunden, und ich war nicht einmal mehr ich. Kreta Kano atmete tief ein und hielt die Luft an. Dann hob sie ihre Kaffeetasse, starrte eine Weile hinein, schüttelte leicht den Kopf und stellte die Tasse auf ihre Untertasse zurück. Etwa um diese Zeit lernte ich Noboru Wataya kennen. Noboru Wataya als Kunden? Kreta Kano nickte schweigend. Aber setzte ich an, unterbrach mich dann und überlegte, wie ich mich ausdrücken sollte. Ich verstehe nicht ganz. Ihre Schwester erzählte mir neulich, Noboru Wataya habe sie vergewaltigt. War das etwas anderes als das, wovon sie jetzt sprechen? Kreta Kano nahm das Taschentuch von ihrem Schoß und betupfte sich noch einmal den Mund. Dann sah sie mich an. Etwas in ihren Augen berührte mein Herz auf eine Weise, die mich zutiefst beunruhigte. Es tut mir leid, Ihnen Umstände zu bereiten, sagte sie, aber könnte ich vielleicht noch eine Tasse Kaffee haben? Selbstverständlich, sagte ich. Ich stellte ihre Tasse auf das Tablett und trug sie in die Küche. Während ich darauf wartete, dass der Kaffee kochte, lehnte ich mich mit den Händen in den Taschen gegen die Spüle. Als ich mit dem Kaffee ins Wohnzimmer zurückkam, saß Kreta Kano nicht mehr auf dem Sofa. Ihre Tasche, ihr Taschentuch, jede sichtbare Spur von ihr war verschwunden. Irre. Abzugskanäle und eine völlig unzureichende Stromversorgung. May Kasaharas Untersuchung über die Natur von Haarteilen. Am nächsten Morgen ging ich, sobald Kumiko aus dem Haus war, auf ein paar Bahnen ins Schwimmbad. Vormittags war es dort am besten, wenn man Gedränge vermeiden wollte. Wieder zu Hause kochte ich mir einen Kaffee und setzte mich damit an den Küchentisch. Ich ließ mir Kreta Kanos seltsame unvollendete Geschichte durch den Kopf gehen und versuchte mir jedes Ereignis ihres Lebens in der richtigen zeitlichen Abfolge ins Gedächtnis zurückzurufen. Je mehr mir wieder einfiel, desto seltsamer erschien mir die ganze Geschichte, aber bald beruhigten sich meine kreisenden Gedanken und ich begann einzunicken. Ich ging ins Wohnzimmer, legte mich aufs Sofa und machte die Augen zu. Im nächsten Moment war ich eingeschlafen und träumte. Ich träumte von Kreta Kano. Bevor sie auftauchte, träumte ich allerdings von Malta Kano. Sie trug einen Tiroler Hut mit einer großen grellfarbigen Feder. Es herrschte ein starkes Gedränge. Ich befand mich in einem großen Saal, Sie saß allein an der Bar. Sie hatte ein großes Glas mit einem tropisch bunten Cocktail vor sich stehen, aber ich konnte nicht erkennen, ob sie wirklich davon trank. Ich trug meinen Anzug und den gepunkteten Schlips. Sobald ich Malta Kano entdeckt hatte, versuchte ich, in ihre Richtung zu gehen, aber die Menschenmenge war mir ständig im Weg. Als ich die Bar endlich erreichte, war Malta Kano verschwunden. Der tropische Cocktail stand auf dem Tresen vor ihrem mittlerweile leeren Barhocker. Ich setzte mich daneben an die Bar und bestellte einen Scotch on the Rocks. Der Barkeeper fragte mich, was für einen Scotch ich haben wollte, und ich sagte Cutty Sark. Es war mir eigentlich völlig gleichgültig, welche Marke er mir einschenkte, aber Cutty Sark aber so behutsam, als ob der oder die Betreffende etwas berührte, was jeden Augenblick auseinander brechen könnte. Ich drehte mich um. Vor mir stand ein Mann ohne Gesicht. Ob er wirklich kein Gesicht hatte, konnte ich nicht erkennen, aber die Stelle, an der sich sein Gesicht hätte befinden müssen, war in tiefen Schatten gehüllt, und was sich dahinter verbarg, konnte ich dann, aber bevor ich den Mund aufmachen konnte, sagte er zu mir, folgen Sie mir bitte, wir haben sehr wenig Zeit, schnell. Die Hand noch immer an meinem Arm führte er mich mit raschen Schritten durch die Menge und hinaus auf einen Korridor. Widerstandslos folgte ich Nachdem wir eine Zeit lang den Korridor entlang gegangen waren, blieb der Gesichtslose vor einer Tür stehen. Auf dem Tür Schild stand die Zahl 208. Es ist nicht abgeschlossen. Aufmachen sollten Sie. Ich gehorchte und öffnete die Tür. Dahinter befand sich ein großes Zimmer. Es schien zu einer Suite in einem altmodischen Hotel zu gehören. Es war ein hoher Raum und von der Decke hing ein altmodischer Kronleuchter herab. Der Kronleuchter war nicht eingeschaltet. Die einzige Lichtquelle war eine kleine Wandlampe, die eine trübe Helligkeit verbreitete. Die Vorhänge waren dicht zugezogen. Wenn's Whisky ist, wonach Ihnen der Sinn steht, Herr Okada, sagte der Gesichtslose, haben wir davon mehr als genug. Cutty Sark, nicht deutete auf eine Hausbar, die neben der Tür stand, dann zog er lautlos die Tür zu und ließ mich allein. Ich blieb lange in der Mitte des Zimmers stehen und fragte mich, was ich tun sollte. An der Wand hing ein großes Ölgemälde, es stellte einen Fluss dar. Ich betrachtete es eine Zeit lange der Hoffnung, mich zu beruhigen. Der Mond stand hoch über Es waren nur verschwommene Umrisse, die ineinander verliefen. Bald verspürte ich ein starkes Verlangen nach Whisky. Ich dachte, ich würde die Hausbar öffnen und mir einen Drink genehmigen, wie der Gesichtslose vorgeschlagen hatte, aber das Schränkchen ließ sich nicht öffnen. Was ich für Türen gehalten hatte, waren in Wirklichkeit geschickt gemachte Imitationen. Ich versuchte, an den verschiedenen hervorstehenden Es ist nicht leicht zu öffnen, Herr Okada, sagte Kreta Kano. Ich erkannte, dass sie dastand, und zwar in ihrem sechziger Jahre Outfit. Es muss noch etwas Zeit vergehen, bevor es sich öffnet. Heute wird es mit Sicherheit nichts mehr. Sie können sich die Mühe sparen. Dann streifte sie ohne Vorwarnung oder Erklärung ihre Kleider ab, so mühelos, wie eine Erbsenschote öffnet und stand nackt vor mir. Wir haben sehr wenig Zeit, Herr Okada, bringen wir das so schnell wie möglich hinter uns. Es tut mir leid wegen der Hetze, aber ich Er Ihr Mund war viel größer als ich mir vorgestellt hatte. Kaum war ich drin, irrigierte ich. Als sie ihre Zunge bewegte, zitterten die aufgerollten Enden ihres Haars wie in einer sanften Brise und streichelten meine Oberschenkel. Das einzige, was ich von ihr sah, waren ihr Haar und ihre falschen Wimpern. Ich setzte mich aufs Bett und sie kniete sich hin und vergrub das Gesicht in meinem Schoß. Hören Sie auf, sagte ich, Noboru Wataya kann jeden Augenblick hier sein. Ich will ihm hier nicht begegnen. Greta Kano nahm den Mund von meinem Penis und sagte, keine Sorge, hierfür zumindest haben wir reichlich Zeit. Sie ließ die Spitze ihrer Zunge über meinen Penis gleiten. Ich wollte nicht kommen, aber ich konnte es nicht zurückhalten. Es war ein Gefühl, als würde es aus mir heraus gesogen. Ihre Lippen und ihre Zunge hafteten an mir wie schlüpfrige Lebewesen. Ich kam. Ich schlug die Augen auf. Irre. Ich ging ins Badezimmer und wusch meine beschmutzte Unterhose. Dann ging ich unter die Dusche und seifte mich sorgfältig ein, um das klebrige Gefühl des Traums loszu werden. einen letzten feuchten Traum gehabt hatte. Ich versuchte mich genau zu erinnern, aber es war einfach zu lange her. Ich stieg aus der Dusche und war noch dabei, mich abzutrocknen, als das Telefon klingelte. Es war Kumiko. Mit ihr zu reden, nachdem ich gerade einen feuchten Traum von einer anderen Frau gehabt hatte, machte mich etwas befangen. Du hast eine komische Stimme, sagte sie. Was ist los? Ihr Gespür für derlei Dinge war beängstigend. Nichts, sagte ich. Ich habe gedöst, du hast mich aufgeweckt. Ach, wirklich? sagte sie. Ich spürte förmlich, wie ihr Argwohn durch die Hörmuschel drang, und das machte mich natürlich erst recht verspannt. Egal, tut mir leid, aber heute wird es ein bisschen spät, sagte Kumiko. Könnte neun werden, ich esse also in der Stadt. Ist schon okay, sagte ich. Ich finde schon was für mich, mach dir keine Sorgen. Es tut mir wirklich leid, sagte sie. Es klang wie etwas nachträglich Überlegtes. Eine kurze Stille entstand und dann legte sie auf. Ich sah den Hörer ein paar Sekunden lang an. Dann ging ich in die Küche und schälte mehr einen Apfel. In den sechs Jahren, die ich mit Kumiko verheiratet war, hatte ich noch nie mit einer anderen Frau geschlafen. Was nicht heißen soll, dass ich nie Lust auf eine andere Frau verspürt oder sich nie eine Gelegenheit geboten hätte, sondern lediglich, dass ich solche Gelegenheiten nie genutzt hatte. Warum kann ich nicht genau erklären, aber es hat wahrscheinlich damit zu tun, wie man seine Prioritäten im Leben setzt. Einmal verbrachte ich tatsächlich die Nacht mit einer anderen Frau. Ich mochte sie und ich wusste, dass sie mit mir geschlafen hätte. Aber am Ende habe ich es dann doch nicht getan. Wir arbeiteten seit mehreren Jahren in der Anwaltskanzlei zusammen. Sie war wahrscheinlich zwei, drei Jahre jünger als ich. Ihre Aufgabe war Anrufe entgegenzunehmen und die Terminkalender aller Mitarbeiter zu koordinieren und sie machte ihre Sache gut. Sie war schnell und sie hatte ein hervorragendes Gedächtnis. Man konnte ihr jede beliebige Frage stellen und sie wusste prompt die Antwort, wer gerade wo und woran arbeitete, welche Akten in welchem Schrank waren, solche Dinge. Sie kümmerte sich um sämtliche Termine, jeder mochte sie und verließ Sie war nicht direkt das, was man eine Schönheit nennen würde, aber sie gefiel mir. Als der Augenblick kam, wo sie wegen ihrer bevorstehenden Heirat kündigte, ihr zukünftiger Mann war nach Kyushu versetzt worden und so würde sie weg ziehen müssen, luden sie mehrere Kollegen und ich auf einen letzten gemeinsamen Drink ein. Hinterher mussten wir beide denselben Zug nach Haus nehmen und da es spät war, begleitete ich sie bis zu ihrer Wohnung. Als wir vor der Tür standen, bat sie mich noch auf eine Tasse Kaffee herein. Ich machte mir zwar Sorgen, dass ich den letzten Zug verpassen könnte, aber ich wusste, dass wir uns wahrscheinlich nie wiedersehen würden und außerdem würde ich vom Kaffee wieder einen klaren Kopf bekommen, was mir nur recht war. Also einer kleinen Einbaustereoanlage. Den Kühlschrank hatte sie von einer Freundin geschenkt bekommen. Sie zog sich im Nebenzimmer etwas Bequemeres an und kochte in der Küche Kaffee. Wir setzten uns auf den Fußboden und unterhielten uns. Dann, als uns der Gesprächsstoff ausgegangen war, fragte sie mich, als sei es ihr plötzlich eingefallen, können Sie eine Sache, eine konkrete Sache nennen, vor der Sie Angst ich nach kurzem Überlegen. Ich fürchtete mich vor allen möglichen Dingen, aber eine spezielle große Angst hatte ich nicht. Wie steht's mit Ihnen? Ich habe Angst vor Abzugskanälen, sagte sie und schlang die Arme um ihre Knie. Sie wissen doch, was ein Abzugskanal ist, oder? So eine Art Wassergraben, nicht? Ich hatte keine ganz klare Vorstellung davon. Ja, aber unterirdisch, eine unterirdische Wasserstraße, ein Abflussgraben mit einem Deckel drauf, ein stockdunkler Fluss. Ich verstehe, sagte ich, ein Abzugskanal. Ich bin auf dem Land geboren und aufgewachsen, in Fukushima. Ein Flüsschen ging direkt an unserem Haus vorbei, nicht viel mehr als ein Bach, einfach der Abflussgraben der Felder. An einem Punkt versank er im Boden und mündete in einen Abzugskanal. Ich oder drei. Die anderen legten mich in ein kleines Boot und schoben es in den Bach. Das war wahrscheinlich etwas, was sie andauernd taten, aber an dem Tag hatte es geregnet und der Bach führte viel Wasser. Das Boot riß sich los und trug mich geradewegs auf die Öffnung des Abzugskanals zu. Ich wäre glatt hineingesogen worden, wenn nicht zufällig gerade ein Bauer vorbeigekommen wäre. Bestimmt hätte man mich nie wieder gefunden. Sie strich sich mit dem linken Zeigefinger über den Mund, als wollte sie sich vergewissern, dass sie noch immer am Leben war. Ich sehe noch immer alles deutlich vor mir. Ich liege auf dem Rücken und werde vom Wasser mitgerissen. Die Seiten des Grabens ragen wie Steinmauern links und rechts in die Höhe und über mir ist der blaue Himmel. Ein grelles, klares Blau. Ich werde von der Strömung des Flusses mitgerissen. Es rauscht und rauscht, immer schneller und schneller, aber ich begreife nicht, was es bedeutet. Und dann urplötzlich da weiß ich es, dass Dunkelheit auf mich zukommt. Echte Dunkelheit. Bald ist sie da und versucht mich zu verschlucken. Ich spüre, wie ein kalter Schatten beginnt sich um mich zu legen. Das ist meine früheste Erinnerung. Sie trank einen Schluck Kaffee. Ich fürchte mich zu Tode, sagte sie. Ich habe eine solche Angst, dass es fast unerträglich ist. Ich fühle mich wie damals, als würde ich fortgerissen, auf dieses Etwas zu und ich kann nicht weg. Sie holte eine Zigarette aus ihrer Handtasche, steckte sie sich Seufzer aus. Es war das erste Mal, dass ich sie rauchen sah. Reden sie von ihrer Heirat? fragte ich. Genau, sagte sie, von meiner Heirat. Gibt es irgendein besonderes Problem? fragte ich. Etwas Bestimmtes? Sie schüttelte den Kopf. Ich glaube nicht, sagte sie. Nein, eigentlich nicht. Nur viele Kleinigkeiten. Ich wusste nicht, was ich hätte sagen sollen, aber die Situation verlangte, dass ich irgendetwas sagte. Jeder, der kurz vor der Heirat steht, hat wohl dieses Gefühl mehr oder weniger stark. Oh Gott, was mache ich da nur für eine Riesendummheit? Sie wären wahrscheinlich nicht normal, wenn sie sich nicht so fühlen würden. Es ist schon eine schwerwiegende Entscheidung, sich jemanden auszusuchen, mit dem man den Rest seines Lebens verbringen wird. Es ist sagt sich leicht. Jeder hat dieses Gefühl. Es geht jedem so, sagte sie. Es war elf geworden, schon vor längerer Zeit. Ich musste dieses Gespräch irgendwie zu einem erfolgreichen Abschluss bringen und verschwinden. Aber bevor ich etwas sagen konnte, bat sie mich plötzlich, sie festzuhalten. Warum? fragte ich überrumpelt. Um meine Batterien wieder aufzuladen. Ihre Batterien wieder aufzuladen? Meinem Körper ist der Strom ausgegangen. Ich kann schon seit Tagen nicht mehr schlafen. Kaum bin ich eingenickt, wache ich wieder auf und kann dann nicht wieder einschlafen. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Wenn ich in einen solchen Zustand gerate, muss jemand meine Batterien wieder aufladen. Sonst breche ich zusammen. Ich übertreibe nicht. Ich sah ihr artwöhnisch in die Augen und fragte mich, ob sie noch immer betrunken war. Aber es waren wieder ihre normalen, kühlen, klugen Augen. Sie war nicht im Mindesten betrunken. Aber sie heiraten doch nächste Woche. Sie können sich von ihm so lange festhalten lassen, wie sie möchten, jede Nacht. Dazu ist doch die Ehe da. Da wird ihnen nie wieder der Strom ausgehen. Das Problem ist jetzt, sagte sie. Nicht morgen, nicht nächste Woche, nicht nächsten Monat. Ich hab jetzt keine Energie gepresst, starrte sie auf ihre Füße hinunter. Sie standen vollkommen parallel nebeneinander, klein und weiß und mit zehn hübschen Zehennägeln. Sie brauchte offenbar wirklich, ernstlich jemanden, der sie festhielt, also nahm ich sie in die Arme. Es war eine sehr merkwürdige Situation. Für mich war sie lediglich eine fähige, angenehme Kollegin. Wir arbeiteten im selben Büro, erzählten uns Witze und waren ab und an zusammen etwas trinken gegangen. Aber hier, fern der Arbeitswelt, in ihrer Wohnung, so aneinander gelehnt, waren wir nichts anderes als zwei warme Klumpen Fleisch. Im Bürotheater hatten wir die uns aufgetragenen Rollen gespielt, aber jetzt, wo wir von der Bühne abgetreten waren und unsere zeitweiligen Persönlichkeiten zurückgelassen hatten, waren wir nur noch zwei unsichere, hilflose Klumpen Fleisch, warme Fleischstücke, jedes ausgestattet mit Verdauungsapparat und Herz und Gehirn und Geschlechtsorganen. Ich hatte meine Arme um ihren Rücken geschlungen und sie hatte ihre Brüste fest gegen meinen Brustkorb gepresst. Sie waren größer und weicher, als ich sie mir vorgestellt hatte. Ich saß auf dem Fußboden mit dem Rücken an der Wand und sie hing zusammengesackt an mir. Wir blieben lange in dieser Haltung, dieser wortlosen Umarmung. Es ist gut so, fragte ich mit einer Stimme, die nicht wie meine klang. Es war, als spräche jemand anders für mich. Sie sagte nichts, aber ich spürte, wie sie nickte. Sie trug ein Sweatshirt und einen dünnen Rock, der ihr bis zu den Knien reichte, aber schon bald wurde mir klar, dass sie darunter nichts an hatte. Das verschaffte mir fast automatisch eine Erektion und sie schien das zu merken. Ich konnte ihren warmen Atem an meinem Hals spüren. Ich schlief dann doch nicht mit ihr, aber ihre Batterien musste ich noch eine ganze Weile weiter aufladen bis zwei Uhr früh. Sie flehte mich an, bei ihr zu bleiben, bis sie eingeschlafen wäre. Ich brachte sie ins Bett und deckte sie schön zu, aber sie blieb noch lange wach. Sie hatte ihren Pyjama angezogen und ich hielt sie weiter in den Armen und lud sie auf. Ich spürte, wie ihre Wangen heiß wurden und ihr Herz hämmerte. Ich war mir nicht sicher, ob ich das richtige tat, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich sonst mit der Situation hätte umgehen sollen. Das Einfachste wäre gewesen, mit ihr zu schlafen, aber ich schaffte es irgendwie diese Möglichkeit aus meinem Bewusstsein zu verscheuchen. Mein Instinkt riet mir davon ab, es zu tun. Bitte denken Sie deswegen nicht schlecht von mir, sagte sie. Meine Stromspannung ist einfach völlig runter, ich kann nichts dafür. Keine Angst, sagte ich, das verstehe ich. Ich wusste, ich sollte zu Hause anrufen, aber was konnte ich Kumiko schon sagen? Ich wollte nicht lügen, aber ich wusste, dass ich hier unmöglich würde erklären können, was hier vor sich ging, und nach einer Weile schien es sowieso keine Rolle mehr zu spielen. Was passieren sollte, würde passieren. Um zwei verließ ich ihre Wohnung und bis ich zu Hause ankam, war es drei. Es war schwierig gewesen, ein Taxi aufzutreiben. Kumiko schäumte natürlich vor Wut. Sie saß am Küchentisch hellwach und wartete auf mich. Ich sagte, ich sei mit den Jungs aus dem Büro ausgewesen, wir hätten getrunken und Mahjong gespielt. Wäre es so schwierig gewesen, einmal kurz anzurufen, fragte sie. Ich hätte einfach nicht dran gedacht, sagte ich. Sie nahm mir das nicht ab und die Lüge kam fast sofort ans Licht. Ich hatte seit Jahren kein Mahjong mehr gespielt und außerdem war ich fürs Lügen sowieso nicht geschaffen. Es endete also damit, dass ich die Wahrheit gestand. Ich erzählte ihr die ganze Geschichte von Anfang bis Ende, natürlich ohne die Passage mit der Erektion und beteuerte, dass ich mit der Frau überhaupt nichts gemacht hatte. Drei Tage lang sprach Kumiko kein Wort mit mir. Buchstäblich nicht ein einziges Wort. Sie schlief im anderen Zimmer und sie aß allein. Das war die größte Krise, die es in unserer Ehe bis dahin gegeben hatte. Kumiko war ernstlich wütend auf mich und ich konnte sie absolut verstehen. Nach dreitägigem Schweigen fragte sie mich, Das waren die allerersten Worte, die sie wieder an mich richtete. Wenn ich sonntags früh um drei nach Haus gekommen wäre, ohne vorher auch nur anzurufen. Ich bin die ganze Zeit mit einem Mann im Bett gewesen, aber keine Angst, ich habe nichts getan, bitte glaub mir, ich habe nur seine Batterien wieder aufgeladen, okay, toll, lass uns frühstücken und dann schlafen gehen. Willst etwa behaupten, dass du nicht wütend wärst, dass du mir einfach glauben würdest? Ich blieb stumm. Und was du getan hast, war sogar noch schlimmer, fuhr Kumiko fort. Du hast mich angelogen. Du hast behauptet, du hättest getrunken und Mahjong gespielt, eine absolute Lüge. Wie kannst du davon mir erwarten, dass ich dir glaube, dass du nicht mit ihr geschlafen hast. Es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe, sagte ich. Das hätte ich nie tun dürfen. Aber ich habe nur deswegen gelogen, weil die Wahrheit so schwer zu erklären war. Ich möchte, dass du mir glaubst, ich habe wirklich überhaupt nichts Unrechtes getan. Kumiko legte den Kopf auf den Tisch. Ich hatte das Gefühl, dass sich die dicke Luft allmählich aus dem Zimmer verzog. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, sagte ich. Ich kann nichts anderes tun, als dich zu bitten, mir zu glauben. In Ordnung. Wenn du willst, dass ich dir glaube, dann glaube ich dir, sagte sie. Aber ich will, dass du dir Folgendes merkst. Eines Tages werde ich wahrscheinlich das gleiche tun. Und wenn es soweit ist, will ich, dass du mir glaubst. das ist mein gutes Recht. Kumiko hatte von diesem Recht nie Gebrauch gemacht. Von Zeit zu Zeit versuchte ich mir vorzustellen, wie ich mich fühlen würde, wenn sie tatsächlich davon Gebrauch machte. Ich würde ihr wahrscheinlich glauben, aber meine Reaktion würde mit Sicherheit genauso komplex und so schwer zu verarbeiten sein, wie es ihre gewesen war. Allein die Vorstellung, dass sie so etwas ganz bewusst und vorsätzlich getan hatte. Und wozu? Und ganz genau das gleiche musste schließlich damals in ihr vorgegangen sein. »Mr. Aufziehvogel«, ertönte eine Stimme aus dem Garten. Es war May Kasahara. Noch an meinen feuchten Haaren rubbelnd ging ich hinaus auf die Veranda. Sie saß auf der Brüstung und kaute an einem Daumennagel. Sie trug dieselbe dunkle Sonnenbrille wie damals, als ich sie zum ersten Mal gesehen hatte und dazu eine cremefarbene Baumwollhose und ein schwarzes Polohemd. In der Hand hielt sie ein Klemmbrett. »Ich bin drüber gestiegen«, sagte sie und deutete auf die Hohlblockmauer. Dann klopfte sie sich den Schmutz von der Hose. »Hab angenommen, hier müsste ich richtig sein. Ich bin froh, dass es wirklich Ihr Haus ist. Stellen Sie sich vor, ich wäre bei einem Wildfremden über die Mauer gestiegen. Sie zog ein Päckchen Hope ohne aus der Tasche und steckte sich eine an. »Und, Mr. Aufziehvogel, wie läuft's denn so?« »Ganz gut, würde ich sagen.« »Ich gehe jetzt arbeiten«, sagte sie. »Warum kommen Sie nicht einfach mit? Wir arbeiten immer in Zweiergruppen und es wäre so viel besser, wenn ich jemand hätte, den ich kenne. So ein neuer würde mir Löcher in den Bauch fragen. »Wie alt bist du eigentlich? Warum bist du nicht in der Schule? Das nervt! Oder am Ende ist ein perverser. Das kommt nämlich vor. Tun Sie mir den Gefallen, ja, Mr. Aufziehvogel? Ist das der Job, von dem du mir erzählt hast? Irgendeine Art Datenerhebung für einen Toupet-Hersteller? Genau, sagte sie. Man braucht nichts anderes zu tun, als von eins bis vier auf der Ginza Glatzköpfe zu zählen. Das ist einfach und es wäre gut für sie. So wie es aussieht, werden sie eines Tages auch eine Glatze haben. Da sollten sie es besser abchecken, solange sie noch Haare auf dem Kopf haben. Schon, aber was ist mit dir? Kriegst du nicht die Schulbehörde auf den Hals, wenn dich jemand sieht, wie du dich mitten am Tag auf der Ginza herumtreibst und Strichlisten machst? Nö, ich sag denen einfach, das ist Feldforschung für eine Hausarbeit in Gemeinschaftskunde. Funktioniert immer. Da ich keine Pläne für den Nachmittag hatte, beschloss ich mitzugehen. Mel Kasahara rief ihre Firma an, um uns anzukündigen. Am Telefon verwandelte sie sich in eine wohlerzogene junge Dame. Ja, Herr So-und-So, ich würde gern mit ihm zusammen arbeiten. Ja, das ist richtig, vielen Dank. Ja, ich verstehe, ja, wir können kurz nach zwölf da sein. Ich schrieb für Kumiko ein paar Zeilen, ich würde um sechs zurück sein, für den Fall, dass sie früher heimkamen, und dann machte ich mich mit May Kasahara auf den Weg. Die Topé-Firma war in Shimbashi. In der U-Bahn erklärte mir May Kasahara, wie die Erhebung funktionierte. Wir würden uns an eine Straßenecke stellen und alle kahlköpfigen Männer, beziehungsweise solche mit zurückgehendem Haaransatz, zählen, die vorbeikamen. Dabei sollten wir sie nach dem Grad ihrer Kahlheit klassifizieren, C, solche, deren Haar sich vielleicht etwas gelichtet hatte, B, solche, denen schon viel ausgefallen war, und A, solche, die eine richtige Glatze hatten. May holte eine Broschüre aus ihrer Mappe und zeigte mir Beispiele für die drei Stadien der Entwicklung. Da kriegt man doch eine ziemlich gute Vorstellung, stimmt's? Welche Köpfe in welche Kategorien gehören nicht? Ich will nicht ins Detail gehen, das wird den ganzen Tag dauern, aber daraus wird doch ziemlich klar, was was ist, nicht? Ziemlich, sagte ich, ohne allzu überzeugt zu klingen. Auf May Kasaharas anderer Seite saß ein übergewichtiger Schlips- und Kragentyp, ein ganz eindeutiger Fall B, der unentwegt mit verunsicherter Miene in die Broschüre schielte, aber sie schien nicht zu merken, wie nervös sie ihn machte. Meine Aufgabe ist, sie nach Klassen zu ordnen, und sie stehen mit einem Erhebungsbogen neben mir. Je nachdem, was ich Ihnen sage, machen sie einen Strich unter A, B oder C. Mehr ist da nicht. Ganz einfach, stimmt's? Ich denke schon, sagte ich, aber wozu ist eine solche Erhebung eigentlich gut? Kein Schimmer, sagte sie, die machen das in ganz Tokio, in Shinjuku, Shibuya, Aoyama. Vielleicht möchten sie rauskriegen, in welchem Stadtteil es die meisten Glatzköpfe gibt. Oder sie möchten den Anteil von A, B und C Typen innerhalb der männlichen Bevölkerung erfahren. Wer weiß, die haben so viel Geld, dass sie gar nicht wissen, wohin damit. Deswegen können die das für sowas rausschmeißen. Die Perückenindustrie macht riesige Gewinne. Die Angestellten kriegen viel höhere Bonusse als in jeder anderen Branche. Wissen Sie warum? Nein, warum? Perücken halten nicht lang. Ich wette, das haben Sie nicht gewusst. Toupets sind zwei, maximal drei Jahre lang zu gebrauchen. Je besser sie gemacht sind, desto eher taugen sie nichts mehr. Das ultimative Verbrauchsgut liegt daran, dass sie so eng an der Kopfhaut sitzen. Das Haar kriegt darunter keine Luft und geht immer mehr aus. Über kurz oder lang sitzt das Ding nicht mehr hundertprozentig und man muss sich ein neues kaufen. Und überlegen Sie mal. Angenommen, Sie würden ein Toupet tragen und nach zwei Jahren wird es nicht mehr taugen. sagen, okay, meine Perücke ist ausgeleiert, die kann ich nicht mehr tragen, aber eine neue zu kaufen wäre mir zu teuer, also gehe ich ab morgen ohne zur Arbeit. Würden Sie sich das sagen? Ich schüttelte den Kopf. Wahrscheinlich nicht, sagte ich. Natürlich nicht, wenn ein Typ erst mal anfängt eine Perücke zu tragen, dann muss er auch weiter eine tragen. Das ist sein Schicksal. Deswegen machen die Perückenhersteller ja auch so riesige Gewinne. Ich sag's nicht gern, aber die sind wie Drogendealer. Wenn die einen erst mal am Haken haben, dann haben sie einen Kunden fürs Leben. Schon mal von einem Glatzkopf gehört, dem plötzlich die Haare wieder nachgewachsen wären? Also ich nicht. Für eine Perücke müssen Sie schon wenigstens eine halbe Million Yen hinblättern. Für eine richtig gute vielleicht sogar eine Million und alle zwei Jahre brauchen sie eine neue. Man, selbst ein Auto hält länger, vier oder fünf Jahre und dann können sie es in Zahlung geben. Ich verstehe, was du meinst, sagte ich. Und die Perückenhersteller haben eigene Friseursalons. Sie waschen die Perücken und schneiden den Kunden die echten Haare. Ich meine, stellen Sie sich doch mal vor, Sie können sich ja nicht einfach bei einem ganz normalen Friseur in den Sessel fläzen, sich die Perücke vom Kopf rupfen und sagen, einmal nachschneiden bitte, oder? Allein diese Läden werfen ein unheimliches Geld ab. Du kennst dich ja wirklich gut aus, sagte ich mit echter Bewunderung. Mays Platznachbar, der Schlips und Kragen B-Typ, folgte sichtlich fasziniert unserer Unterhaltung. Klar, sagte sie, die Leute im Büro mögen mich, die erzählen mir alles. Diese Branche macht riesige Profite, die stellen die Perücken in Südostasien und anderen solchen Ländern her, wo es billige Arbeitskräfte gibt. Die beziehen sogar die Haare von dort, von Thailand oder den Philippinen. Die Frauen verkaufen den Perückenfirmen ihr Haar. In manchen Gegenden ist das die normale Methode, wie die sich ihre auf dem Kopf haben. Reflexartig sahen der B-Mann und ich uns im Wagen um und musterten unsere Mitfahrer. In Shimbashi machten wir kurz Zwischenstation in der Zentrale der Firma, um einen Umschlag mit Erhebungsbögen und Bleistiften in Empfang zu nehmen. Diese Firma hatte angeblich den zweitgrößten Marktanteil in der Branche, aber sie war absolut unauffällig. Am Eingang war nicht einmal ein Namensschild angebracht, sodass die Kunden ganz unbefangen kommen und gehen konnten. Weder der Umschlag noch die Erhebungsbögen trugen den Namen des Unternehmens. In der Marktforschungsabteilung füllte ich ein Teilzeitkraft Anmeldeformular aus. Name, Adresse, Ausbildungsgang und Alter. In diesen Büroräumen ging es unglaublich ruhig zu. Niemand schrie ins Telefon, niemand hämmerte mit aufgekrempelten Ärmeln auf eine Computertastatur ein. Sämtliche Mitarbeiter waren ordentlich angezogen und gingen ihrer jeweiligen Beschäftigung mit ruhiger Konzentration nach. Wie in der Zentrale eines Perückenherstellers nicht anders zu erwarten, hatte kein einziger Mann eine Glatze. Einige trugen vielleicht das Produkt ihrer Firma, aber falls ja, war es mir unmöglich, sie von den anderen zu unterscheiden. Von allen Firmen, die ich bisher kennengelernt hatte, hatte diese die merkwürdigste Atmosphäre. Wir stiegen wieder in die U-Bahn und fuhren zur Ginza. Da wir Hunger hatten und es ohnehin noch zu früh war, gingen wir erst einmal auf einen Hamburger in Stary Queen. Sagen Sie mal, Mr. Aufziehvogel, sagte May Kasahara, würden Sie ein Toupet tragen, wenn Sie eine Glatze hätten? Wohl kaum, sagte ich. Ich habe was gegen Dinge, die Zeit Kosten und Umstände machen. Wenn mir die Haare ausfielen, würde ich mich wohl damit abfinden. Gut, sagte sie und wischte sich mit einer Papierserviette den Ketchup vom Mund. So gehört sich's. Männer mit Glatze sehen nie so schlecht aus, wie sie sich einbilden. Für meine Begriffe ist das nichts, worüber man sich besonders aufzuregen bräuchte. Wohl kaum, sagte ich. Die nächsten drei Stunden saßen wir neben dem Eingang der U-Bahn-Station am Waco-Gebäude und zählten die kahlköpfigen Männer, die an uns vorüber gingen. Von oben auf die Köpfe hinunter zu sehen, die die Treppe hinauf und hinunter stiegen, war die zuverlässigste Methode, den jeweiligen Kahlheitsgrad zu ermitteln. Mel Kazahara sagte A oder B oder C und ich trug es entsprechend ein. Es ordnete sie jeden Kopf rasch und präzise seiner Kategorie zu und sprach die Buchstaben leise und abgehackt aus, damit die Passanten nichts mitbekamen. Das erforderte natürlich jedes Mal, wenn eine größere Gruppe von Glatzköpfen vorüberkam, ein Schnellfeuer Stakkato von Buchstaben CCB ABCA ACCBBB Einmal blieb ein elegant aussehender alter Herr, der selbst schön volles schneeweißes Haar hatte stehen, um uns bei unserer Tätigkeit zuzusehen. Entschuldigen Sie bitte, sagte er nach einer Weile zu mir, aber dürfte ich Sie vielleicht fragen, was Sie beide da tun? Eine Erhebung, sagte ich. Was für eine Art von Erhebung, fragte er. Eine soziologische, sagte ich. CACABC, sagte Melka Sahara. Der alte Herr schien nicht ganz überzeugt zu sein, aber er sah uns weiter zu, bis er es schließlich aufgab und sich entfernte. Als die Mitskoschi-Uhr auf der anderen Straßenseite vier Uhr zeigte, beendeten wir unsere Erhebung und gingen wieder ins Dairy Queen, um einen Kaffee zu trinken. Es war keine anstrengende Arbeit gewesen, aber mein Nacken und meine Schultern fühlten sich seltsam verspannt an. Vielleicht kam das von der verdeckten Natur der Tätigkeit, von den Schuldgefühlen, die es mir bereitete, heimlich glatzköpfiger Männer zu zählen. Während unserer ganzen Rückfahrt zum Geschäftsgebäude in Schimbashi ertappte ich mich immer wieder dabei, dass ich jeden Glatzkopf, den ich in der U-Bahn sah, automatisch Kategorie A, B oder C zuordnete, wovon mir auf die Dauer fast körperlich übel wurde. Ich versuchte damit aufzuhören, aber mittlerweile hatte sich dieser Teil meines Gehirns verselbständigt und arbeitete wie aufgezogen weiter. Wir gaben die ausgefüllten Bögen ab und erhielten unseren Lohn, einen ziemlich guten Lohn für den geringen Zeit- und Energieaufwand. Ich unterschrieb eine Quittung und steckte das Geld ein. Mei Kasahara und ich fuhren mit der U-Bahn Die Nachmittags-Rush-Hour fing gerade an. Das war seit längerer Zeit meine erste Fahrt in einem überfüllten Zug, aber meine Wehmut hielt sich in Grenzen. Ganz guter Job, nicht? fragte Mei Kasahara, als wir nebeneinander im Zug standen. Leicht und nicht schlecht bezahlt. Wirklich ganz gut, sagte ich an einem Zitronenbonbon lutschend. Kommen Sie nächstes Mal wieder mit? Wir könnten das einmal die Woche machen. Warum Wissen Sie was, Mr. Aufziehvogel, sagte Mei Kasahara nach einem kurzen Schweigen, als sei ihr plötzlich etwas eingefallen, ich wette, wenn die Leute Angst haben, eine Glatz zu kriegen, liegt das bestimmt daran, dass sie das an den Tod erinnert. Ich meine, wenn das Haar anfängt, sich zu lichten, das muss doch ein Gefühl sein, als ob das Leben immer weniger würde, als Ich dachte eine Weile darüber nach. So kann man das bestimmt auch sehen, sagte ich. Wissen Sie, Mr. Aufziehvogel, manchmal frage ich mich, wie es sein muss, nach und nach, über einen langen Zeitraum hinweg zu sterben. Was meinen Sie? Unsicher, worauf sie genau hinaus wollte, wechselte ich die Hand an der Halteschlaufe und sah ihr in die Augen. Kannst du mir ein konkretes Beispiel geben, was du damit meinst, nach und nach zu sterben? Naja, ich weiß nicht, man ist ganz allein im Dunkeln eingesperrt, ohne was zu essen, ohne was zu trinken, und nach und nach stirbt man. Das muss entsetzlich sein, sagte ich, qualvoll, so würde ich nicht sterben wollen, wenn sich's irgendwie verhindern ließe. Aber andererseits, Mr. Aufziehvogel, ist nicht das ganze Leben letzten Endes so? Sind wir nicht alle irgendwo im Dunkeln eingesperrt und man hat uns das Essen und Wasser weggenommen und wir sterben allmählich nach und nach ab? Ich lachte. Du bist zu jung, um so ich verwendete das englische Wort pessimistik zu sein. Pessi was? Pessimistik das bedeutet, dass man von allem nur die negative Seite betrachtet. Pessimistik Pessimistik Sie Tod in der Badewanne, Boote mit Andenken. In unser jetziges Haus waren wir im Herbst des zweiten Jahres unserer Ehe gezogen. Die Wohnung in Koenji, in der wir bis dahin gewohnt hatten, sollte von Grund auf renoviert werden. Wir versuchten, eine andere, billige und günstig gelegene Wohnung zu finden, aber bei unserem Budget war das nicht leicht. Als mein Onkel davon hörte, schlug er uns vor, ein Haus zu beziehen, das er in Sertagaya besaß. Er hatte es in seiner Jugend gekauft und zehn Jahre lang darin gewohnt. Jetzt hätte er es gern abgerissen und dafür etwas Funktionelleres hingestellt, aber die Bauvorschriften verboten ihm, dort das Haus zu bauen, das ihm vorschwebte. Er wartete darauf, dass eine unter der Hand angekündigte Lockerung der Richtlinien in Kraft träte, aber wenn er das Haus so lange leer stehen ließ, würde er die Grundsteuer zahlen müssen und wenn er es an fremde Leute vermietete, würde er möglicherweise Schwierigkeiten haben, um sie im richtigen Augenblick wieder herauszubekommen. Von uns würde er nur so viel Miete verlangen, wie die Steuern betrugen, aber im Gegenzug sollten wir uns verpflichten, binnen drei Monaten auszuziehen, wenn es soweit wäre. Das war für uns kein Problem. Die Sache mit den Steuern war uns zwar nicht ganz klar, aber die Aussicht, wenn auch nur für kurze Zeit in einem richtigen Haus zu wohnen und dafür nicht mehr zu bezahlen, als die Miete unserer dazu noch sehr billigen Wohnung betragen hatte, war äußerst verlockend und wir griffen sofort zu. Das Haus war von der nächsten Station der Odakiu-Linie zwar ziemlich weit entfernt, aber es lag in einer ruhigen Wohngegend und es hatte einen eigenen kleinen Garten. Auch wenn es uns nicht gehörte, gab es uns, sobald wir eingezogen waren, das Gefühl, nun einen richtigen Haushalt zu haben. Dieser Onkel, der jüngere Bruder meiner Mutter, stellte nie irgendwelche Ansprüche an uns. Er war wohl ein ziemlich cooler Typ, aber wie sehr er uns in Ruhe ließ, hatte schon fast etwas Unheimliches. Jedenfalls war er mein Lieblingsverwandter. Er hatte in Tokio das College besucht und nach dem Abschluss eine Stelle als Rundfunksprecher gefunden, aber als ihm nach zehn Jahren die Arbeit zum Hals raushingen, verließ er den Sender und eröffnete eine Bar auf der Ginza. Es war ein kleines Lokal von fast klösterlicher Schmucklosigkeit, aber schon bald genoss es unter Kennern und Liebhabern authentischer Cocktails einen sehr guten Ruf und binnen weniger Jahre leitete mein Onkel eine ganze Reihe von Bars und Restaurants. Jedes seiner Lokale lief ausgezeichnet. Offensichtlich hatte er dieses bestimmte Etwas, das man als Geschäftsmann braucht. Als ich noch auf dem College war, fragte ich ihn einmal, wie es käme, dass jedes Lokal, das er eröffnete, ein solcher Erfolg wurde. Er konnte auf der Ginza in genau denselben Räumlichkeiten, in denen ein Restaurant Pleite gemacht hatte, ein neues Restaurant genau derselben Art eröffnen und damit hervorragende Geschäfte machen. Woran lag das? Er streckte mir beide Handflächen entgegen. »Es ist meine glückliche Hand«, sagte er ohne eine Spur von Ironie. Und das war alles, was er dazu sagte. Vielleicht hatte er wirklich eine glückliche Hand, aber er hatte auch ein besonderes Talent, fähige Mitarbeiter zu finden. Er zahlte ihnen hohe Gehälter und behandelte sie gut, und sie lohnten es ihm durch harte Arbeit. »Wenn ich weiß, dass ich den richtigen habe, drücke ich ihm einen Packen Scheine in die Hand und lass ihn machen«, sagte er mir einmal. »Du musst dein Geld für die Dinge ausgeben, die für Geld zu haben sind, ohne an Gewinne oder Verluste zu denken. Spar dir deine Energie für die Dinge auf, die nicht für Geld zu haben sind.« Er heiratete spät. Erst als endgültig erfolgreicher Geschäftsmann von Mitte 40 ließ er sich häuslich nieder. Seine Frau war geschieden, drei, vier Jahre jünger als er und brachte ein beträchtliches eigenes Vermögen in die Ehe ein. Mein Onkel erzählte mir nicht, wie er sie kennengelernt hatte, und ich wusste von ihr nur, dass sie eine stille Frau aus guter Familie war. Kinder hatten sie keine. Sie hatte offenbar auch mit ihrem ersten Mann keine Kinder gehabt. Das mochte der Grund für die Scheidung gewesen sein. Auf alle Fälle war mein Onkel als Mitvierziger vielleicht nicht gerade reich, aber doch wohlhabend genug, um sich nicht länger abrackern zu müssen. Zusätzlich zu den Erträgen seiner Restaurants und Bars hatte er Mieteinkünfte aus mehreren Häusern und Eigentumswohnungen, die er besaß, sowie ständige Einkünfte aus Aktienbesitz. In der Familie, durchweg achtbare, jeglicher Extravaganz abholde Geschäftsleute, wurde mein Onkel als schwarzes Schaf betrachtet. Und er selbst hatte nie große Neigung gezeigt, engeren Umgang mit Verwandten zu pflegen. Als sein einziger Neffe hatte ich ihm allerdings schon immer ein wenig am Herzen gelegen, zumal nachdem meine Mutter in meinem ersten College-Jahr starb und ich mich mit meinem Vater zerstritt, der noch einmal heiratete. Als ich das einsame Leben eines armen Tokioter Studenten führte, spendierte mir mein Onkel oft ein Abendessen in einem seiner Restaurants auf der Ginza. Er und seine Frau wohnten jetzt auf einem Hügel in Asabu in einer Eigentumswohnung, was ihnen lieber war, als sich um ein ganzes Haus kümmern zu müssen. Er hatte keinen besonders aufwendigen Lebensstil, aber ein Hobby leistete er sich. Er sammelte seltene Autos. Er hatte einen Jaguar und einen Alfa Romeo in der Garage, beides schon fast Antiquitäten und äußerst gut gepflegt, so blank wie am ersten Tag. Als ich einmal wegen etwas anderem mit meinem Onkel telefonierte, nutzte ich die Gelegenheit, ihn zu fragen, was er über May Casaharas Familie wisse. »Casahara, sagst du?« Er dachte einen Augenblick nach. »Nie von denen gehört.« »Ich war Junggeselle, als ich dort wohnte. Mit den Nachbarn habe ich nie was zu tun gehabt.« »Eigentlich ist es das Haus gegenüber, was mich interessiert, das leerstehende Haus auf der anderen Seite der Gasse,« sagte ich. »Ich glaube, da hat früher ein gewisser Miyawaki drin gewohnt. Jetzt ist es ringsum mit Brettern vernagelt.« »Ah, Miyawaki. Klar, den kannte ich,« sagte mein Onkel. »Er besaß ein paar Restaurants, auch eins auf der Ginza. Ich hatte ein paar Mal mit ihm geschäftlich zu tun. Seine Lokale waren nichts Besonderes, unter uns gesagt. Aber alle in guter Lage. Ich hatte den Eindruck, seine Geschäfte liefen ganz ordentlich. Er war ein netter Kerl, aber ein bisschen der Typ des verwöhnten Reiche-Leute-Kindes. Er hatte nie hart arbeiten müssen, oder er hat nie den Dreh rausbekommen, oder was weiß ich. Jedenfalls ist er nie richtig erwachsen geworden. Jemand hat ihn an die Börse gelockt und ihm alles abgeknöpft, was er hatte. Haus, Grundstück, Lokale, alles. Und das im übelsten Moment. Er versuchte gerade, ein neues Lokal zu eröffnen und hatte dafür eine hohe Hypothek auf Haus und Grundstück aufgenommen. Peng, alles weg. Hatte ein paar Töchter, glaube ich, im College-Alter. Soweit ich weiß, steht das Haus seitdem leer. Im Ernst? Ich wette, die Eigentumsverhältnisse sind völlig unklar und sein Vermögen ist eingefroren oder sonst was. Du solltest aber besser die Finger davon lassen, egal, was für ein Angebot sie dir machen. Wem? Mir? Ich lachte. Ein solches Objekt könnte ich mir nie im Leben leisten. Aber warum sagst du das? Als ich damals mein Haus gekauft habe, habe ich da einen Blick reingeworfen. Mit dem Haus stimmt irgendwas nicht. Du meinst, da spukt? Vielleicht nicht gerade das, aber ich habe noch nie was Gutes über das Anwesen gehört, sagte mein Onkel. Bis zum Ende des Krieges wohnte da ein ziemlich bekannter Militär, Oberst, was weiß ich, ein richtiger Super-Elite-Offizier. Die Soldaten, die unter seinem Kommando in Nordchina kämpften, bekamen alle möglichen Auszeichnungen, aber sie haben dort schlimme Dinge getan. 500 Kriegsgefangene hingerichtet, zehntausende von Bauern gezwungen, für sie zu arbeiten, bis die Hälfte davon tot umgefallen ist, solche Sachen. Das waren jedenfalls die Geschichten, die man sich damals erzählte. Ich weiß also nicht, wie viel davon stimmt. Er wurde unmittelbar vor Ende des Krieges zurückkommandiert, hat also die Kapitulation hier erlebt und aus dem, was da ablief, konnte er sich ausrechnen, dass man ihn als Kriegsverbrecher vor Gericht bringen würde. Die Burschen, die in China durchgedreht waren, die Generäle, die Stabsoffiziere, wurden nach und nach alle von der amerikanischen Militärpolizei abgeholt. Nun, er hatte nicht die Absicht, sich vor Gericht schleifen zu lassen. Er dachte nicht daran, sich öffentlich vorführen und anschließend aufhängen zu lassen. Da wollte er sich lieber selbst das Leben nehmen. Als er also eines Tages ein GI-Jeep vor seinem Haushalten sah, schoss er sich sofort eine Kugel durch den Kopf. Es wäre ihm zwar bestimmt lieber gewesen, sich nach guter alter Samurai-Manier den Bauch aufzuschlitzen, aber dafür reichte die Zeit nicht mehr. Seine Frau hängte sich in der Küche auf, um ihren Mann in den Tod zu begleiten. Wahnsinn. Jedenfalls stellte sich heraus, dass der GI ein ganz gewöhnlicher GI gewesen war, der das Haus seiner Freundin suchte. Er hatte sich verfahren und wollte nur nach dem Weg fragen. Du weißt ja selbst, wie leicht man sich in dem Viertel verfranzen kann. Zu entscheiden, dass der Zeitpunkt zu sterben gekommen ist, das kann für niemanden leicht sein. Nein, bestimmt nicht. Nach dieser Sache stand das Haus für eine Weile leer und dann kaufte es eine Schauspielerin, eine Filmschauspielerin. Der Name würde dir nichts sagen, das war lange vor deiner Zeit und besonders berühmt ist sie nie gewesen. Sie wohnte dort, na, um die zehn Jahre lang. Nur sie und ihre Zofe. Sie war unverheiratet. Ein paar Jahre, nachdem sie dort eingezogen war, bekam sie irgendein Augenleiden. Sie sah alles nur noch verschwommen, selbst aus nächster Nähe. Aber sie war schließlich Schauspielerin. Sie konnte unmöglich mit Brille arbeiten und Kontaktlinsen waren damals noch etwas ganz Neues. Sie waren nicht besonders gut und es benutzte sie so gut wie niemand. Also machte sie es so, dass sie vor jeder Aufnahme in die Dekoration ging und auswendig lernte, wie viele Schritte sie von A nach B zu laufen hatte. Irgendwie kam sie zurecht. Es waren ziemlich simple Filme, diese alten Schurtschkuh-Familiendramen. Damals ging es überhaupt in allem viel lockerer zu. Eines Tages aber, nachdem sie sich den Szenenaufbau eingeprägt hatte und wieder in ihre Garderobe gegangen war, verstellte ein junger Kameramann, der nichts von der Sache wusste, die Requisiten ein kleines bisschen. Oha! Sie stolperte viel hin und konnte danach nicht mehr gehen. Und mit ihren Augen wurde es sogar noch schlimmer. Sie war praktisch blind. Es war ja mal schade, sie war noch jung und hübsch. Natürlich war es aus mit ihrer Filmkarriere. Sie konnte praktisch nur noch zu Hause herum sitzen. Und dann steckte ihre Zofe eines Tages ihr ganzes Geld ein und brannte mit irgendeinem Kerl durch. Diese Zofe war der einzige Mensch gewesen, dem sie geglaubt hatte, vertrauen zu können. Sie hatte sich in allem absolut auf sie verlassen. Und die Frau hat ihr sämtliche Ersparnisse gestohlen. Aktien, alles. Junge, junge, entsetzliche Geschichten gibt's. Und was glaubst du, was sie da getan hat? Naja, ein Happy End kann diese Geschichte wohl kaum haben. Nein, wohl kaum, sagte mein Onkel. Sie hat die Badewanne volllaufen lassen, das Gesicht ins Wasser gesteckt und sich ertränkt. Du kannst dir vorstellen, dass man schon verflucht entschlossen sein muss, um sich auf die Art umzubringen. Wahrlich, kein Happy End. Nein, wirklich nicht. Kurz darauf kaufte Miyawaki das Grundstück. Ich meine, es ist ein schönes Anwesen. Jeder, der es sieht, möchte es gern haben. Die Nachbarschaft ist angenehm, das Grundstück liegt verhältnismäßig hoch und bekommt viel Sonne, der Garten ist groß. Aber Miyawaki hatte die düsteren Geschichten der Vorbesitzer gehört. Also ließ er das ganze Ding abreißen, bis auf die Fundamente, und stellte ein völlig neues Haus hin. Er ließ sogar Shinto-Priester kommen und eine Reinigungszeremonie durchführen. Aber das war wohl nicht genug. Jedem, der da wohnt, passiert etwas Schlimmes. Es ist eben eine von diesen Ecken. Die gibt es einfach. Ich würde das Grundstück nicht mal geschenkt haben wollen. Nachdem ich im Supermarkt eingekauft hatte, legte ich mir meine Zutaten für das Abendessen zurecht. Dann holte ich die Wäsche herein, faltete sie ordentlich und räumte sie weg. Anschließend ging ich wieder in die Küche und kochte mir eine Kanne Kaffee. Es war ein schöner, ruhiger Tag, ohne irgendwelche Anrufe oder Besuche. Ich machte es mir auf dem Sofa bequem und las ein Buch. Es war niemand da, der mich bei meiner Lektüre gestört hätte. Ab und an schnarrte der Aufziehvogel hinter dem Haus. Es war fast das einzige Geräusch, das ich den ganzen Tag hörte. Um vier klingelte jemand an der Tür. Es war der Briefträger. Einschreiben, sagte er und reichte mir einen dicken Umschlag. Ich nahm ihn und stempelte meinen Namen auf den Einlieferungsschein. Es war kein gewöhnlicher Umschlag. Er bestand aus altmodischem, schwerem Reispapier und jemand hatte sich die Mühe gemacht, meinen Namen und meine Adresse mit dem Pinsel in kräftigen, schwarzen Schriftzeichen aufzumalen. Als Absender war auf der Rückseite ein gewisser Tokutaru Mamiya angegeben, wohnhaft irgendwo in der Präfektur Hiroshima. Name wie Adresse waren mir völlig unbekannt. Nach der Pinselführung zu urteilen, musste dieser Tokutaru Mamiya schon ein älterer Mann sein. Heutzutage kann niemand mehr so schreiben. Ich setzte mich auf das Sofa und schnitt den Umschlag mit der Schere auf. Der Brief war nicht minder altmodisch als der Umschlag. Auf geglättetes Reispapier in einer Handschrift gepinselt, deren cursiver Duktus einen kultivierten Schreiber verriet. Da mir selbst diese Kultur abging, konnte ich ihn kaum entziffern. Der Satzbau entsprach in seiner extremen Förmlichkeit durchaus der kalligrafischen Form, was die Sache noch weiter komplizierte, aber mit einiger Zeit und Geduld gelang es mir, den ungefähren Inhalt zu ermitteln. Der alte Herr Honda, erfuhr ich, der Wahrsager, den Kumiko und ich vor so langer Zeit regelmäßig besucht hatten, war zwei Wochen zuvor in seinem Haus in Meguro an einem Herzschlag gestorben. Da er allein gewohnt hatte, war bei seinem Ableben niemand zugegen gewesen, aber die Ärzte glaubten, er sei rasch und ohne viel Schmerzen gestorben, vielleicht das einzig Erfreuliche an dieser traurigen Geschichte. Die Zugehfrau hatte ihn am Morgen gefunden, vornüber gesagt auf den niedrigen Tisch über seinem Fußwärmer. Der Schreiber des Briefes, Tokutaro Mamiya, war als Oberleutnant in der Manchurei stationiert gewesen und hatte, wie es das Schicksal wollte, die Gefahren des Krieges mit Korporal Uishi Honda geteilt. Jetzt hatte es Mamiya, entsprechend dem dringenden Wunsch des Verblichenen, auf sich genommen, die Andenken zu verteilen. Der Verblichene hatte diesbezüglich äußerst minutiöse schriftliche Anweisungen hinterlassen. Die detaillierte und sorgfältig durchdachte letztwillige Verfügung lässt den Schluss zu, dass Herr Honda sein unmittelbar bevorstehendes Ableben vorausgeahnt hat. Sie erklärt ausdrücklich, dass der Erblasser es sich als sehr große Freude anrechnen würde, wenn Sie, Herr Toru Okada, die Güte hätten, einen bestimmten Gegenstand als Andenken an ihn anzunehmen. Ich kann mir vorstellen, wie stark Sie, Herr Okada, durch anderweitige Geschäfte beansprucht sind, aber als alter Waffengefährte des Dahingegangenen, dem selbst voraussichtlich nur noch wenige Jahre zu leben verbleiben, kann ich Ihnen versichern, dass Sie mir keine größere Freude bereiten könnten als durch die gütige Entgegennahme besagten Gegenstandes als eine kleine Erinnerung an den verstorbenen Herrn Honda. Der Brief schloss mit der Tokiota-Adresse, an der sich Herr Mamiya gegenwärtig aufhielt. CO Mamiya in Hongo Nichome Stadtteil Bunkio. Ich vermutete, dass er im Haus eines Verwandten abgestiegen war. Meine Antwort schrieb ich am Küchentisch. Ich hatte vorgehabt, mich kurz und schlicht zu fassen, aber kaum saß ich vor der Postkarte, bekam ich keinen einzigen normalen Satz zustande. Ich hatte das Glück, den verstorbenen Herrn Honda zu kennen und habe aus unserer kurzen Bekanntschaft großen Gewinn gezogen. Die Nachricht von seinem Ableben ruft in mir Erinnerungen an jene Zeit zurück. Uns trennte natürlich ein erheblicher Altersunterschied und unsere Beziehung dauerte nur ein einziges Jahr. Dennoch habe ich stets das Gefühl gehabt, dass der Verstorbene etwas an sich hatte, was die Menschen zutiefst berührte. Um ganz ehrlich zu sein, hätte ich nie zu vermuten gewagt, dass Herr Honda mich in seinem Testament ausdrücklich als Empfänger eines Andenkens erwähnen würde, noch bin ich mir sicher, ob ich überhaupt berechtigt bin, etwas aus seinem Besitz anzunehmen. Doch wenn dies sein Wunsch war, werde ich ihm gewiß mit allem gebührenden Respekt willfahren. In Erwartung ihrer geschätzten Antwort, als ich die Karte im nächsten Briefkasten einwarf, ertappte ich mich dabei, dass ich das Gedicht des alten Herrn Honda vor mich hinmurmelte, Sterben ist der einzige Weg zu deiner Befreiung, No Mon Han. Es war fast zehn, als Kumiko von der Arbeit heimkam. Sie hatte vor sechs angerufen, um zu sagen, dass es heute wieder später werden würde. Ich sollte ohne sie essen und sie würde sich in der Stadt eine Kleinigkeit holen. Na gut, sagte ich und machte mir etwas Einfaches zurecht. Wieder blieb ich allein zu Haus und las ein Buch. Als sie hereinkam, sagte Kumiko, sie hätte Lust auf einen Schluck Bier. Wir teilten uns eine mittelgroße Flasche. Kumiko sah abgespannt aus, die Ellenbogen auf dem Küchentisch stützte sie das Kinn in die Hände und überließ es mir, die ganze Unterhaltung zu bestreiten. Sie schienen in Gedanken zu sein. Ich erzählte ihr, dass der alte Herr Honda gestorben war. Ach wirklich? sagte sie mit einem Seufzer. Naja, er kam langsam wirklich in die Jahre und er war fast völlig taub. Als ich allerdings sagte, dass er mir ein Andenken hinterlassen hatte, schrak sie zusammen, als sei plötzlich etwas vom Himmel gefallen. Dir? rief sie aus und runzelte die Augenbrauen. Ja, schon komisch, nicht? Er muss dich gemocht haben. Wie sollte das möglich sein? Ich habe mich doch nie richtig mit ihm unterhalten, sagte ich. Zumindest habe ich nie viel gesagt. Und selbst wenn ich es getan hätte, er hörte ja doch nichts. Wir haben uns einmal im Monat da hingesetzt und uns seine Geschichten angehört und das Einzige, wovon er uns je erzählt hat, war die Schlacht von Nomunhan, wie sie Molotow Cocktails geworfen haben und welcher Panzer brandt und welcher nicht und lauter solche Sachen. Frag mich nicht, sagte Kumiko, er muss irgendwas an dir gefunden haben. Ich verstehe solche Leute angestrengtes Schweigen. Ich warf einen Blick auf den Wandkalender. Bis zu ihrer Periode war es noch einige Zeit hin. Ich fragte mich, ob in der Redaktion etwas Unerfreuliches passiert sein mochte. Zu hart gearbeitet? Fragte ich sie. Ein bisschen, sagte Kumiko, nachdem sie einen Schluck Bier genommen hatte und starrte auf das, was in ihrem Glas verblieb. Ihre Stimme hatte einen fast herausfordernden Unterton. Tut mir leid, dass es so spät geworden ist, aber du weißt, wie es in der Redaktion zugeht, wenn sich die Arbeit häuft. Und es ist ja auch nicht so, dass das jeden zweiten Tag passieren würde. Ich schaffe es immerhin weniger Überstunden aufgebrummt zu bekommen als die meisten anderen. Sie wissen, dass ich arbeiten musst. Ich mache mir nur Sorgen, dass du dir vielleicht zu viel aufheißt. Sie blieb lange unter der Dusche. Ich trank mein Bier und blätterte eine Zeitschrift durch, die sie mitgebracht hatte. Ich steckte die Hand in die Hosentasche und fand dort den Lohn meines kleinen Teilzeitjobs von neulich. Ich hatte die Scheine noch nicht einmal aus dem Umschlag gezogen. noch eine Unterlassung, Kumiko nicht von diesem Job erzählt zu haben. Nicht, dass ich es vor ihr hätte verheimlichen wollen, aber ich hatte die Gelegenheit, es beiläufig zu erwähnen, verstreichen lassen, und eine andere hatte sich nicht ergeben. Je mehr Zeit verging, desto schwieriger kam es mir, aus welchen Gründen auch immer vor, davon anzufangen. Ich hätte nur zu sagen brauchen, ich habe so ein komisches 16-jähriges Mädchen aus der Nachbarschaft kennengelernt und einen Nachmittag lang zusammen mit ihr gejobbt, eine Erhebung für einen Perücken Fabrikanten, war auch gar nicht schlecht bezahlt, und Kumiko hätte dazu sagen können, ach wirklich, na ist doch schön, und damit wäre die Sache erledigt gewesen, oder auch nicht. Möglicherweise hätte sie auch mehr über May Kasahara wissen wollen, sie hätte sich darüber ärgern können, dass ich mich mit einer 16-Jährigen anfreundete. Dann hätte ich ihr von May Kasahara erzählen müssen und ihr Haarklein erklären, wo, wann und wie wir uns zufällig kennengelernt hatten. Ich bin bloß leider nicht sehr gut darin, systematische Erklärungen abzugeben. Ich holte das Geld aus dem Umschlag und steckte es in meine Brieftasche. Den Umschlag zerknüllte ich und warf ihn in den Papierkorb. So entstehen also Geheimnisse, dachte ich bei mir. Nach und nach, Stückchen für Stückchen. Ich hatte nicht bewusst vorgehabt, May Kasaharas Existenz vor Kumiko geheim zu halten. Eine so große Sache war meine Beziehung zu ihr schließlich nicht. Ob ich davon erzählte oder nicht, war völlig belanglos. Sobald sie allerdings durch einen bestimmten zarten Kanal geflossen war, hatte sich ein Schleier von Geheimnistuerei um sie gelegt, was auch immer meine ursprüngliche Absicht gewesen sein mochte. Das gleiche war mit Kreta Kano geschehen. Ich hatte Kumiko erzählt, dass Malta Kanos jüngere Schwester hierher gekommen war, dass sie Kreta hieß, dass sie sich im Stil der frühen 60er Jahre zurecht machte, dass sie Proben von unserem Leitungswasser genommen hatte. Doch dass sie danach angefangen hatte, mir gegenüber erstaunliche Enthüllungen zu machen und bevor sie das Ende erreicht hatte, ohne ein Wort verschwunden war, das hatte ich verschwiegen. Kreta Kanos Geschichte war einfach zu verrückt gewesen. Ich hätte es nie geschafft, ihre Nuancen wiederzugeben und sie Kumiko fassbar zu machen und so hatte ich es gar nicht erst versucht. Oder aber Kumiko hätte sich vielleicht wenig erfreut darüber gezeigt, dass Kreta Kanos nach Erledigung ihres eigentlichen Auftrags noch so lange hier geblieben war und mir alle möglichen verwirrenden persönlichen Dinge gebeichtet hatte. Und so hatte ich mit einem Mal ein weiteres kleines Geheimnis. Vielleicht hatte Kumiko gleichfalls Dinge dieser Art, die sie vor mir verheimlichte. Und wie die Lage nun war, hätte ich dann natürlich kaum das Recht gehabt, ihr Vorwürfe zu machen. Ich war mit Sicherheit der Verschlossenere von uns beiden. Sie neigte dazu zu sagen, was ihr durch den Kopf ging. Sie war einer von den Menschen, die laut denken. Ich war nicht so. Um diese unangenehmen Grübeleien zu beenden, ging ich hinüber zum Badezimmer. Die Tür stand weit offen. Ich blieb an der Schwelle stehen rubbelte sich vor dem Spiegel die Haare trocken. Was einen Job für mich angeht, sagte ich, ich habe darüber nachgedacht. Ich habe Freunde gebeten, die Ohren aufzuhalten und ich habe selbst bei ein paar Stellen versucht. Es gibt Jobs. Ich kann also arbeiten, sobald ich will. Ich könnte schon morgen anfangen. Ich brauche mich nur zu entscheiden. Das Problem ist, mich zu entscheiden. Ich deswegen sage ich dir doch die ganze Zeit, du sollst tun, wonach dir ist, sagte sie, während sie sich im Spiegel ansah. Du brauchst dir jetzt noch keinen Job zu suchen. Wenn du dir wegen des Geldes Sorgen machst, dann sind das völlig unnötige Sorgen. Wenn dir nicht wohl dabei ist, arbeitslos zu sein, wenn es dir Probleme bereitet, dass ich natürlich werde ich früher oder später Arbeit finden müssen. Ich weiß das, du weißt das. Ich kann nicht ewig so weiter herum hängen. Und ich werde früher oder später Arbeit finden. Es ist nur so, dass ich momentan nicht weiß, was für eine Arbeit es sein sollte. Nachdem ich in der Kanzlei aufgehört habe, dachte ich eine Zeit lang, dass ich wieder etwas mit Jura machen würde. Schließlich habe ich in der Branche einige Beziehungen. Aber jetzt kann ich mich dafür nicht mehr recht begeistern. Je mehr Zeit vergeht, desto weniger interessiert mich die Juristerei. Ich bekomme immer mehr das Gefühl, dass das einfach nicht die richtige Arbeit für mich ist. Komiko sah mich im Spiegel an. Ich fuhr fort. Aber zu wissen, was ich nicht will, hilft mir nicht, darüber klar von der einen Sache, die ich wirklich tun will. Das ist augenblicklich mein Problem. Ich kann das Bild nicht finden. Na ja, sagte sie, legte das Handtuch hin und warnte sich mir zu. Wenn du die Juristerei satt hast, dann lass sie doch. Vergiss einfach die Anwaltsprüfung. Mach dich nicht mit dem Gedanken verrückt, du müsstest unbedingt einen Job finden. Wenn du das Bild Ich wollte nur sicher sein, dass ich dir deutlich gemacht habe, was in mir vorgeht. Gut, sagte sie. Ich ging in die Küche und spülte mein Glas aus. Sie kam aus dem Badezimmer nach und setzte sich an den Küchentisch. Rate mal, wer mich heute Nachmittag angerufen hat, sagte sie. Mein Bruder. Und? Er überlegt sich, ob er nicht kandidieren soll. Das heißt, er ist schon so gut wie entschlossen. Kandidieren? Das war ein solcher Schock für mich, dass ich im ersten Moment kaum ein Wort herausbrachte. Du meinst, für das Parlament? Genau. Sie hätten gern, er im Wahlkreis meines Onkels in Niigata kandidiert. Ich dachte, es wäre schon ausgemacht, dass sein Sohn sein Nachfolger wird. Er sollte seinen Direktorposten bei Denzu oder was weiß ich aufgeben und wieder nach Niigata ziehen. Sie fing an, sich die Ohren mit einem Q-Tip zu reinigen. So war es geplant, aber mein Cousin will nicht mitspielen. Er hat seine Familie in Tokio und er mag seine Arbeit. Er ist nicht bereit, einen so wichtigen Posten bei der größten Werbeagentur der Welt aufzugeben und wieder in die Pampa nach Niigata zu ziehen, nur im Abgeordneter zu werden. Am meisten ist seine Frau dagegen. Sie will nicht, dass er für seine Kandidatur die Familie opfert. Der ältere Bruder von Komikus Vater saß schon seit vier oder fünf Legislaturperioden als Abgeordneter des Wahlkreises Niigata im Unterhaus. Ohne direkt zur politischen Prominenz zu gehören, konnte er doch auf eine recht ansehnliche Laufbahn zurückblicken und hatte es zu irgendeinem Zeitpunkt sogar zu einem kleineren Kabinettsposten gebracht. Jetzt machten es ihm sein fortgeschrittenes Alter und ein Herzleiden allerdings unmöglich noch einmal zu kandidieren und das bedeutete, dass jemand anders den Wahlkreis würde übernehmen müssen. Dieser Onkel hatte zwei Söhne, aber der ältere hatte nie vor gehabt, in die Politik zu gehen und so war es eigentlich klar gewesen, dass der Jüngere die Nachfolge antreten würde. Jetzt sind die Leute im Distrikt auf einmal ganz wild darauf, meinen Bruder aufzustellen. Sie wollen einen jungen tüchtigen dynamischen Kandidaten, jemanden, der mehrere Legislaturperioden durchstehen kann und das Zeug hat, es in der Zentralregierung zu was zu bringen. Mein Bruder hat einen bekannten Namen, er wird die jungen Wähler gewinnen, er ist perfekt. Sicher, er kann nicht mit den einheimischen klönen, aber die Ortsgruppe ist einflussreich, die werden die Sache in die Hand nehmen. Und wenn er in Tokio wohnen bleiben will, ist das auch kein Problem. Er braucht sich lediglich während des Wahlkampfes dort sehen zu lassen. Es fiel mir schwer, mir Noboru Wataya als Parlamentsmitglied vorzustellen. Was hältst du von der ganzen Sache? fragte ich. Ich habe nichts mit ihm zu schaffen. Von mir aus kann er Abgeordneter oder Astronaut werden, wenn es ihm Spaß macht. Aber warum legt er dann Wert auf deinen Rat? Mach dich nicht lächerlich, sagte sie trocken. Er hat mich nicht um Rat gefragt, du weißt, er das niemals tun würde. Er wollte mich nur auf dem Laufenden halten, als Mitglied der Familie. Ach so, sagte ich, aber trotzdem, wenn er ins Parlament will, dürfte es da nicht ein Problem sein, dass er geschieden und alleinstehend ist? Da bin ich überfragt, sagte Kumiko. Ich habe keine Ahnung von Politik oder Wahlen und dem ganzen Kram. Das interessiert mich alles nicht, aber wie dem auch sei, ich bin ziemlich sicher, dass er nie wieder heiraten wird, wen auch immer. Er hätte überhaupt nie heiraten dürfen. Es ist nicht das, was er vom Leben will. Er ist auf etwas ganz anderes aus, etwas völlig verschiedenes von dem, was du oder ich wollen. Das weiß ich hob sie das Gesicht und sah mich an. Ich habe ihn einmal masturbieren sehen. Ich habe eine Tür aufgemacht und da war er. Na und, jeder masturbiert, sagte ich. Nein, du verstehst nicht, sagte sie. Dann seufzte sie. Das war vielleicht zwei Jahre nach dem Tod meiner Schwester. Er ging wahrscheinlich aufs College und ich durfte in der dritten gewesen sein. Meine Mutter hatte hin und her schenken oder aufbewahren sollte und am Ende hatte sie beschlossen sie zu behalten und wohl gedacht ich könnte sie später tragen. Sie hatte die Sachen in einen Karton gepackt und in einen Schrank geräumt. Mein Bruder hatte sie herausgeholt und roch daran und machte es sich dabei. Ich schwieg. Ich war damals bloß ein kleines Mädchen. Ich wusste nichts von Sex. Ich hatte wirklich was ich eigentlich nicht hätte sehen dürfen. Etwas viel tieferes als es nach außen hin aussah. Kumiko schüttelte den Kopf. Weiß Noboru Wataya dass du ihn damals gesehen hast? Natürlich. Wir haben uns direkt in die Augen gesehen. Ich nickte. Und was ist mit den Sachen deiner Schwester? fragte ich. Hast du sie später getragen als du größer warst? Machst du Witze? sagte sie. Du glaubst also dass er in deine Schwester verliebt war? Ich weiß es nicht sagte Kumiko. Ich bin mir nicht sicher ob er ein sexuelles Interesse an ihr hatte aber irgendetwas hatte er bestimmt und ich habe so eine Ahnung dass er es nie geschafft hat von diesem etwas los zu kommen das meine ich wenn ich sage dass er überhaupt nie hätte heiraten dürfen. Kumiko verstummte lange sprach keiner von uns beiden ein Wort schließlich sagte sie insofern könnte ich mir vorstellen dass er irgendwelche ernsten psychischen Probleme hat natürlich haben wir alle irgendwo unsere größeren oder kleineren Macken aber seine sind ein ganzes Stück schwerwiegender als alles was du oder ich in der Hinsicht jemals haben könnten sie sitzen ein ganzes Stück tiefer und sind weit hartnäckiger und er wird nicht zulassen dass irgendjemand diese Narben oder Schwächen oder was immer es ist jemals zu sehen bekommt niemals verstehst du was ich meine diese parlamentswahl sie macht mir Sorgen macht ihr Sorgen wieso denn das ich weiß auch nicht sie tut es einfach sagte sie was soll ich bin müde ich kann nicht mehr denken gehen wir schlafen während ich mir die zähne putzte musterte ich mein gesicht im badezimmerspiegel in den mittlerweile mehr als zwei monaten seit meiner kündigung hatte ich mich nur selten in die außenwelt hinaus begeben ich war immer nur zwischen unseren paar geschäften dem schwimmbad und unserem haus hin und her gependelt abgesehen von der Ginza und dem hotel in Shinagawa war der fernste Punkt zu dem ich mich von zu hause aus begeben hatte die reinigung am bahnhof gewesen und während dieser ganzen zeit hatte ich kaum jemanden gesehen außer kumiko waren die einzigen leute die ich in diesen zwei monaten eigentlich gesehen hatte malta und kreta kano und mei kasehara es war eine enge welt eine welt die still stand aber je enger diese meine welt wurde und je deutlicher sie von stillstand zeugte desto mehr schien sie von dingen und menschen über zu fließen die man nur als seltsam bezeichnen konnte sie waren wie es schien die ganze zeit da gewesen und hatten im schatten darauf gewartet dass ich aufhörte mich zu bewegen und jedes mal wenn der aufziehvogel in meinen garten kam um die welt aufzuziehen versank sie tiefer in chaos ich spülte ich kann das bild nicht finden sagte ich zu mir ich bin dreißig ich stehe still und ich kann das bild nicht finden als ich ins schlafzimmer kam war Kumiko schon eingeschlafen leutnant mamia tritt auf was aus dem warmen schlamm kam eau de toilette drei tage späte rief tokutaro mamia an morgens um halb acht ich saß gerade mit Kumiko am frühstückstisch es ist mir wirklich äußerst peinlich sie so früh am morgen zu belästigen ich hoffe sehr ich habe sie nicht geweckt sagte herr mamia aufrichtig bedauernd das mache überhaupt nichts versicherte ich ihm ich würde jeden morgen kurz nach sechs aufwachen er dankte mir für meine postkarte und erklärte er habe mich erreichen wollen bevor ich zur arbeit aus dem haus ging und fügte hinzu er wäre mir äußerst dankbar wenn ich mich heute während meiner mittagspause kurz mit ihm treffen könnte könnte er er hoffte noch diesen abend einen schnell nach hiroshima annehmen zu können er habe eigentlich vor gehabt länger hier zu bleiben sagte er aber es seien gewisse ereignisse eingetreten die seine möglichst baldige heimkehr erforderlich machten ich antwortete daß ich gegenwärtig arbeitslos sei daß ich den ganzen tag zeit hätte und ihn treffen könne wann immer es ihm passe vormittags mittags nachmittags aber sie werden doch zweifellos den einen oder anderen teil des tages bereits anderweitig verplant haben erkundigte er sich mit der größten höflichkeit ich erwiderte ich hätte keinerlei pläne hätten sie in diesem falle die güte mir zu gestatten sie heute vormittag um zehn uhr in ihrem heim aufzusuchen sehr gern erst als ich auflegte wurde mir bewusst daß ich vergessen hatte ihm zu erklären wie man vom bahnhof aus zu unserem haus gelangte was soll sagte ich mir er hat ja die adresse wenn er will findet er schon her wer war das fragte Kumiko der Typ der hundas andenken verteilt er bringt mir meins im lauf des vormittags vorbei im ernst sie trank einen schluck kaffee und strich sich butter auf den toast das ist sehr nett von ihm ja sehr apropos sagte sie sollten wir oder wenigstens du nicht zu Herrn Hondas haus gehen und ihm unseren respekt erweisen ein räucherstäbchen anzünden was weiß ich gute idee ich werde ihn danach fragen schon fast ausgefertig bat mich Kumiko den reißverschluss ihres kleides hoch zu ziehen es war ein ziemlich enges stück und es gehörte schon ein wenig fingerspitzen gefühl dazu den reißverschluss zu zu bekommen sie trug einen wunderschönen duft hinter den ohren wie geschaffen für einen Sommer morgen neues parfum fragte ich statt zu antworten warf sie einen blick auf ihre armbanduhr und strich sich das haar zurecht bin spät dran sagte sie und nahm ihre handtasche vom tisch ich hatte das kleine zimmer aufgeräumt in dem Kumiko zu hause arbeitete und wollte gerade den papierkorb leeren als mir ein gelbes band auffiel das sie weggeworfen hatte es lugte unter einem zerknüllten blatt schreibpapier und ein paar postwurfsendungen hervor sein leuchtendes schimmerndes gelb hatte mir ins auge gestochen es war ein band wie man es für geschenke verwendet mit einer kunstvollen blütenförmigen schleife ich holte es aus dem papierkorb und sah es mir genauer an das band war zusammen mit geschenk papier des kaufhauses matsuya weggeworfen worden unter dem papier lag eine schachtel mit dem christian dior signet das gefütterte innere der schachtel wies eine vertiefung in form einer flasche auf nach der schachtel zu urteilen war das ein ziemlich teurer artikel gewesen ich ging damit ins bad und öffnete kumikos kosmetik schränkchen darin stand eine gerade eben angebrochene flasche eau de toilette von christian dior die exakt in die aussparung der schachtel gepasst hätte ich zog den goldfarbenen stöpsel heraus und schnupperte an dem flakon es war derselbe duft den ich hinter kumikos ohren gerochen hatte ich setzte mich auf das sofa trank den rest meines morgen kaffees und sammelte meine gedanken offenbar hatte jemand kumiko ein geschenk gemacht ein teures geschenk hatte es bei matsuya gekauft und als geschenk einpacken lassen wenn derjenige der es getan hatte ein mann war dann war es jemand der kumiko nah stand männer schenkten frauen besonders verheirateten frauen kein eau de toilette wenn sie nicht eine ziemlich enge beziehung zu ihnen hatten und wenn es eine freundin gewesen war aber schenkten frauen einander eau de toilette das wußte ich nicht so genau eines wußte ich aber ganz genau dass nämlich kumiko zu dieser zeit des jahres keinen besonderen grund hatte von anderen leuten geschenke zu erhalten ihr geburtstag war im mai ebenso unser hochzeitstag es war natürlich nicht auszuschließen dass sie sich selbst eine flasche eau de toilette gekauft und sie hübsch hatte einpacken lassen aber warum ich seufzte und sah zur decke sollte ich sie direkt danach fragen hast du dieses eau de toilette von jemandem geschenkt bekommen sie würde vielleicht antworten ach das eins der mädchen in der redaktion hatte ein persönliches problem und ich habe ihr helfen können es wäre zu umständlich dir das in allen einzelheiten zu erklären aber sagen wir einfach ich habe ihr aus der patsche geholfen damit hat sie sich dann bei mir bedankt wunderschöner duft nicht so was kostet einen haufen geld ok klingt machte ich mir gedanken sie hätte mir irgendwas davon sagen müssen wenn sie die zeit gehabt hatte in ihr zimmer zu gehen das band aufzuknoten das geschenkpapier auseinander zu wickeln die schachtel zu öffnen das ganze in den papierkorb zu werfen und die flasche in ihr kosmetik schränkchen zu stellen dann hätte sie es doch wohl auch schaffen können zu mir zu kommen und zu sagen guck was mir eins der mädchen aus der redaktion geschenkt hat sie hatte aber nichts gesagt vielleicht hatte sie gefunden es sei unwichtig sie brauche darüber kein wort zu verlieren jetzt hatte es aber den dünnen schleier von geheimnis tuerei angenommen das war es was mir zu schaffen machte ich starrte lange an die decke ich versuchte an etwas anderes zu denken aber mein ihren reißverschluss hochgezogen hatte an ihren glatten weißen rücken an den duft hinter ihren ohren zum ersten mal seit monaten verspürte ich das bedürfnis eine zu rauchen ich lechzte danach mir eine zigarette in den mund zu stecken sie anzuzünden und den rauch tief in die lunge zu ziehen das hätte mich etwas beruhigt aber ich hatte keine zigaretten ich fand ein zitronenbonbon und steckte mir das in den mund um zehn vor zehn klingelte das telefon ich nahm an es sei leutnant mamia dieses haus war nicht leicht zu finden selbst leute die schon mehrmals hier gewesen waren verliefen sich manchmal aber es war nicht leutnant mamia als ich abnahm hörte ich die stimme der rätselhaften frau die mich schon neulich angerufen hatte na süßer lang nicht miteinander geplaudert sagte sie wie hat's dir letztes mal gefallen habe ich dich ein bisschen in fahrt gebracht warum hast du denn einfach aufgelegt und gerade als es anfing interessant zu werden für den bruchteil einer sekunde dachte ich sie rede von meinem feuchten traum mit kreta kano aber das war eine andere geschichte gewesen sie redete von dem tag als sie angerufen hatte war tut mir leid sagte ich aber ich habe im augenblick überhaupt keine zeit in zehn minuten bekomme ich besuch und ich muss noch aufräumen für jemanden der angeblich arbeitslos ist sind sie ja immer wahnsinnig beschäftigt sagte sie mit einem sarkastischen unterton das gleiche war letztes mal passiert ihre stimme hatte sich von einer sekunde auf die andere verändert mal kochen sie spaghetti mal erwarten sie besuch aber das macht nichts wir brauchen nicht mehr als zehn minuten unterhalten wir uns zehn minuten lang nur sie und ich sobald ihr gast da ist können sie auflegen eigentlich wollte ich auflegen ohne ein wort zu sagen aber ich brachte es nicht fertig wahrscheinlich ärgerte ich mich noch immer über kumikus ode toilette ich hatte wahrscheinlich das bedürfnis mit jemandem zu reden und es spielte keine große rolle mit wem schauen sie sagte ich ich habe nicht die blasseste ahnung wer sie sind ich nahm den bleistift der neben dem telefon lag und rollte ihn während ich sprach zwischen den fingern sind sie sicher dass ich sie kenne natürlich kennen sie mich das habe ich ihnen doch schon letztes mal gesagt ich kenne sie und sie kennen mich bei sowas würde ich doch nicht lügen ich habe nicht so viel Zeit zu vergeuden dass ich wild fremde Leute anrufen würde sie müssen einen blinden Fleck in ihrem Gedächtnis haben davon weiß ich nichts ehrlich obwohl genug unterbrach sie mich hören sie auf sich so viele gedanken zu machen sie kennen mich und ich kenne sie die hauptsache ist also sehen sie es so ich werde sehr nett zu ihnen sein und sie brauchen gar nichts zu tun ist das nicht wunderbar sie brauchen gar nichts zu tun haben keinerlei Verpflichtungen und ich tue alles alle finden sie das nicht herrlich also hören sie auf sich so viele gedanken zu machen hören sie auf alles zu komplizieren machen sie sich leer stellen sie sich vor sie lägen an einem warmen frühlings nachmittag in schönem weichen schlamm ich schwieg du schläfst du träumst du liegst den schönen warmen schlamm vergiss deine frau vergiss daß du arbeitslos bist vergiss die zukunft vergiss alles wir alle kommen aus dem warmen schlamm und dahin kehren wir alle zurück am ende ach übrigens herr okada wann haben sie zum letzten mal mit ihrer frau geschlafen können sie sich daran erinnern schon ziemlich lange her nicht ja dürfte inzwischen zwei wochen her sein tut mir leid mein besuch ist jetzt da sagte ich mehr als zwei wochen nicht ich merke es an ihrer stimme drei wochen vielleicht ich sagte nichts aber lassen wir das sagte sie mit einer stimme wie ein handfeger der die lamellen einer jalousie vom angesammelten staub befreit das betrifft nur sie und ihre frau aber ich werde ihnen alles geben was sie nur wollen und sie herr okada gehen dadurch keinerlei verpflichtungen ein biegen sie einfach um die nächste ecke und voila eine welt die sie noch nie gesehen haben ich habe ihnen doch gesagt daß sie einen blinden fleck haben oder sie verstehen immer noch nicht meine hand krampfte sich um den hörer aber ich sagte weiterhin nichts schauen sie sich um sagte sie sehen sie sich genau um und sagen sie mir was da ist was sehen sie in diesem augenblick klingelte es an der tür erleichtert legte ich wortlos auf leutnant mamja war ein kahlköpfiger alter herr von ungewöhnlicher körpergröße der eine goldgerahmte brille trug er hatte das gesunde braungebrannte aussehen eines mannes der im leben viel im freien gearbeitet hat ohne ein gramm überschüssiges fleisch auf den knochen je drei tiefe falten strahlten vollkommen symmetrisch von beiden augenwinkeln aus als sei er im begriff die augen zusammen zu kneifen weil ihm das licht zu grell war sein alter war schwer zu schätzen aber siebzig war er bestimmt in seiner jugend mußte er ein schneidiger bursche gewesen sein das sah man an seiner straffen haltung und seinen sparsamen bewegungen seine sprache und sein verhalten waren von extremer höflichkeit wirkten jedoch nicht übertrieben förmlich sondern eher schnörkellos präzise der leutnant trug einen unauffälligen lichtgrauen anzug ein weißes hemd und eine grau schwarz gestreifte krawatte der stoff des nüchternen anzugs schien für einen heißen feuchten juni vormittag ein wenig zu dick zu sein aber am leutnant war nicht ein tropfen schweiß zu sehen links hatte er eine hand prothese die in einem dünnen handschuh aus demselben lichtgrauen material wie der anzug steckte mit diesem grauen stoff bezogen wirkte die hand wenn man sie mit der gebräunten behaarten rechten verglich die momentan ein oben zusammen geknotetes stoff bündel hielt besonders kalt und anorganisch ich führte ihn ins wohnzimmer bat ihn auf der couch platz zu nehmen und stellte eine tasse grünen tee vor ihn auf den Tisch er entschuldigte sich dafür dass er keine Visitenkarte habe früher habe ich in einem ländlichen teil der präfektur hiroshima an der oberschule gemeinschaftskunde unterrichtet aber seit meiner pensionierung habe ich nichts mehr getan ich baue ein wenig gemüse an es ist nicht viel mehr als ein hobby nur einfache landwirtschaftliche arbeit aus diesem grunde trage ich keine Visitenkarte bei mir wenngleich mir die grobe Unschicklichkeit meines Verhaltens bewusst ist ich hatte auch keine Visitenkarte entschuldigen sie meine indiskretion herr okada aber dürfte ich sie vielleicht nach ihrem alter fragen ich bin dreißig sagte ich er nickte dann trank er ein schlückchen tee ich konnte mir nicht denken was es ihm nutzen mochte zu wissen dass ich dreißig jahre alt war sie wohnen in einem sehr schönen ruhigen heim sagte er wie um das thema zu wechseln ich erzählte ihm dass es meinem onkel gehöre und dass er es mir für sehr wenig geld vermietet habe unter normalen umständen fügte ich hinzu könnten wir uns mit unserem einkommen kein halb so großes haus leisten er nickte und sah sich zögernd fast verstohlen im zimmer um ich folgte seinem beispiel sehen sie sich genau um hatte die stimme der frau befohlen als ich meine umgebung auf diese neue bewusste weise auf mich wirken ließ nahm ich eine gewisse kälte daran war insgesamt habe ich auf dieser reise zwei wochen in tokyo verbracht sagte leutnant mamia und sie sind die letzte person der ich ein andenken überbringe jetzt habe ich das gefühl dass ich nach hiroshima zurückkehren kann ich hätte gehofft ein hondas haus aufsuchen und vielleicht ein räucherstäbchen zu seinem gedächtnis anzünden zu können sagte ich dies ist eine sehr lobenswerte absicht aber hondas haus und jetzt auch sein grab befindet sich in asakawa angereist um die dinge die in seinem haus in meguro zurückgeblieben waren zu ordnen und jetzt ist sie wieder zurückgefahren es ist nichts mehr da ich verstehe sagte ich honda lebte also allein in tokyo fern von seiner familie das ist richtig dem ältesten sohn er wohnt in asakawa bereitete es sorgen dass sein alter vater allein in der großen stadt lebte und zu bewegen zu ihm zu ziehen aber honda lehnte es einfach ab er hat einen sohn fragte ich etwas erstaunt ich hatte immer gedacht honda stehe völlig allein auf der welt dann dürfte ein honda frau aber schon vor längerer zeit verstorben sein nun das ist eine etwas komplizierte geschichte frau honda beging nach dem krieg mit einem anderen mann liebes selbst mord es muss 1950 oder 1951 gewesen sein über die näheren umstände des ereignisses bin ich nicht unterrichtet her honda hat nie viel darüber gesagt und ich konnte ihn natürlich unmöglich fragen ich nickte danach kümmerte sich honda allein um die erziehung seiner kinder eines sohns und einer tochter als sie alt genug waren zog ihr allein nach tokio und nahm was hatte er in asakawa denn für einen beruf ausgeübt er betrieb zusammen mit seinem bruder eine druckerei ich versuchte mir ein honda vorzustellen wie er im overall vor einer druckmaschine stand und korrektur fahren las aber für mich blieb er ein etwas schmutziger alter mann in einem schmutzigen alten kimono mit einer gürtelscherpe die eher zu einem schlafgewand gepasst hätte der winters wie sommers mit den beinen in der versenkten feuerstelle saß und auf seinem niedrigen tisch mit seinen losstäbchen spielte mit geschickten bewegungen seiner einzigen hand knotete leutnant mamja das stoffbündel auf das er mitgebracht hatte zum vorschein kam ein päckchen von der form und größe einer keks schachtel es war ein braunes packpapier eingeschlagen und mehrfach kreuz und quer verschnürt der leutnant legte es auf den tisch und schob es zu mir herüber dies ist das andenken das herr honda ihnen durch mich zukommen lassen wollte sagte er ich nahm das päckchen in die hand es wog praktisch nichts ich konnte mir beim besten willen nicht vorstellen was darin sein mochte soll ich es jetzt einfach auspacken fragte ich leutnant mamja schüttelte den kopf es tut mir leid aber herr honda äußerte den wunsch sie sollten es erst öffnen wenn sie allein wären ich nickte und legte das päckchen auf den tisch zurück herr hondas brief sagte leutnant mamja erreichte mich genau einen tag vor seinem tod er lautete etwa folgendermassen ich werde sehr bald sterben ich habe nicht die geringste furcht willen des himmels zugeteilt wurde dem willen des himmels kann sich der mensch nur beugen doch es gibt etwas was unerledigt geblieben ist in meinem schrank befinden sich verschiedene gegenstände dinge die ich bestimmten personen zugedacht hatte nun wird es mir anscheinend nicht mehr möglich sein sie selbst zu übergeben aus diesem grunde wäre ich ihnen außerordentlich dankbar wenn sie mir den gefallen erweisen wollten die auf der beigefügten liste angegebenen andenken zu verteilen ich bin mir der unbescheidenheit meiner bitte vollkommen bewusst hoffe aber dass sie die güte haben werden dies als den wunsch eines sterbenden zu betrachten und diese letzte mühe um meinet willen auf sich zu nehmen ich muss gestehen dass ich zutiefst erschüttert war von Herrn Honda einen solchen Brief zu erhalten ich hätte seit jahren keinerlei kontakt mehr mit ihm gehabt vielleicht sechs oder sieben jahre ohne ein wort ich schrieb ihm sofort zurück aber am selben tag als ich meine antwort zur post brachte erreichte mich von seinem sohn die mitteilung Herr Honda sei verstorben er nahm einen schluck von seinem grünen tee Herr Honda wusste genau wann er sterben würde fuhr Leutnant Mamiya wie sie auf ihrer postkarte schrieben hatte er etwas an sich was die menschen zutiefst bewegte ich habe das von anfang an gespürt als ich ihn im sommer 1938 kennenlernte ach waren sie zur zeit des zwischenfalls von Norman Hahn in derselben Einheit wie Honda nein sagte Leutnant Mamiya und biss sich auf die Lippe wir gehörten zu verschiedenen Einheiten sogar verschiedenen Divisionen wir arbeiteten zusammen bei einer kleineren militärischen Operation die vor der Schlacht von Norman Hahn stattfand Korporal Honda wurde später bei Norman Hahn verwundet und nach Japan zurückgeschickt ich kam nicht nach Norman Hahn diese Hand hier hob Leutnant Mamiya seine behandschuhte Linke verlor ich während des sowjetischen Vormarsches vom August 1945 dem Monat als der Krieg endete während einer Schlacht gegen eine Panzereinheit bekam ich von einem schweren Maschinengewehr eine Kugel in die Schulter ich lag bewusstlos auf dem Boden als mir ein sowjetischer Panzer über die Hand fuhr ich wurde gefangen genommen in einem Lazarett in Chita behandelt und in ein sibirisches Gefangenenlager geschickt dort behielten sie mich bis 1949 ich war insgesamt zwölf Jahre auf dem Kontinent 1937 wurde ich dorthin abkommandiert und während der ganzen Zeit betrat ich kein einziges Mal japanischen Boden meine Angehörigen glaubten ich sei im Kampf gegen die Sowjets gefallen sie setzten mir auf dem Dorffriedhof einen Grabstein ich hatte bevor ich Japan verließ mit einem Mädchen aus dem Dorf eine Art Übereinkunft getroffen aber als ich endlich zurückkehrte war sie bereits mit einem anderen Mann verheiratet zwölf Jahre sind eine lange Zeit ich nickte bitte entschuldigen Sie Herr Okada sagte er diese Reden über alte Zeiten müssen für einen jungen Burschen wie Sie langweilig sein eines möchte ich allerdings doch noch hinzufügen und zwar dass wir ganz gewöhnliche junge Männer waren genau wie Sie ich hatte nie den Wunsch verspürt Soldat zu werden mein Wunsch war Lehrer zu werden kaum aber hatte ich das College verlassen Ziersschule gesteckt und anschließend auf dem Kontinent abkommandiert wo ich insgesamt zwölf Jahre blieb mein Leben ging vorüber wie ein Traum Leutnant Mamia presste die Lippen fest aufeinander wenn's Ihnen nichts ausmacht sagte ich nach einiger Zeit würde ich sehr gern erfahren wie Sie und Herr Honda einander kennen lernten ich war aufrichtig neugierig zu wissen was für ein Mann Herr Honda vor der Zeit unserer Bekanntschaft gewesen war die Hände exakt auf die Knie gelegt saß Leutnant Mamia da und dachte über etwas nach nicht dass er sich unschlüssig gewesen wäre er dachte einfach nach es könnte eine lange Geschichte werden sagte er das macht mir nichts aus sagte ich ich habe sie noch niemandem erzählt und ich bin völlig sicher dass Herr Honda sie gleichfalls niemandem erzählt hat ich sage das deswegen weil wir einen Pakt schlossen darüber stillschweigen zu bewahren aber Herr Honda ist jetzt tot ich bin der einzige überlebende es wird niemandem schaden wenn ich sie erzähle und so begann Leutnant Mamia mir seine Geschichte zu erzählen und ein np was vor die , die